Musik Es ist der 26. September 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und fast hätte ich gesagt, ihr hört die Stille von Martin Rützler, den gerade habe ich noch methodisch inkorrekt gehört und die haben tatsächlich die letzte Episode damit aufgehört, dass sie fünf Minuten Stille gespielt haben. Aber nicht irgendeine Stille, sondern Schwurbelstille. Das werde ich mir jetzt nicht näher erklären. Aber hier ist nicht die Stille, sondern die Stimme von Martin Rützler. Und der ist nicht alleine im Sendegarten, sondern es sind wieder Sendegärtnerinnen und Sendegärtner dabei und ich begrüße herzlich nach Wien die Claudia. Hallo, nabend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Und ich begrüße nach Nordrhein-Westfalen in die Spitze von Nordrhein-Westfalen in den obersten Zipfel, den Sebastian. Hallo. Ja, guten Abend zusammen. Auf den Lars müssen wir heute leider verzichten. Der ist ganz noch weiter nach oben in Bremen bei Leuten, die Raketen starten lassen. Aber der ist anderweitig beschäftigt mit uns. Aber wir haben noch eine weitere Schalte in die Bundeshauptstadt nach Berlin. Und wir grüßen da den Linus. Hallo Linus. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Linus. Wie man unschwer erkennt, an dem sonoren Klang deines Mikrofons bist du da in einer quasi professionellen Umgebung untergebracht. Was heißt sonorer Klang? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ähm, anders? Ich bin krank. Achso, ist das? Ich dachte, das sei der Spezialfilter bei Tim in der Meta-Ebene. Achso, das kann sein, dass ich auf seinem Mikrofonkanal bin und deswegen, nee, tatsächlich, ich bin einfach erkältet und klinge deshalb vielleicht ein bisschen anders. Aber, nee, ja, ich habe, ich bin in der Meta-Ebene. Ich klinge also sonst eigentlich wie immer. Ich sitze an meinem normalen Podcast-Platz, wo ich sonst auch sitze. Ja, ja, genau. Da machst du ja den Linus-Neumann-Podcast, den LNP, wie wir ja alle wissen und kennen. Der von dir und mit dir und über dich gestaltet wird, sozusagen. Und durch Tim vertrieben. Der ist ja mein Producer quasi. Genau, man braucht ja so Leute, die die Kabel legen und so, klar. Ja, super. Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil ich von dir weiß, dass du ungern über dich als Person redest, aber das ist nun mal das Konzept des Sendegartens. Ich weiß nicht so richtig, wie wir da rauskommen. Ich rede auch nicht so wahnsinnig gerne über Politik, also von daher haben wir wirklich sehr gute Chancen, aneinander vorbeizukwatschen. Aber ich denke, wir werden schon irgendwie irgendeinen Weg finden, vielleicht das eine und das andere dann doch irgendwie hinzuwiegen. Ansonsten fragen wir einfach Claudia und Sebastian um Hilfe. Die werden dann das Nötige tun. Also ich rede auch ohne Probleme über mich als Person. Ich halte das nur insgesamt für ein uninteressantes Thema. Also ich finde Politik halt interessanter als Personen. Aber ich weiß ja, dass das das Konzept ist, wir können ja gerne mal reden, wenn mir die Fragen in Themenbereiche gehen, über die ich wirklich nicht sprechen wollen würde, würde ich das einfach sagen. Aber das ist jetzt nicht so, als wäre ich da widerwillig, über mich zu reden. Das ist super. Ich habe mir nämlich gedacht, wir machen genau, was du gerade gesagt hast, wenn es dir zu nahe kommt, dann vereinbaren wir ein Stoppwort. Genau wie in jeder guten, also da halt. Und ich schlage mal vor, das Wort Eisenhut. Wenn du Eisenhut sagst, soll ich auf, privat zu fragen. Was hältst du von der Idee? Nee, was wäre mein Stoppwort? Boah, Katze Schwaff. Maaßen. Mein Stoppwort wäre Maaßen. Oh Gott. Das ist einfach ganz klar, bis hier und nicht weiter. Das muss alles in Maaßen bleiben. Maaßen ist mein Stoppwort. Das ist, okay, das toppt natürlich alles, ist klar. Das ist Full House mit Sternchen sozusagen. Okay, Maaßen, dann weiß ich Bescheid. Wenn du sagst Maaßen, dann ist alles über die Stränge geschlagen. Okay, okay, okay. Du weißt, dass ich natürlich Versuche in ganz vielen Nebensätzen irgendwie so, das muss man ja auch alles in Maaßen genießen, um dich irgendwie aus dem Konzept zu bringen. Damit machst du es natürlich leichter als mit dem Wort Eisenhut. Da hättest du schon mehr Schwierigkeiten, das unterzubringen, so en passant. Ja, aber dann würde ich einfach so mal zwischendurch Stahlhelm sagen und du würdest auch denken so, hat er jetzt nur der Stopp vergessen? Ist er nicht aus heißen? Ich bin auf der Hut. Okay, okay. Ich habe ja noch ein bisschen Schonzeit sozusagen. Wir kommen ja erst noch zur neuen Ernte. Wir haben ja so ein bisschen Feedback, das wollen wir noch kurz ansprechen. Ich weiß nicht, kennst du das Konzept der Sendung? Ja, du hast ja gerade gesagt, du kennst das Konzept der Sendung. Ja, es geht mit Feedback los. Super, dann machen wir das doch jetzt. Neue Ernte bitte. So, und da möchte ich erstmal beginnen noch mit Kommentaren zur vorletzten. Nicht zur letzten, sondern zur vorletzten. Da ging es ja um das Einhorn Olga, bzw. wir hatten sie so genannt. Und da haben uns tatsächlich die Bauer Britta und Frank angeschrieben. Hallo, heißt es hier im Kommentarfeld. Wir würden uns dann mal als Erbauer von Olga outen. Schön, dass sie bei euch genannt wird. Sicher hat Björn auch schon erklärt, wer Olga ist. Liebe Grüße aus Köln. Dann habe ich nochmal was geantwortet. Und dann schreibt die Britta, oder Frank? Ne Britta. Danke, das Bauen hat auch sehr viel Freude gemacht. Vielleicht schafft es Olga ja auch zum Kongress. Liebe Grüße. Ja, dann warten wir mal ab, ob Olga vielleicht den Weg zum Kongress findet. Dankeschön für den Kommentar. Dann haben wir ein, hier heißt es Lob von Benjamin bekommen. Was steht da? Benjamin schreibt. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein neuer Sendegarten ist, aber er gefällt mir zunehmend noch besser. Man kann anscheinend auch bei relevanten Themen in der Sendung furchtbar viel Spaß haben. Mehr davon bitte. Das bezog sich auf den, oder bezieht sich auf den Besuch von Gesche in der letzten Ausgabe, wo wir ja über, ja doch ziemlich breit Gott und die Welt abnehmen und Selbstschutz und Seelsorge und so weiter gesprochen haben. Und zwischendurch ja doch der Spaß nicht zu kurz gekommen ist. Danke vor allen Dingen aber auch an dieser Stelle an Gesche, die das eben durch ihre Person genau so hat möglich gemacht. Und wir haben ein Feedback bekommen der materiellen Art und Weise. Someone donated 50 hours one time credits to your Phonic account. Wir haben 50 Stunden Sendezeit geschenkt bekommen vom Donator, keine Ahnung, er hat sagt keinen Namen, aber er schreibt ins Textfeld, da regt mich ja schon die Textbox auf. Wer könnte das sein? Ich ahne, dass es irgendwas mit Deichbaut zu tun haben könnte. Ja, ganz herzlichen Dank. Macht natürlich alle Pläne, den Sendegarten vielleicht Ende des Jahres dicht zu machen, komplett mal wieder wirftet über den Haufen. Also wenn wir 50 Stunden haben, müssen wir erstmal noch diese 50 Stunden zumindest irgendwie abliefern, sonst wäre es ja unfair den Spendern gegenüber. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und bestimmt haben wir noch Sachen in den Twitter, in den Twitter-Kanal beschrieben bekommen, da muss ich aber gerade passen, das habe ich heute Nachmittag nicht mehr vorbereitet gekriegt. Das machen wir hier an der Stelle mit der neuen Ernte Schluss und ich danke und wir danken ganz herzlich euren Zusendungen. Damit kommen wir nämlich auch schon zum Gast der heutigen Sendung, zum Linus auf der Gartenbank. So, da sind wir. War gar nicht so lang, oder? Ne, das war ziemlich kurz. Wie fange ich an mit dir? Wie fange ich an mit dir? Soll ich mit der Lobhudelei anfangen? Ne, mach mal was anderes. Meinst du später die Lobhudelei? Ne, weißt du nicht, oder kommt drauf an, was du loben möchtest. Meistens werde ich ja für Sachen gelobt, die eigentlich andere Leute gemacht haben, deswegen, oder die ich nicht alleine gemacht habe, deswegen bin ich da vorsichtig. Ja. Aber wofür hättest du mich denn, wofür würdest du mich denn loben? Dann kann ich ja sagen, ob ich das okay finde oder nicht. Ja, also, ich habe hier so diverse Notizen, mal gucken, ob ich die irgendwie zusammenkriege. Wahrscheinlich, das Plakativste wird sein, ich glaube, du gehörst zu den Menschen, vor denen mich meine Mutter immer gewarnt hat. Ja, das hat dich gehört. Voll stolz, danke, das ist ein sehr großes Lob. Ich umgebe mich auch nur mit Leuten, vor denen euch eure Eltern immer warnen und das ist, ja, stimmt. Danke. Danke, Martin. Gleichzeitig bist du aber auch jemand, der mir die Augen für gewisse Dinge so geöffnet hat, wie wahrscheinlich kaum jemand anderes in dieser Täterblase von Tim Prittler vielleicht mal abgenommen, abgesehen, der ja zumindest mit dir gemeinsam auch immer diesen Versuch unternimmt. Also, du löst bei mir so total unterschiedliche Reaktionen und Emotionen aus. Ich würde mich als konservativ erzogen und konservativ denkend irgendwie einordnen, fühle mich aber, wenn du erzählst, der linken Szene total verbunden. Du bringst mir Begriffe bei, wie entglasen, die ich niemals gehört habe. Das Wort hast du doch nicht von mir. Doch. Ich lerne über ehrenamtliche U-Bahn-Lackierer etwas, wo ich dir auch denke, die machen doch alles kaputt. Und gleichzeitig, wenn ich dann so Aktionen sehe, wie damals in Berlin, wo dann Blumenkästen an die S-Bahn gemacht werden, dann muss ich sagen, das ist so schön, dass es mich schon wieder anrührt. Also kurzum, das, was aus deiner Ecke so zu mir rüber schwappt, irritiert mich und fasziniert mich gleichermaßen. Wie schaffst du das? Also erstmal danke für das Lob, denn das freut mich, weil das ist ja ein bisschen auch das Ziel überhaupt, sich auseinanderzusetzen. Also ich freue mich zum Beispiel wirklich sehr über Feedback von Hörern und Hörerinnen, die quasi sagen, pass mal auf, das, was du da, oder was ihr da macht, was ihr da erzählt, die Einblicke, die ihr da irgendwie gewährt, sind irgendwie anregend im Sinne von, muss ich mich mit auseinandersetzen, habe ich irgendwie dran zu knacken. Das ist jetzt natürlich bei Logbuch Netzpolitik sicherlich nicht jede Sendung der Fall, aber prinzipiell geht es ja eigentlich darum, wenn wir uns schon irgendwie Unterhaltung verschaffen, dass da irgendwas bei rumkommt, was einen weiterbringt. Und wenn ich immer nur den gleichen Kram höre, dann, oder in meinem eigenen Saft schmore, dann komme ich ja nicht weiter. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich relativ wenig wahrscheinlich deutsche Podcasts höre. Also mein Podcast-Mix sind natürlich deutsche Podcasts drin und ich höre Podcasts von morgens bis abends, aber ich höre den größeren Teil sind eher ausländische Podcasts, weil sind irgendwie wieder andere Themen. Und ich finde tatsächlich gerade in heutigen Zeiten, wenn es jetzt so um kulturelle Sachen geht, du hast jetzt gesagt, linke Szene, ich weiß gar nicht, ob die linke Szene behaupten würde, dass ich ihr zugehörig bin, wobei das kann die linke Szene sich auch gar nicht mehr aussuchen, weil ich habe nämlich die DE-Domain linke-szene.de und spreche für die linke Szene, wie ich das für richtig halte. Insofern bin ich quasi schon die linke Szene, aber die Idee halt einfach andere Themen an andere Leute heranzutragen, andere Perspektiven, andere Sichtweisen. Und ich, hören wir uns noch? Ja, wir hören dich noch, aber wir haben Martin, glaube ich, gerade verloren. So, da kommt er jetzt. Hallo, hallo, hallo. Ja, jetzt bist du da. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Martin, du kannst ja nicht einfach eine Taste drücken. Scheiße, du, mein Gott, was ist das gar nicht. Welche Taste war das denn? Die rote, bitte pressen Sie diese Taste nicht, Taste. Nein, ganz oben links, beim Ultraschall, unter der Lupe, ist ja dieses, es scrollt dann mit, ne? Ja, follow. Ja, genau. Der sollte kein Problem sein. Ja, habe ich gedrückt und dann war, das hat alles kaputt gemacht. Dann müssen wir den Ultraschall-Notdienst anrufen, das geht ja gar nicht. Zum Glück haben wir eine Notfalldruck. Wollen wir jetzt einfach von vorne anfangen? Also ich habe auf jeden Fall den Faden verloren, oder wie hast du das drin? Also ihr hattet zuletzt sozusagen, hast du das, ich habe ja zugehört, ihr habt das sozusagen, du hast gesagt, dass das mit den Blumenkörben an der S-Bahn, Blumenrabatten. Genau, genau. Und Linus hat das Lob soweit erstmal angenommen und du hast gesagt, dass du dich vor allem immer mit Leuten umgeben möchtest, die auch alle, vor denen die Mütter auch alle warnen. Warte, ich gehe erstmal wieder live hier, sind denn die anderen auch noch da? Naja, wir sind alle da. Ihr schweigt da, ihr macht einen wahnsinnig, wenn ihr einfach nur schweigt. Wie soll ich das denn wissen? Könnt ihr nicht mal winkt? Das ist Funkdisziplin. Ach, naja. Naja, solange Studio Link noch keine Ich-bin-alive-Totmann-Taste eingebaut hat, die man anzeigen kann. Metadaten, 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 Metadaten. Aber ich halte jetzt Maul, ich bin raus jetzt, ja? Es läuft ja alles wieder. Hier ist viel zu viel Disziplin im Garten. Könnt ihr nicht ein bisschen radikaler sein, bitte? So wie du, oder was? Ja, ganz sicher. Ja, wer hat denn die Ich-möchte-Folgen-Taste drücken? Du bist doch hier derjenige mit übermäßiger Disziplin. Wo willst du den anderen nur folgen? Ich habe eine Ich-möchte-Folgen-Taste gedrückt. Hast du doch gesagt. Die Pfeiltaste da oben. Ach, wieder. Ja, 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 genau. Ja, das ist die Follow-the-Folgen-Taste, ist das. So, jetzt habe ich hoffentlich alles wieder so hergerichtet, wie es war. Kann mir das irgendjemand bestätigen? Warte, ich gucke mal gerade, ob das streamt. Sieht das nur so aus, als ob... Menschen schreiben, es streamt wieder. Ja. Das Allerschlimmste war, dass ich mich ständig im Echo gehört habe. Es ist ja nichts schlimmer, als mir selber zuzuhören. Drück mal gleich einfach keinen Knopf. Einfach jetzt nichts mehr drücken. Ich fasse jetzt wirklich nichts mehr an auf diesem Rechner. Ich habe das nicht aus Spaß gesagt, dass ich mich hier aufs andere Ende der Meta-Ebene gesetzt habe, damit ich auch nicht aus Versehen Knopf drücke. Ich habe ja gesagt, warum habe ich nicht auf Linus gehört? Immer dieses... Immer dieses... Ich mache es doch... Deswegen empfehlen ja immer alle, dass man Linus installieren soll. Genau. Okay, okay. Ich bin dann mal raus. Tschüss. Ja, danke. Hast du ihn um Hilfe gerufen, Linus? Oder ist er einfach gekommen? Ich habe den hier auf Short-Dial. Ich habe hier einfach... Hier hängt ja auch ein Schild in der Meta-Ebene. Verhalten bei IT-Notfällen. Achso, so ein Glöckchen. Da steht eine Nummer drunter und dann drücke ich die. Ich dachte, da wäre so ein Glöckchen. Ja, das geht ja auch. Nee, Glöckchen geht nicht wegen der Aufzeichnung. Weißt du, du brauchst lautlose Signale. Achso. Okay. Einen roten Knopf. So eine Rundum-Leute so. Die hatten wir ja schon. Okay. Boah, ich bin nass geschwitzt. Ich habe die Sendung gekillt. Oh mein Gott. Sollen wir einfach von vorne anfangen oder was machen wir jetzt? Nö, wir fangen jetzt... Ach, das kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja schon, dass wir hier so rumstümpern. Achso. Was hatte Tim gesagt, was du gesagt hast? Sebastian, was könnte ich gesagt haben? Wir sprachen darüber, sich mit Menschen auseinanderzusetzen, die andere Positionen vertreten oder andere Einsichten haben. Und das halte ich für besonders wichtig, das zu tun und irgendwie möglichst ein breites Bild sich irgendwie zu verschaffen von dieser Erde. Weil das, was ich selber denke, das weiß ich ja eh schon. Und deswegen gucke ich mir lieber Dinge an, die andere Leute anders denken, möglichst sogar halbwegs begründet. Und davon habe ich dann irgendwie die Hoffnung, irgendwie erstens selber vielleicht klüger zu werden und zweitens irgendwie, wenn schon nicht klüger, dann vielleicht wenigstens empathischer oder so. Und das ist der Weg zum Weltfrieden und alles andere ist Hass und Untergang. So, deswegen mache ich das. Aber wenn du so neugierig bist darauf, wie andere Menschen so drauf sind, bist du mit dem, wie du so jetzt bist, nicht so zufrieden oder was treibt dich dann? Also im Moment bin ich sehr unzufrieden, weil meine rechte Mandel ein bisschen wehtut beim Schlucken. Also da sehe ich auf jeden Fall Optimierungsbedarf, so rein körperlich. Aber ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit mir. Also es gibt wenig Leute, die ich lieber wäre als ich. Das ist ja mal eine gesunde Aussage. Die hört man ja auch nicht so, so häufig, dass Leute das so, so sagen können. Tim steht hier und tippt auf seine Brust. Wenn wir so weiter machen, verlässt er die Meta-Ebene nicht mehr. Macht er eh nicht. Ach so, meinst du, geht nicht. Meinst du nicht ernsthaft, hat er diese Studie mal gesehen, meinst du nicht ernsthaft, dass der Tim mich hier alleine drin lässt mit dem ganzen teuren Spielzeug? Der weiß ganz genau, dass ich gleich sage, ich druck mal den Knopf und guck, was passiert. Ich meine, ab jetzt hast du ja schon mal vorgelegt, Martin, insofern kann ich mich jetzt ja hier nicht mehr blamieren, dadurch, dass ich mal gucke, Tim, der rote Knopf. Der ist für die Cappuccino-Maschine, Vorsicht. Fehlt hier, fehlt hier. Seit Jahren, seit Jahren fehlt hier eine Cappuccino-Maschine. Ja, also ich weiß nicht, ob die vielleicht einfach unten ist auf Tims Wunschzettel, aber irgendjemand muss die mal klicken. Okay. Aber mal, jetzt, jetzt, wieder mal zu dir. Man stellt sich das hier immer so glorreich vor, ne? Okay, dann erzähl ich uns auf der Idee. Man stellt sich das immer so vor, in der Meta-Ebene, ne, da kriegt man einen Kaffee und da steht das Buffet und in der VIP-Lounge sitzt Thomas Gottschalk und gibt nochmal letzte Tipps vor der Sendung. Das stimmt alles, aber die Cappuccino-Maschine fehlt. Ja, das ist wahrscheinlich nur daran, dass die. Das ist, äh, unhaltbare Zustände. Aber da war doch mal eine Cappuccino-Maschine, also als da noch. Ganz früher, ja, so eine Cappuccino-Maschine. Genau, da wurde doch, das wurde doch heftig kritisiert von dem anderen anwesenden Menschen. Ja, eben, deswegen ist die jetzt auch weg. Und danke. Danke, Merkel. Oh, nee, komm. Die kann nix dafür, dass du keinen Kaffee kriegst. Wer weiß. Naja. So, also Austausch, Austausch halte ich für halbwegs wichtig. Ja. Du hast schon wieder irgendwas gedrückt, Martin, ich höre das, wenn das bei dir klickt, ne? Sei vorsichtig mit den Tasten, die du da drückst. Das ist ein Fußtaster, das ist mein Kick-to-Talk. Hast du das gehört? Das ist ein Kick-to-Talk? Mhm. Ich muss den Fuß auf die Taste stellen, damit du mich hörst. Wenn ich ihn rüberkomme, dann hörst du mich nicht. Ah, okay, interessant. Wie so ein Pianopedal. Ja, es ist meine umgekehrte Reuspertaste sozusagen. Ah, okay, interessant. Und die ist rein Hardware oder, oh, pardon, das Problem ist, das Problem mit dem Ding ist, dass die Füßchen abgegangen sind und ich da so Filzgleiter drunter gemacht habe und jetzt wandert das die ganze Zeit über den Boden und es zieht sich meinem Fuß. Also das war jetzt nicht, das waren vorher Gummifüße, das hat natürlich gut gehalten. Jetzt wandert es hier die ganze Zeit und es steht ganz schief. Das ist eine milde Redezeitbegrenzung in Hardware. Genau, bis einem der Krampf im Fuß ereilt, genau. Aber ich will jetzt wieder zurück zu dir, verflixst du nochmal. Also die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden, was treibt dich denn da? Eigene Unzufriedenheit oder was ist Neugier? Ne, ich finde das tatsächlich, also ich finde das tatsächlich interessant, also es gibt ja, ich meine es gibt ein paar Themenbereiche, die größtenteils, ja vielleicht jetzt indiskutabel sind. Mit bestimmten Personengruppen brauche ich mich jetzt nicht unbedingt zu unterhalten, aber nehmen wir mal, nehme ich mal ein einfaches Beispiel. Irgendwie, wer in Logbuch-Netzpolitik selten besonders gut dasteht, sind jetzt zum Beispiel irgendwie die Entscheidungen, die bei der Deutschen Telekom getroffen werden. So, das ist aber natürlich trotzdem interessant oder gerade deshalb natürlich interessant, dann mal mit den Leuten irgendwie, die bei der Telekom bei diesen Entscheidungen Rationalen haben, die irgendwie ihre Einschränkungen, Anforderungen und so weiter haben, mal zu hören, wie sieht denn das Leben von eurer Seite aus aus? Und das ist jetzt nur ein Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie aus Logbuch-Ebene sehen wir dann eben Netzneutralität wollen wir haben, wir wollen Empfang wollen wir haben, wir wollen irgendwie billiger, wollen wir auch haben und so finde ich auch nach wie vor alles richtig. Und dann aber mal so, wenn man dann hört, okay, wie sieht denn die Welt jetzt aus, aus der Perspektive von denen, die jetzt irgendwie eben so ein Mobilfunknetz steuern, die da die Entscheidung treffen, wie sehen die regulatorischen Bedingungen aus, was bedeutet das für die? Und dann versteht man ja einfach nur immer mehr davon. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt seine Meinung ändert, das tun nur dumme Menschen, ja, wenn man jetzt irgendwie, gestern war ich noch links, heute habe ich aber gehört, dass die Welt in Wirklichkeit eine Scheibe ist, deswegen bin ich jetzt recht, so funktioniert das ja nicht. Man wird ja nur klüger, wenn man sich mit der anderen, mit anderen ergänzenden Perspektiven auseinandersetzt. Und solange die irgendwie halbwegs, Frank Rieger hat da so diesen schönen Begriff, halbwegs irgendwie satisfaktionsfähig sind und ein bisschen Fakten haben und Erwägungen, die dabei eine Rolle spielen, dann ist das ja Erkenntnis. Also Meinungen interessieren mich auch, aber viel wichtiger finde ich Fakten. Ich habe ein Bombenbeispiel, tatsächlich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es gab vor einigen Tagen ist der erschienen, in der New York Times, das ist jetzt wahrscheinlich ungefähr eine Woche alt, der Artikel, gab es in der New York Times einen sehr, sehr langen Artikel über diese ganze Boeing 737 Max Geschichte, wo ein Mensch, der echt Ahnung hat von Flugzeugen und Fliegen und so weiter, dann geschrieben hat, wirklich minutiös, was war dieses Kontrollsystem, was in die 737 Max eingebaut wurde, was ist daran, was hat daran nicht funktioniert, wie waren die wirklich tagelang die Vorgeschichte dieses Flugzeuge, bevor das erste runtergekommen ist, dann nochmal die Story von dem zweiten und hat wirklich alle, alle Fakten dargelegt. Und kam ganz am Ende überraschend zu dem Schluss, dass die Piloten schuld wären, weil die ja wussten aus früheren Erfahrungen, dass dieses Flugzeug sich komisch verhält und dass sie im Prinzip durch Einschalten des Autopilots oder Ausfahren der Klappen dieses Problem jederzeit unterbinden konnten, weil sie es vorher getan haben. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat wirklich die ganzen Fakten dargelegt und kam am Ende zu einem Schluss, den ich nicht geteilt habe, nämlich, dass es die Piloten schuld wären. So diesen, das Fazit des Artikels habe ich nicht geteilt, aber der Artikel war so voll mit Fakten, die ich nicht kannte, die neu waren, die mir ein komplettes Bild gegeben haben, sodass ich nach Lektüre des gleichen Artikels von diesem Menschen trotzdem zu einem anderen Fazit gekommen bin als der Autor selbst. Und im Prinzip habe ich das Ganze wahrscheinlich irgendwie wirklich 80% meines Wissens über das, was in diesen Flugzeugen passiert ist, aus diesem Artikel bezogen. Und trotzdem, und gerade deswegen, der Artikel war so ehrlich mit allen Fakten und hat dann trotzdem ein bestimmtes spezifisches Fazit gezogen, welches ich, trotzdem ich alle Infos aus diesem Artikel hatte, nicht geteilt habe. Und das war ein wahnsinns Artikel, den fand ich unglaublich. Also so, deswegen interessieren mich Perspektiven, Fakten und das, was andere Leute halt über einen Sachverhalt zu erzählen haben, damit ich mir eine irgendwie fundiertere Meinung bilden kann, ein fundierteres Wissen habe, auf dem meine Meinung fußen kann. Also mir geht es da eher auch so ein bisschen eigennützig drum, dass ich mehr wissen will. Also schon eher Neugier getrieben dann durchaus, kann man schon so sagen. Ja, natürlich. Also ich meine, natürlich will man Sachen verstehen. Guck mal, der Tag geht los. Es gibt genug Sachen, die langweilig genug sind an diesem Tag. Dann kann ich doch irgendwie die Zeit, die ich selber habe, versuchen dafür zu nutzen, irgendwas zu lernen. Birgt das denn nicht die Gefahr tatsächlich darin, dass du tatsächlich irgendwann mal, in diesem Fall mit dem Flugzeug jetzt nicht, aber dass du irgendwann zu dem Schluss kommst, hm, da hat mir jetzt jemand eine andere Sicht präsentiert, er hat mir eine Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt und ich muss meine bis dahin gehaltene Meinung eigentlich aufgeben. Das ist doch keine Gefahr, das ist doch eine Chance. Ich glaube, dass das viele als Gefahr irgendwie empfinden irgendwie und sich lieber nicht mit anderen Dingen beschäftigen, weil dann könnte ja ein sorgsam gehütetes Weltbild zerbrechen und dann steht man irgendwie da und weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Ja, das stimmt, das stimmt natürlich. Eine Gefahr oder ein Risiko ist das eigentlich nur, wenn du in eine bestimmte Perspektive vorher, sagen wir mal, zu viel investiert hast. investiert im Sinne von, dich zu weit aus dem Fenster gelehnt hast und dann nicht mehr zurückkannst. Dann ist das natürlich ein Risiko, aber dieses Risiko wird ja nicht dadurch geringer, dass du länger deine Scheuklappen aufhältst. Aber es ist natürlich unbequem, sich damit auseinanderzusetzen, was, ja, also mit dem gesamten Spektrum an anderen Meinungen, anderen Sichtweisen, anderen Perspektiven halt sich selbst zu konfrontieren. Also da gibt es halt schon ausreichend Menschen auch auf dieser Welt, die halt eher in ihrer kleinen, mehr oder weniger heilen Welt bleiben wollen und sich eben genau diesem Risiko in Anführungsstrichen natürlich nicht aussetzen möchten. Also ich bin mal, ich bin mal etwas böse, so die Meinungen anderer Leute interessieren mich eigentlich herzlich wenig. Was mich interessiert sind halt die Fakten, die andere Leute mir erzählen können. Also die Meinungen würde ich mir dann schon irgendwie gerne, hätte ich dann schon gerne selber. Ja gut, aber, ja, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen blöd, ne? Also Meinungen, Meinungen habe ich jetzt noch nie Probleme gehabt, mir die zu bilden. Ich will natürlich irgendwie auch die Gewissheit haben, mir die nicht auf irgendwelchen Halbwissen gebildet zu haben und dafür muss ich mich halt mit Sachen auseinandersetzen. Ganz ehrlich, die eindruckvollsten und interessantesten Gespräche waren irgendwie mit Leuten, die, ja, also je ferner sie mir sind. Oder also in Form von, was die beruflich tun, was die vielleicht für ein Leben führen, das jetzt vielleicht irgendwie von meinem Großstadtleben etwas unterschieden ist oder was die für Berufe ausüben. Es gibt ja eine ganze Menge interessante Berufe und, oder eben auch, ja, politische Positionen, wenn die irgendwo noch in der, in irgendeiner Form von Fakten basiert sind. Und leider ist das natürlich so, dass wir insbesondere in heutigen Zeiten sehr merken, dass die meisten Meinungen und Werthaltungen, die Menschen jetzt so entwickeln, nicht großartig daherkommen, dass sie über ein Sachverhalt nachgedacht haben. Ich wusste, man kann das doch irgendwie hübsch formulieren, ja. Ja, das ist ein bisschen, also ich klebe noch so ein bisschen an dem, was du gesagt hast. Du willst eigentlich keine Meinungen hören, sondern Fakten. Wenn du aber in eine Diskussion reingehst über eine Sache, von der du eigentlich selber überzeugt bist, willst du dann nicht eigentlich auch gerne, dass deine Meinung in Anführungszeichen gewinnt? Oder ist dir dann wirklich eher wichtig, dass du gute Argumente austauscht, also sagst und hörst und dieses Agree to Disagree ist dann, das reicht? Oder möchtest du nicht doch lieber, dass jemand dann sagt, ja, okay, eigentlich hast du ja recht? Also ich, wer schon mal das Pech hatte, mit mir ernsthaft diskutieren zu müssen, weiß, dass ich in einen unerbitterten Kampf ziehe und nicht eher Frieden gebe, als dass ich recht habe. Das ist sicherlich auch nicht eine meiner besten Charaktereigenschaften. Aber was ich prinzipiell denke, ist, was tatsächlich uns heute in dem Austausch, den wir in größten Teilen pflegen, nicht gelingt, ist überhaupt eine Einigkeit über diese Fakten überhaupt zu haben. Ja, also es wird irgendwie eine, also wir müssen erstmal halt trennen, es gibt erstmal da draußen, gibt es eine Realität, ja, die findet irgendwie statt und wir finden, wir nehmen Ausschnitte davon wahr. So, und diese, in diesem Wahrnehmen kommt erstmal mit drin, was von dieser, was von der Faktenlage sehen wir überhaupt. Dann verarbeiten wir das Ganze auch noch emotional, ja, und dann entstehen teilweise auch durchaus starke Emotionen, die, weil wir vermuten, dass sich die Welt irgendwie gerade in eine Richtung entwickelt, die wir aus irgendwelchen Gründen bedrohlich finden oder nicht. Und dann über, wenn wir über diese Gefühle und über diese Meinungen, nenne ich das jetzt mal, über diese Bewertungen, führen Menschen dann Diskussionen und führen aber die Diskussionen eigentlich über ihre Schlüsse und nicht unbedingt darüber, ob die Wahrnehmung, Empfindung, die sie irgendwie, auf denen sie die fußen, irgendwie vielleicht verzerrt sind durch das, was sie wahrnehmen. Ja, also Beispiel, das ist jetzt ein abgedroschenes Beispiel, aber Zuwanderung von Menschen, ja, wird in den Regionen überproportional als Problem gesehen, wo die gar nicht sind, wo die gar nicht hinkommen, ja. Also, wenn du jetzt irgendwie mit einem Städter redest und sagst, hier Migration, kommen Leute hin oder so, dann sagt dir irgendwie so ein Berliner irgendwie so, ich habe keinen gesehen, das sieht eher genauso aus wie vorher auch, lass mich in Ruhe, ich kümmere mich um was anderes. Wenn du das jetzt irgendwie jemandem, um jetzt die Stereotype vollständig zu strapazieren, im Brandenburger Dorf erzählst, der wird dann irgendwie sagen, ja, ist mir auch schon aufgefallen, die nehmen uns irgendwie was weg oder so. Und dann ist das natürlich durchaus interessant zu sehen, auch wirklich einfach mal über eine jahrzehntelange Perspektive, warum das unterschiedlich bewertet wird. Und das sind ja diese Emotionen, mit denen die Menschen das wahrnehmen, sind ja, also die sind ja auch mit in Betracht zu ziehen. Ich kann schon durchaus verstehen, dass jemand, der irgendwie an der Grenze, was weiß ich, zwischen Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wirklich am Arsch der Heide wohnt und sich von der gesellschaftlichen Entwicklung abgeschnitten fühlt, dass der ein bisschen anders darauf, auf bestimmte Sachverhalte blickt. So. Trotzdem, wenn dann die Menschen zum Beispiel auf so Ideen kommen, wie, dass jetzt die Kriminalität größtenteils von Zugewanderten ausgehen würde oder dass die jetzt irgendwie, was weiß ich, Schafe im Dorfbrunnen schächten oder sowas, ja, dann sind wir irgendwann wieder in einem Bereich, wo es eine Realität gibt. So. Wo ganz klar ist, das stimmt und das stimmt nicht. Und dieser, das ist natürlich was anderes als die Meinung, wie die Leute das bewerten. Und das, ich diskutiere natürlich gerne mit Leuten, die einen Einblick haben, die halt eine fundierte Meinung haben, die mir sagen können, keine Ahnung, ich, äh, ich arbeite in einer Unterkunft für Geflüchtete und die Situation stellt sich mir dort so und so dar. Oder ich arbeite bei einem Mobilfunknetz und die Situation stellt sich mir so und so dar. Ich hab jetzt sowieso relativ wenig Zeit und die würde ich natürlich jetzt nicht vergeuden oder versuche ich nicht zu vergeuden, um mit Leuten zu reden, wo ich weiß, aus dem Gespräch nehme ich nichts mit, auf der Fakten-Ebene, weil die keine Fakten haben. Also dann brauche ich auch nicht zu diskutieren und dann habe ich auch wenig Geduld. Während ich jetzt mit Menschen, die in bestimmte Dinge Einblicke haben, ähm, durchaus gerne mich unterhalte. Also nehmen wir meinen Beruf, ähm, ich berate Unternehmen im Bereich der IT-Sicherheit. So, wenn ich denen sage, pass auf, so und so wird das gemacht und dann sagen die ja so, machen wir das nicht, wir machen das anders, dann kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, du bist jetzt doof, das ist falsch. Ähm, und dann irgendwie strampeln und gehen und sagen, jetzt haben wir uns gestritten und du bist doof oder so. Oder ich kann natürlich verstehen, okay, warum hat sich dieses Unternehmen jetzt entschieden, bestimmte Dinge so und so zu regeln? Und wie kriegen wir diesen Missstand gelöst? Und dann findet man zusammen und dann habe ich am Ende irgendwie mehr darüber gelernt, wie dieses, wie die Einschränkungen sind oder die Gegebenheiten, unter denen bestimmte Unternehmen arbeiten müssen. Und das Unternehmen hat irgendwie im Gespräch mit mir herausfinden können, wie sie ihr Sicherheitsniveau erhöhen können und trotzdem ihre üblichen Gewohnheiten und Dinge erledigen können. So, und das ist doch ein fruchtbarer Austausch, wo am Ende beide von gewinnen. Jetzt stimmt es natürlich, dass wir davon leider in unserer Gesellschaft nur noch sehr wenig haben. Das heißt, Kompromisse werden eher empfunden, als man hat was verloren. Man hat nichts gewonnen, dadurch, dass man quasi jetzt gemeinsam einen Weg gefunden hat, sondern wer ein Kompromiss eingeht, ist eigentlich ein Loser. Das scheint mir durchaus gerade eine vorherrschende Wahrnehmung von Auseinandersetzung zu sein. Hast du eine Idee, warum das so sein könnte? Also ich glaube, da gibt es viele Gründe für, aber wir sind auf jeden Fall alle schlecht. Also das Ergebnis ist auf jeden Fall nicht gut. Ich würde das zustimmen, nicht gut, nein, klar. Also es geht nur, also klar, Kompromiss heißt immer, dass keiner gewinnt. Es ist ja einfach in der Sache drin, es geht gar nicht anders. Aber Kompromiss ist das Einzige, womit beide Seiten dann halbwegs Zufriedenheit herstellen können. Also ich würde, es gibt natürlich Bereiche, in denen sind Kompromisse besser und es gibt Bereiche, in denen sind Kompromisse schlechter. Aber solange wir eine, gerade in dieser sozialen Medien und sonst was Kultur, eben auch so leben, ich habe, gestern habe ich, das war ganz, ganz amüsant, da wurde in einem Chat jemand, irgend so ein Gangster-Ripper da erwähnt. Und dann habe ich mich mal, wusste ich nicht, wer das ist, also habe ich geguckt, wer ist das denn, was macht der, was treibt den um, womit beschäftigt. Du bist doch ein junger Mensch, du kannst den auch nicht. Ja, der war jetzt, also ich sage mal, der hat jetzt, ich habe jetzt auch nachher festgestellt, dass ich in meiner Suche nach mehr Wissen bei ihm falsch war, weil er konnte mir jetzt nicht viel Neues über das Leben erklären. so, der hatte halt irgendwie ganz andere, ganz andere, der lebte ein ganz anderes Leben als ich, also von dem konnte ich jetzt relativ wenig lernen. Aber dann habe ich mal geguckt, womit die sich auseinandersetzen und habe wirklich festgestellt, dass ich, dass ich da wirklich keinen Bezug zu finde, ja. Ich will mich da jetzt nicht, also ich vermute, dass das durchaus sehr bedeutsam ist, irgendwas, bestimmte AMG muss man fahren, ich habe noch nicht mein Auto, wüsste auch nicht, wofür ich in Berlin eins bräuchte, aber das habe ich auf jeden Fall hier gelernt, das braucht man in Berlin, um am Kudamm auf und ab zu fahren. Ja, wenn man das denn möchte, wenn man da, wenn man da selber einen Sinn drin sieht, dann soll man das dann halt entdecken. Brauchst du, was sollen Leute sonst denken, ja, also, das ist dann auch mal ganz schön, das ist dann halt, also ich fand das tatsächlich mal eine Dreiviertelstunde ganz interessant, mich damit auseinanderzusetzen, was da irgendwie, was diese Rapper, die haben dann auch irgendwie Streit miteinander, dann muss man mal gucken, worüber die sich streiten, oder auch, also es gibt bestimmte YouTuber, die haben auch manchmal Streit miteinander und das, dann bin ich eigentlich ganz froh, dass ich diese ganzen Probleme nicht habe. Also das ist schon, das muss auch echt hart sein, wenn du irgendwie, was weiß ich, eine Ansage von Montana Black bekommst, ne, musst du antworten. Das habe ich gelernt. Wer bist du? Was ist das? Ja, das ist, ja, man kann sich ja aussuchen, was man wichtig findet. Das ist also, ab einem gewissen Alter, das ist eigentlich das, was ich so befreiend daran finde, dass ich irgendwann kein Teenager mehr war, dass ich mir dann aussuchen konnte, was ich interessant finde. Ich muss nicht irgendwelche Gangster-Rapper gut finden. Ich kann aber, wenn ich sage, ich möchte, so kann ich machen, ich möchte jetzt so, und das kann man ja aussuchen. und genauso kannst du natürlich versuchen, dir auszusuchen, was dir jetzt irgendwie wichtig ist und was nicht und worüber du streiten willst und was nicht. Wenn du halt sagst, Politik ist dir wichtig, dann brauchst du den Streit nicht lange zu suchen. Das ist eingebaut. Das ist ja auch nicht verkehrt. Naja, das ist ja das Ringen um den richtigen Weg, wenn man so will. Also klar, da ist der, also der politische Streit ist da eingebaut, aber das ist, wie du schon gesagt hast, das ist eigentlich der Streit mit Argumenten. Also was macht es jetzt mehr Sinn, die Straße 50 Meter weiter rechts oder 50 Meter weiter links irgendwie zu bauen oder so. Klar, irgendjemand ist immer der Gekniffene, aber was ist sozusagen jetzt der beste Weg oder das kleinste Übel? Manchmal ist es ja auch einfach nur, das kleinere Übel zu finden. Und das nach Möglichkeit so neutral, wie es geht und nicht, weil jetzt irgendein Großkopferter da sitzt und der hat halt Freunde im Stadtrat und die entscheiden dann eben so, dass dem Großkopferten nichts weggenommen wird. Dann wird es natürlich ein bisschen haarig. Genau, das machst du, das machst du als Gesellschaft, was weiß ich, eins, zwei, drei Jahrzehnte. Dann hast du alles, Vertrauen in die Politik irgendwie verballert und dann sagen die Leute irgendwann, jo, pass auf, im Internet stand, die Regierung sprüht LSD aus dem Flugzeug. Das glaube ich eher, als dass ich noch irgendetwas glaube, was diese Politiker mir sagen. Und dann hast du das Problem, vor dem wir als Gesellschaft im Zweifelsfall uns heute gerade befinden. Und dem kannst du nur entgegenwirken, indem du versuchst, eine Kultur des Austausches und der Erkenntnis aufzubauen. und das hat auch, also, das ist jetzt mal was Persönliches. Der, es gibt einen Podcast, den ich sehr lange nicht gehört habe, weil ich da Angst vor hatte, emotional einfach. Und zwar ist das der Podcast von Björn, Hobby-Querschnitt, kennt ihr ja sicherlich auch. Ja. und ich wusste, dass er diesen Podcast macht. Ich wusste auch, worum es da geht und ich habe gesagt, boah, ey, da habe ich irgendwie Sorge, dass ich mich unwohl fühle oder dass ich da Sorgen bekomme, wenn ich, ähm, ne, dass es mir da unwohl wird, wenn ich diesen Podcast höre. Wahnsinns Podcast. Total krasse Einsichten. Letzte Folge gerade gehört, mit dem, wo er sich mit dem, zweieinhalb Stunden oder was, mit dem Typen unterhält, der diese, der Rollstühle verkauft und dir sagt, wie du darauf sitzen musst. Na, irgendwie so, der Winkel da muss so sein, hier, wie breit ist der Rollstuhl, Rücken gerade, Rücken schräg, äh, Fuß steht schief, so, ne. Also einmal so, ein Experte für Rollstühle einstellen. Wahnsinn, fand ich total interessant. Also war wirklich, ähm, total, horizonterweiternd einfach mal was zu lernen über einen Phänomenbereich, der mir Sorge macht, weil ich das, weil ich natürlich als Fußgänger, ja, äh, Sorge habe, mit einer Rollstuhlsituation irgendwann einmal, äh, konfrontiert zu sein. Also habe ich da irgendwie so eine Scheuklappe, habe ich aber auch erkannt, so, und jetzt höre ich mir irgendwie diesen Kram an, das ist unglaublich interessant. Man kann sich ja in jedes, in, in alle diese Themen so reinnörden. Und dieses Reinnörden ist, ist schon irgendwie, ist eine, also die Leute, die das tun, die, die finde ich immer sehr, sehr cool. Was mich gerade sehr, also ich merke, dass es mich berührt hat, ähm, dass du sagtest, da hatte ich Angst. also, also, Lillus Neumann ist für mich eigentlich jemand, der ist, so mit, mit vielen Wassern gewaschen. Ich will nicht sagen mit allen, aber, ähm, ich hab, also, dich und das Wort Angst in Verbindung zu bringen, fällt mir gerade so ein bisschen schwer. Es liegt nicht unmittelbar auf der Hand. Bist du ein ängstlicher Mensch? Würdest du dich als ängstlichen Menschen bezeichnen? Nein, ähm, aber das liegt auch tatsächlich daran, dass ich, ähm, Angst kenne, erkenne und versuche, versuche dagegen anzugehen. Also, ähm, ich habe ja, ähm, wie, äh, jeder Hacker, der was auf sich hält, kein abgeschlossenes Informatikstudium, sondern, äh, Psychologie studiert und da habe ich ja quasi relativ viel darüber gelernt, wie eben Angst funktioniert und auch da, ne, ist gerade in Bereichen der Angst so, ist, ja, also, jetzt nicht komplett einen Exkurs Psychologie machen, aber du, ähm, du hast am Ende mehr Angst vor der Angst, als du wirklich Angst vor dem hast, vor dem du Angst hast. Ja, das ist wahr. Das ist eine Erfahrung. Also, irgendjemand, äh, irgendwann macht man sie, glaube ich, im Leben, macht diese Angst im Leben jeder, wenn man sagt, oh, war ja doch nicht so schlimm. Das habe ich jetzt drei Wochen vor mir hergeschoben und jede Nacht, wo ich darüber nachgedacht habe, wurde schlimmer und schlimmer und jetzt habe ich es gemacht und es war gar nicht so schlimm. Ja, oder wenn du jetzt in, wenn du in, sagen wir mal, in den Bereich gehst, der, äh, die Psychologen jetzt pathologisch nennen, also, pathologisch wird im Prinzip das bezeichnet, wo es zu einer erheblichen, äh, Einschränkung in deinem Leben führt, was weiß ich, Höhenangst, Angst vor Spinnen, Angst vor Kröten, oder was auch immer. Ja, das sind ja alles ganz normale Ängste, ähm, die Naturgeboren, angeboren sind und, äh, zu einem gewissen Grad und mit denen kannst du entweder lernen umzugehen oder du, du führst einen Lebensweg, der dich irgendwie dazu führt, dass du vor dieser Angst mehr Angst bekommst, ja, und dann hast du am Ende Menschen, die, ähm, ja, ich meine, ich will jetzt auch niemanden zwingen zu fliegen, insbesondere in, in heutigen Zeiten, ja, aber, und das ist ja auch keine besonders schwere Einschränkung, aber zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, äh, wenn die, wenn die Angst in einen irrationalen Bereich geht, klassischer Phänomenbereich ist so, Agoraphobie, also du hast Angst davor in, im Prinzip aus dem Haus zu gehen, weil, oder in, in größere Menschenmengen, weil du Angst hast, dass du da eine Panikattacke bekommst und nicht nach Hause findest, ja, und, ähm, geht mit ganz fürchterlichen Einfluss, Einschränkungen im, im Leben dieser Menschen einher und der einzige Weg, diese Angst, ähm, und die Einschränkungen loszuwerden, führt nun mal dadurch, die Erfahrungen zu machen. Ja, und ich habe, so, und das ist, das geht aber nicht unbedingt darum, dass, also, ich habe tatsächlich mal, das ist, okay, das ist sehr lange her, das war im Studium, da habe ich gedacht, ach geil, hier so ein Verhaltenstherapeut für, für, ähm, Angst, das mache ich als Job, das ist bestimmt total aufregend, ne, die ganze Zeit hier mit, mit Vogelspinnen und so hantieren und, ähm, dann meinte die, ähm, die Seminar, Seminarleiterin, die das, also die auch beruflich als Psychotherapeutin in dem Bereich tätig war, meinte so, ähm, Herr Neumann, passen Sie bitte auf, nichts ist langweiliger als das, wenn ich sowieso voll geil, die ganze Zeit auf dem Fernsehturm mit irgendwelchen Leuten rumstehen und sie meint dann, ja, aber da stehen sie halt irgendwie acht Stunden, äh, und müssen, müssen den Leuten immer, also es geht ja quasi darum, den Leuten mehr Angst davor zu machen, damit die lernen, dass Angst auch so einen, dass die Angst einen Höhepunkt hat und nicht, es passiert halt nicht, dass du bewusstlos wirst oder auch so diese, ich meine Leute, die irgendwie Flugangst haben, die stellen sich halt vor, dass sie einen längerstündigen Flug nicht überleben würden, weil sie vor lauter Angst dann irgendwie tot umfallen, so, das passiert aber de facto nicht, das passiert mit keinem Menschen, so, wenn jetzt jemanden, der viel Flugangst hat, in so ein Flugzeug setzt, so, und lässt den mal, äh, neun Stunden gepflicht über den Atlantik rasseln, dann wird dem irgendwann langweilig, der wird irgendwann einschlafen. Und diese, äh, diese Erfahrung müssen die Menschen halt machen. Das jetzt klingt sehr grausam, aber es ist noch niemand an Angst gestorben. Bildet man sich immer ein, glauben die Leute auch, da werden uns auch ganz viele Horror-Stories erzählt, Leute vor Angst gestorben, also mag jetzt mal sein, dass mal irgendjemand sich so erschrocken hat, dass ein, dass ein Herzinfarkt hatte oder so, ja, aber ein normaler Mensch, der unter einer Phobie leidet, der wird jetzt nicht sterben, weil er in einem Edeka steht. Der wird glauben, dass er stirbt, der wird, aber er wird halt de facto nicht sterben. Diese, das sind halt psychologische Faktoren und nicht physische, die jetzt den Körper dazu bringen, oh mein Gott, ich bin in einem Edeka, jetzt mache ich mich kaputt. Ne, das passiert halt nicht. Und, ähm, diese, also die, die Angststörung wirst du halt dadurch los, dass du dich mit dem, vor dem du Angst hast, eben in Ruhe konfrontierst. Und zwar direkt. Und es geht immer so, man, es gibt so einen landläufigen Mythos, dass das irgendwie durch Überwindung gehen würde, aber das ist, das ist es genau nicht. Also ich zum Beispiel habe ja Höhenangst, ja, und gegen Höhenangst hilft überhaupt nicht, äh, irgendwie vom Fünf-Meter-Brett mit verschlossenen Augen zu springen, äh, und dann zu sagen, jetzt habe ich es hinter mir. Gegen Höhenangst hilft, ähm, dich da halt, da halt wirklich hundertmal drunter zu springen und eine halbe Stunde oben auf dem Brett zu stehen und die ganze Zeit zu gucken und dir einzureden, wie unglaublich fürchterlich das ist und irgendwann zu merken, dass du dich da oben langweilst und es wird dir kalt, aber dass du nicht vor Angst gestorben bist, sondern dass die Angst halt irgendwann weg ist, weil der Körper, weil du dich halt irgendwann wieder langweilst. Und, langer Rede, ich habe ja gesagt, langer Rede, kurzer Sinn. Macht gar nichts. Konfrontation mit den Dingen, vor denen wir Angst haben, aber nicht irgendwie so eine, so eine Rambo-Konfrontation, sondern eben eine informierte, suchende, schauende, Konfrontation, äh, werden wir eben sorgenlos. So werden wir ängstelos. Und wenn wir zu viel Vermeidungsverhalten zeigen, ähm, dann entwickeln wir halt im Zweifelsfall, äh, einfach nur stärkere Ängste. Weil man einfach in die Situation, ich hab's ja doch überstanden, gar nicht kommt, gar nicht mehr. Genau, du kommst nicht in die Situation zu sehen, oder was du gerade sagtest, ne, du, du, du nimmst dir das, du nimmst dir die Möglichkeit zu erfahren, dass es nicht so schlimm war. was du gerade sagtest, also ich, zum Beispiel, ich bin ja gerade in der Meta-Ebene bei Tim, weil Tim und ich heute uns mit meiner Buchhaltung auseinandergesetzt haben. Es ist jetzt irgendwie Ende Oktober, ja, äh, äh, Ihr könnt euch also vorstellen, wie lange ich diese Buchhaltung vor mir hergeschoben habe. Ja, das hab ich also auch sehr, sehr, sehr vermieden und habe diesen Termin extra weit in die Zukunft gelegt und heute konnte ich's nicht mehr vermeiden, musste hier hin und wir haben uns mit dieser scheiß Buchhaltung auseinandergesetzt und, ähm, ich hab's tatsächlich überlebt, ja, und wenn ich das, wenn, wenn ich das jetzt immer weiter vermieden hätte, dann hätte ich mir die Erfahrung genommen, dass es gar nicht so schlimm ist und dadurch, dass ich die Erfahrung nicht habe, hab ich den Eindruck, dass es noch schlimmer ist. Also hab ich mehr Angst davor. Ja. Je länger ich sag, von mir her schiebe, umso mehr Angst bekommst, bekomm ich davor. Das macht man aber leider doch zu selten, nämlich nur einmal im Jahr, dass man, also in zwölf Monaten wahrscheinlich wieder vergessen hat, dass man's ja überlebt hat und dann ist die Angst wieder da, ne? Also so kenn ich das Steuererklärung. Ja, so kenn ich was. Dummerweise muss ich den Scheiß, äh, etwas öfter machen, aber, ähm, ja, klar, ne? Aber man, man könnte ja durchaus, wenn man jetzt darum, wenn man um solche Mechanismen weiß, könnte man ja zum Beispiel auch sagen, aha, dann nehm ich mir mal hier so ein schönes, äh, Wochenende Zeit, dann kauf ich mir, äh, irgendwie einen, einen ordentlichen Kaffee, den ich dann in der Kaffeemaschine zubereite und ein bisschen, äh, aufschäumbare Hafermilch und, äh, da kauf ich mir irgendwie, jetzt hätte ich gesagt, ein schönes Album oder ein schönes Hörbuch, ja, und, ähm, dann mach ich meinen Schreibtisch mal irgendwie clean und dann nehm ich mir das, nehm ich mir das Zeit und dann zelebriere ich Steuererklärung. Kannst du machen. Ja, kein Problem. Woher wusstest du, dass ich das nächstes Wochenende vorhabe? Weil Ende September ist. Sogar in Wien. Sogar in Wien. Ja. Oh ja. Wie machst du das denn, Claudia? Wie machst du das denn? Machst du das dann wirklich so, wie Linus gerade beschrieben hat? Ja, tatsächlich so in etwa. Naja, inszenieren halt auch nicht unbedingt, aber es ist halt so ein Ding von, äh, okay, äh, jetzt setze ich mich halt wirklich einmal hin, mach das, es tut letztendlich nicht weh, es macht halt keinen Spaß. Also, es ist jetzt keine Angst, aber es macht halt trotzdem keinen Spaß. Ähm, aber das ist so eine Sache von, nee, das mache ich mir dann zumindest nett. So. Ich versuche es mir dann zumindest irgendwie nett einzurichten, warte halt irgendwie auf so zwei Regentage und dann, ähm, ja, und dann freut sich auch immer der Steuerberater total, dass er Post von mir kriegt. Also, ich muss dazu sagen, äh, das, das klang jetzt wirklich so, als würde ausgerechnet ich hier immer so total entspannt mit, mit meiner Buchhaltung und Steuererklärung sitzen. Also, ich habe heute auch mehrfach geschrien, ja. Also, es war wirklich so, der Tim musste dann auch irgendwann mal raus, weil ich gesagt habe, weil ich das dann irgendwann auf ihn projiziert habe und mit, mit ihm dann schlecht umgegangen bin, aber dann haben wir das wieder, hat er dann irgendwann drüber weggesehen und, ähm, ich will auch nicht sagen, dass, dass ich das alles unbedingt immer leben würde, aber es ist halt, ähm, zumindest wichtig, das vor Augen zu haben, wie es sein könnte. Ja, ja. Ja, ja, um auch nicht in einer, ähm, in einer Haltung sozusagen zu, festzusitzen, sondern vielleicht auch noch zu gucken, komme ich da nochmal wieder raus. die sprichwörtliche Schlange, wie war das, Kaninchen vor der Schlange, ne, also, das Kaninchen könnte weghüpfen, ist aber, äh, erstarrt, äh, und ergibt sich seinem Schicksal, dabei könnte es was tun, aber es hat halt, ähm, nicht, weiß nicht, ob es verlernt hat oder nie gelernt, vielleicht einfach davon zu laufen oder diese berühmte Flucht vor dem herannahenden Zug immer entlang der Schienen, statt einfach mal rechts oder links von den Schienen runterzuspringen. Also, auf die Idee muss man aber auch erstmal kommen, so nah liegend sie halt auch ist, ne. Ja. Du wohnst jetzt in Berlin, Linus, aber ich glaube, ähm, wenn ich dich, wenn ich meine Erfahrungen mit dir so zusammenkramel, du hast irgendwie eine Assoziation zum Ruhrgebiet. Ähm, ja, ich bin, ähm, also, ich wohne jetzt, warte mal, wir haben 2019, ne, ich wohne jetzt ziemlich genau 15 Jahre in Berlin. Das ist, das wird jetzt in wenigen Tagen, müsste ich mal gucken, in wenigen Tagen, ein bisschen nochmal zurückschauen, aber wahrscheinlich bin ich am 1. Oktober, äh, hat wahrscheinlich mein Mietvertrag in Berlin begonnen. Meinst du, damit wärst du jetzt aus dem Status Neubürger raus? Zugezogen? Nö, aber das, das, das war jetzt eher, ach ja, das ist, also, ich sag mal, den Status Neubürger in Berlin, den hast du dann weg, wenn du aufhörst, die ganze Zeit behaupten zu müssen, du wärst Berliner, oder, das andere, was neu zugezogen die ganze Zeit machen, ist irgendwelche Kiez-Auseinandersetzereien, ja, also irgendwie sowas wie, ja, Neukölln ist aber jetzt irgendwie cooler als, äh, Kreuzberg oder, und in Prenzlauer Berg wohnen ja aber nur Jappis und die Kuhlen wohnen in Neukölln, wenn du dat irgendwann hinter dir gelassen hast, ähm, dann bist du auf jeden Fall schon mal, äh, aus der, aus diesem Neuzugangsding weg, das, 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 äh, machen so, machen die tatsächlich die Studierenden, äh, oder die Neuzugezogenen sehr viel, sich dann irgendwie meinen, irgendwelche Kiezbälle oder sowas, äh, äh, führen zu müssen, weil, weil die irgendwie in der City stehen oder sowas, ähm, ansonsten ist Berlin halt ne, ne, dann doch ja eben ne ausreichend große Stadt, dass jetzt hier niemand, also, ernst, also es gibt sehr, sehr wenige Menschen, die man jetzt in Berlin trifft, die dann auch wirklich hier, ähm, geboren sind. Gibt's? Aber die sind auf jeden Fall in der Minderheit. Mhm. Und wo kommst du jetzt her so ursprünglich? Ähm, ich komme aus dem, Rande des Ruhrgebiets. Ruhrgebiets? Also eine Stadt am, am Rand des Ruhrgebietes, ähm, wo ich, äh, aufgewachsen und zur Schule gegangen bin. Und dann, als das vorbei war, bin ich da relativ schnell weggezogen. Hatte das mit dem Ruhrgebiet oder dem Rand zu tun? Oder war das andere Gründe? Mhm. Also, ach, naja, also wenn du irgendwie dein, wenn du das Abitur und den Zivildienst hinter dir hast und dann, das ist ja so der eine Moment im Leben, wo du mal wirklich, ähm, frei eine, einen solchen Sprung machen kannst, ohne irgendwo verankert zu sein und irgendwelche Ausreden zu haben. Und dann habe ich mir natürlich gedacht, dann mache ich den natürlich, mache ich den am besten irgendwie, äh, so weit wie möglich, weil ich die, oder so, jetzt, hätte er auch ins Ausland gehen können. Ja, oder Dresden oder Leipzig, das wäre ja noch. Ja, aber ich, ja, aber da fand ich auch damals schon nicht, also fand ich jetzt nicht attraktiv. Ich fand irgendwie Berlin attraktiv und das war, ähm, irgendwie, es hätten, also München kam damals nicht in Frage, sehe ich heute auch anders, ähm, und es wäre jetzt halt irgendwie Hamburg oder Berlin gewesen, aber, ja, also es war schon irgendwie klar, ich wollte nach Berlin und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich mich für Berlin beworben und dann bin ich nach, äh, Berlin gezogen. Und da hast du dann? Viele andere haben das natürlich nicht gemacht, sind irgendwie in ihrer Region da geblieben oder so, ist auch in Ordnung. Ähm, ich wollte halt diese eine Gelegenheit nutzen, weil ich wusste, wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, ähm, in der Region zu studieren, dass ich dann im Zweifelsfall die nächsten sechs Jahre wieder da bleibe. Ja, wenn man jetzt nicht, äh, dieses Universitätshopping macht oder so, ne, wie zwei Semester hier, zwei Semester dort oder so. Ja, das ist mir aber auch wieder zu anstrengend, ehrlich gesagt. Du suchst doch nicht das Gemütliche oder doch? Ähm, pfff, naja, ich meine, ich bin immerhin 15 Jahre in Berlin geblieben, ne, ich hätte ja auch hier wieder weggehen können. Ich nehme an, dass es dir so gut gefallen hat. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch, ähm, und, ähm, andererseits ist es auch so, dass ich tatsächlich am, dann am Ende doch relativ wenig Zeit nur noch hier verbringe, weil ich sehr viel unterwegs bin und dann ist das auch okay. Also dann ist Berlin ganz gut angebunden. Der Flughafen, wir haben ja noch einen und, ähm, demnächst, also, anderthalb. Ja. Anderthalb. Und dann, äh, ist das okay. Vor allen Dingen habt ihr einen großen Bahnhof, das ist ja viel wichtiger in Zeiten der CO2-Reduzierung. Ja, also den, ja, ne, Berlin ist schon okay, aber je länger du in einer Stadt bist, desto mehr, äh, bist du da ja dann auch, ähm, also ich benutze den Begriff jetzt halt mal so, so investiert, ne, also je mehr, ähm, je länger du in einer Stadt lebst, umso, mit umso mehr Kosten ist es verbunden, da wieder wegzugehen. Freunde, die du dann halt seit 15 Jahren hast, ähm, und so weiter und so fort. Ja, da wird Claudia wahrscheinlich ein Lied von singen können, ne? Also, dein Sprung nach Österreich war doch sicherlich auch nicht so einfach. Ähm, ähm, ja, also damals, war das halt auch noch so mit, äh, also Studium hatte ich zwar gerade durch, das hatte ich halt noch in der Gegend gemacht, wo ich herkomme, also Hannover, und bin dann, äh, zum Doktorat nach Wien, ähm, also ich hatte da eine, eine ähnlich hohe Motivation letztendlich, ähm, aber, ja, also jobtechnisch habe ich Wien jetzt auch so ziemlich durchgespielt, äh, denke jetzt tatsächlich schon so seit, anderthalb Jahren ungefähr drüber nach, vielleicht hier doch immer wieder wegzugehen, ähm, aber es ist halt auch genau eben das, äh, Problem letztendlich an der Sache mit, also was der Linus halt auch gerade gesagt hat, ne, es sind ja hier halt auch Leute und Dinge und Verein und Stuff halt, und, ähm, also es ist, ich sag mal, wäre das Incentive groß genug, halt jetzt irgendwie die Stadt zu wechseln, ähm, wäre ich aber, glaube ich, trotzdem wieder dabei, also, so richtig. Das heißt, dein Investment in Wien ist jetzt nicht so hoch, dass du sagst, äh, wenn ich hier wegziehe, dann verliere ich wesentliche Teile meines Lebens. Ne, das würde ich jetzt so nicht sagen, also es ist ja doch schon eine ganze Menge, äh, Kram, was, was ich mir hier halt aufgebaut habe, oder nicht nur mir, sondern halt auch mit anderen Leuten zusammen, ne, also wir haben hier, ähm, den, den Chaos Computer Club in der Stadt eben wieder regründet und, und aufgepäppelt in Anführungsstrichen. Wir haben hier die Privacy Week ins Leben gerufen, die wir hier jedes Jahr machen, ähm, wo ich halt auch immer noch sehr mit drin hänge und das sind auf jeden Fall Dinge, die mir dann fehlen werden. Aber, ähm, das heißt ja nicht, dass ich, dass ich nicht woanders nicht auch wieder noch was machen kann. Es ist, ich bin jetzt eher so gedanklich an dem Punkt von, ähm, ich würde jetzt ganz gerne, wenn ich jetzt nochmal irgendwo anders hingehe, das relativ bald machen, solange ich irgendwie meinen Arsch noch hochkriege und, und noch genug, äh, in Anführungsstrichen Kraft habe, tatsächlich nochmal irgendwo sinnvoll, äh, mich einzubringen, ja. Also wir haben, wir haben hier alle irgendwie so unser Leben, und ich möchte das eigentlich hier nicht irgendwie durch die Gegend bummeln, sondern ich würde eigentlich ganz gerne nochmal ein bisschen die Welt bewegen. Also, so halt, so gut das eben irgendwie geht, ne, jeder mit, mit seinem Leben. Und, ähm, ähm, ja, also das sind bei mir jetzt aber auch, äh, also ich bin jetzt 14 Jahre hier in Wien, ziemlich genau. So, nächsten Mal. Da habe ich ungefähr die gleiche Erfahrung, ja, gleiche Zeit. Ja. Ja, zur, zur Promotion ist so der andere, ganz gute, äh, Schnitt nochmal irgendwie woanders hinzugehen, ne, weil man sich ja dann vielleicht auch nochmal fachlich orientiert oder so, ähm, war das bei dir der Grund oder? Äh, einer von zweien. Der zweite war, war persönlicher Art, äh, da hatte ich halt, äh, jemanden kennengelernt, das hat sich dann allerdings ziemlich schnell erledigt, aber eben, äh, Uni bin ich eine ganze Weile geblieben. Die Doktorarbeit ist dann eben für die Vollzeitstelle als Projektmanager einer Webentwicklung in die Schublade gewandert. Ja, das ist so, so ist das im Leben manchmal. Genau. Wieder zurück zu dir, Linus, warum hast du dich für Psychologie entschieden als Studienfach? Achso, ja, ähm, also, äh, ich hab ja schon auch als Jugendlicher, ähm, und als Anfang 20-Jähriger, äh, relativ viel Zeit an Computern verbracht, und dann haben meine Eltern gesagt, Linus, du, das wäre vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn du dich irgendwie mal ein bisschen mit Menschen auseinandersetzen würdest. Oh Gott, das will ich. Und dann, dann hab ich das gemacht, und, äh, dann hab ich mich auch wieder den Computern zugewendet. Ja, dann hatten deine Eltern von der Psychologie schon ein bisschen anderes, eine andere Vorstellung, ne? Nein, also, ganz, Quatsch, das ist so ein bisschen, ich hab, ähm, ich fand das tatsächlich interessant, also, ich hab durchaus, glaub ich, bei dem, schon bei der Wahl, diese Studiens nicht, äh, vor, nicht beabsichtigt, jemals als Psychologe zu arbeiten. Da bin ich, also, das war mir schon damals relativ klar, dass ich das im Zweifelsfall nicht als Beruf haben möchte, und, ähm, hab natürlich, bin so durch Phasen gegangen, wo ich so dachte, ah ja, okay, vielleicht ist das in Ordnung, aber, ähm, ich bin, glaub ich, auch ganz froh, dass, äh, dass ich da halt nicht versucht habe, irgendwie beruflich was zu machen. Wenn, dann wäre ich, ähm, wenn, also, wenn ich in der Psychologie, was hätte werden können oder geworden wäre, dann wäre das halt irgendwie, wäre ich an der Uni geblieben. So, das wäre jetzt so die einzige Option, die ich dann auch am Ende des Psychologiestudiums hatte, und auch angeboten bekommen habe, und, äh, dann habe ich gesagt, ja, äh, okay, aber ich mache jetzt erstmal ein Praktikum bei Netzpolitik.org, und, dann, dann bin ich da. Sehr naheliegend. Ja, meinen Professor fand das, glaube ich, überhaupt nicht witzig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hat, hat da relativ wenig Verständnis für gehabt, weil er hatte auch ein sehr, ähm, ähm, also für universitäre Verhältnisse, sehr großzügiges Angebot, mich da in den, äh, Lehrstuhl zu integrieren, und, äh, das habe ich, ähm, dann nicht wahrgenommen. Uiuiui. Aber, ähm, wie hast du denn, also, da kommt ja so ein bisschen Eigenerfahrung aus. Ich habe auch etwas studiert, von dem ich gedacht habe, das wird niemals ein Beruf für mich, so richtig jedenfalls, ähm, und das war, ich fand es sehr, sehr schwer, da irgendwie die Motivation aufrecht zu erhalten. Am Ende war es so, so eine, so eine nüchterne Entscheidung, so, du musst es jetzt zu Ende bringen, denn du brauchst diesen Abschluss, du brauchst dieses Zertifikat irgendwie, denn sonst bist du in Deutschland nichts. Egal, was du danach machst, aber du brauchst irgendwie dieses Stück Papier, wo Diplom oben drüber steht, oder heute Master, oder was auch immer. Ähm, das hat, und glückliche Umstände, dass ich, mit Menschen zu tun bekommen habe, die mich einfach quasi Huckepack genommen haben und mitgeschlört haben. Ähm, ansonsten wäre ich da wahrscheinlich aber baden gegangen. Was hat dich denn motiviert? Also erstmal herzliches Beileid, dass du dich durch ein, äh, Studium quälen musstest, was dich jetzt nicht irgendwie, ähm, interessiert hat. Das ist, das ist natürlich tragisch, wenn das, äh, wenn das einen so erwischt. Ähm, Ich hab tatsächlich, ähm, in dem Psychologiestudium, äh, sehr viel Freude gehabt, hauptsächlich an dem, was mir dabei gebracht wurde. Ja, super. Ähm, Psychologie ist jetzt, also, es gibt eine sehr, ähm, verzerrte Wahrnehmung des, der Wissenschaftspsychologie und des Studiums der Psychologie, ähm, dort draußen in dieser Welt. Und das, äh, äußert sich, zu, in gewissem Ausmaß auch in den Menschen, die, äh, Psychologie studieren. Da sind nämlich dann irgendwie so Leute, die, äh, also, und es gibt unterschiedliche Motivationen, Psychologie zu studieren. Einige haben halt, was weiß ich, das Interesse, den, äh, Beruf der Psychotherapeutin auszuüben. Ähm, einige andere wollen irgendwie forschen. Aber ehrlich gesagt, die meist, also, naja, ich mache jetzt keine, keine Mengenaussagen, aber es gibt ein paar Vorurteile über Psychologiestudierende und ein paar davon stimmen. Und es gibt die, die diesem Vorurteil entsprechen, die fluchen dann immer, Psychologie sehr viel mit Statistik und Modellierung und solchen Sachen zu tun hätte. Und da müsste man sich dann durchbeißen, ähm, damit man das Studium übersteht, damit man dann endlich Therapeutin werden kann oder so. Und das finde ich, ähm, sehr bedauerlich, weil Psychologie ja eine Wissenschaft ist und an der Universität, an der ich sie studiert habe, auch, ähm, als Naturwissenschaft geführt wird. Mit anderen Worten, mit sehr strengen Anforderungen an Empirie, Datenauswertung und Sonstiges. Und das, äh, finde ich ausgesprochen wichtig und auch ausgesprochen interessant. Und, ähm, gleichzeitig hatte ich natürlich, dadurch, dass es da viel um Datenanalyse und am Ende halt Sachen am Computer machen, auch teilweise, äh, Analysen halt coden geht, hatte ich jetzt tatsächlich einen relativ großen, ähm, Vorteil in diesem Studium, den ich auch, äh, nutzen konnte. Also, das war in den wenigsten Fällen uninteressant, dieses Studium. Muss ich wirklich sagen. Das ist enorm interessant gewesen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt über, äh, tatsächlich einfach auch, wie man Wahrheit findet, ja? Also, was die, was die, naja, was die, naja, was die Wahrheit findet. Ja, jetzt wird es aber richtig interessant. Naja, aber das, also, ja, sorry, das ist ja, ja, klar, naja, gibt es ja empirisch ganz klare Vorgaben, wie die Erkenntnistheorie der Empirie funktioniert. So, wie, wovon auszugehen ist, ne, wie wir meinen, also in der empirischen Psychologie oder in empirischen Naturwissenschaften eben hauptsächlich durch Datenerhebungen und dann Gesetzmäßigkeiten in den Daten finden. Und die Datenerhebung muss eben möglichst frei von Verzerrungen sein. Nein, das ist in der Physik eine Aufgabe, die sich dann eben in der Konstruktion guter Messinstrumente und möglichst stabiler Versuchsbedingungen äußert, um sehr genau zu messen. In der Psychologie ist das eben ein bisschen intellektuell fordernder, weil du quasi dieses, die Störeinflüsse in deinem Experiment ja sehr, sehr, sehr viel größer sind und du zum Beispiel auch nicht weißt, mit welcher Variable du gerade, in welcher Variable du vielleicht zu viel oder zu wenig Varianz hast, dass deine Ergebnisse jetzt noch in die Nähe der allgemeingültigen Wahrheit kämen. Und dann zuletzt noch hast du ja in der Psychologie eben Zusammenhänge, die nicht unbedingt oder die eigentlich nie deterministisch sind. In der Physik versuchst du Naturwissenschaften zu finden, wie, keine Ahnung, wenn ich den Apfel loslasse, fällt der runter. In der Psychologie versuchst du halt irgendwie so Wahrscheinlichkeiten für Verhalten zu finden, was die ganze Sache einfach nur sehr, sehr viel komplexer macht, sowohl in der Datenanalyse als auch im Finden geeigneter Untersuchungssituationen für dein für dein Untersuchungsmerkmal und so. Also das war intellektuell durchaus sehr, sehr reizvoll. Also genau der Teil, den eigentlich alle die Stereotypen Psychologiestudierenden nicht mögen, Methodenlehre, Statistik, Modellierung, dieser ganze Kram, den fand ich äußerst äußerst interessant. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe als physendische Hilfskraft in der Organisationspsychologie gearbeitet. Also ich habe da ein paar Jahre auch als Versuchsleiter in Anführungszeichen Studien durchgeführt, Reizreaktionsgeschichten, Anreizsysteme, wo dann quasi gemessen wurde, wie lange oder wie schnell kann eine Person auf einen gegebenen Reiz reagieren und ändert sich das, wenn man ihr zum Beispiel 10 Euro oder damals 10 D-Mark Belohnung in Aussicht stellt, wenn sie dann beim nächsten Durchgang irgendwie 10% schneller ist oder so und da hatte ich das Gefühl, die Operationalisierung ist doch eher so mit dem Hackebeil so ganz grob in Holz gehauen. Es tat mir ein bisschen weh, die Vielfalt der menschlichen Existenz auf den Reiz 10 Mark oder 10 Euro liegender auf dem Tisch zu reduzieren und so ähnlich war das damals als diese Cambridge Analytica Geschichte hochkam, wo dann gesagt wurde, ja wir haben hier fünf Dimensionen und wenn wir diese Dimensionen so und so und so parametrisieren, dann machen die Menschen genau dieses und jenes, als wenn es eine Horde von Schafen wären, wo der Hund drum herumläuft und der sagt ihnen, du musst da und da hinlaufen. Da sträubt sich in mir alles, weil ich denke, so einfach kann es nicht sein, aber Ich habe ja am Lehrstuhl für Persönlichkeitspsychologie gearbeitet und mein Diplomarbeitsthema war auch im Bereich der Persönlichkeitspsychologie und wenn du jetzt, also wenn man berücksichtigt, wie es zu diesen fünf Dimensionen der Persönlichkeit gekommen ist, dass da irgendwie so etwas wie, ich müsste jetzt gucken, wie viele Jahre psychologische Forschung da drin waren, bis am Ende diese fünf Faktoren der Persönlichkeit rausgekommen sind, aber halt wirklich mehrere Jahrzehnte, wenn nicht wahrscheinlich bis zu, ja, ich würde schätzen irgendwas sowas wie 40 Jahre oder sowas, dann würdest du diese, würdest du die Faktoren halt auch vielleicht besser in ihrer Bedeutung verstehen, die werden natürlich in der Berichterstattung über irgendwie Cambridge Analytica werden die natürlich fürchterlich übertrieben dargestellt, ja, das ist, das ist auf jeden Fall klar, aber es ist tatsächlich so, dass die fünf Faktoren, in denen Persönlichkeit beschrieben wird, im Prinzip eine, eine, das Kondensieren sind von allen Persönlichkeitseigenschaften, die ein Mensch hat und wenn du jetzt überlegst, okay, wie, also wie man zu den fünf Faktoren gekommen ist, ist im Prinzip, wenn du jetzt sagst, ein Mensch hat eine Eigenschaft, was ist überhaupt eine Eigenschaft? Ja, wenn man jetzt sagt, was weiß ich, der, ähm, würde ich jetzt, äh, tatsächlich einfach mal Forrest Gump zitieren, ne, dumm ist, wer dummes tut, ja, solange du nichts dummes tust, kannst du auch nicht dumm sein, ja, äh, das heißt, in der, in der Persönlichkeitspsychologie sagst du eigentlich, eine Eigenschaft ist eine Verhaltenstendenz, ja, das ist, das ist das, was, ne, was ein, ein dummen Menschen macht aus, dass er Dummes sagt und Dummes tut und einen klugen Menschen macht aus, dass er, ähm, Kluges tut und Kluges sagt, ja, jetzt ist natürlich das Ding Kluges sagen ist sehr viel einfacher als Kluges tun, also, na, muss man dann irgendwie überlegen, okay, woran kann ich denn jetzt einfach die Klugheit eines Menschen messen, dann kommst du irgendwann zum Beispiel zu so Faktoren wie, äh, in irgendeiner Form beruflicher Erfolg, ja, oder solchen Dingen. Und jetzt hast du, ähm, hast du irgendwie eine Eigenschaft definiert, das, was ich jetzt gerade mal grob definiert habe, ist, eine Eigenschaft, die wir versuchen, Intelligenz zu nennen. Und dann gehen die Menschen hin und sagen, jetzt möchten wir, äh, die Leute in Intelligenz messen, ja. Genauso gut könnte aber auch, ähm, was weiß ich, oft kacken gehen, eine Eigenschaft des Menschen sein. Soll ich gerade sagen, pfeifen durch die Gegend laufen, ist auch eine Eigenschaft. Ist auch eine Eigenschaft, ja, und, äh, oft kacken gehen, pfeifen durch die Gegend laufen, Podcasten, alles, was eine Verhaltenstendenz ist, ähm, dann hast du theoretisch eine Eigenschaft des Menschen. Jetzt ist aber natürlich klar, dass bestimmte Eigenschaften miteinander korrelieren. Also, mit anderen Worten, wenn die eine Eigenschaft oder die eine Verhaltenstendenz bei dem Menschen auftritt, dann tritt eine andere Verhaltenstendenz mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auch auf. Das heißt nicht, dass die beide immer gleichzeitig auftreten, aber mit erhöhter Wahrscheinlichkeit. Ähm, so klassische Zusammenhänge, die es da gibt, ist, ähm, Menschen, die in IQ-Tests höher abschneiden, ne, Entschuldigung, der Zusammenhang ist andersrum, Menschen, die klassische Musik hören, äh, und Menschen, die Metal hören, bekommen überdurchschnittliche IQ-Ergebnisse. Das heißt nicht, dass alle, die Metal hören, besonders intelligent sind, das heißt aber, dass der Durchschnitt... Jetzt machst du ja das Feinde. Na, Moment, ich, das ist einfach nur eine Forschung, ne? Entschuldigung, ich muss sagen, gewisse Menschen denken, die wissen jetzt genau, wer gemeint ist. Entschuldigung. Aber, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, was weiß ich, ne, äh, die normal, wenn du alle Menschen nimmst, nimmst, was weiß ich, 500.000 Leute, lässt den IQ-Test machen, ähm, dann kriegen die im Schnitt, wie viele Punkte, das weißt du genau? Wie viele Punkte kriegt der Durchschnitt im IQ-Test? Pfff, keine Ahnung, 80? 100. Ähm, ach so, das ist genormt, ja, ja gut, so, ja, 100. Der IQ-Test ist genormt auf 100, Standardabweichung 15, ja, und zwar aus dem einfachen Grund, dass man, äh, den Leuten, auf gar keinen Fall sagen wollte, dass, dass das Kind einen negativen IQ hat, ja, also der würde, äh, normalerweise würde man Werte Z standardisieren, aber okay, beim IQ hat man gesagt, nee, können wir nicht machen, wir können nicht sagen, ihr Kind ist minus 0,3 klug, ja, ja, perfekt durchschnittlich kluges Kind, aber, ähm, deswegen ist IQ-Test halt auf 100 und am Standardabweichung 15, das heißt, äh, der durchschnittliche Wert, wenn du jetzt wirklich 500.000 Menschen prüfen würdest, dann wäre der durchschnittliche Wert 100. Wandelte sich aber im Laufe der Jahre, ne? Also, ist es nicht mehr derselbe? Der IQ-Test wird nachnormiert, das stimmt, eben, ne? Eben, der ist nicht stabil. So, jetzt nimmst du, jetzt nimmst du von den 500.000 die paar raus, die Metal hören, bildest der einen Durchschnittswert, dann stellst du fest, der ist höher. So. Ist jetzt erstmal eine, äh, Feststellung, ja, das, äh, jetzt kann man sich lange darüber Gedanken machen, warum das so ist und wenn du dir darüber lange genug Gedanken gemacht hast und dann immer mehr solche Eigenschaften korrelierst und du definierst irgendwelche völlig wirren Verhaltenstendenzen, ähm, und ohne die jetzt Theorie geleitet herzuleiten, ne? Also, was weiß ich, pfeift auf dem Weg, geht bei Rot über die Ampel, kackt ein- oder zweimal am Tag, ähm, und so weiter, Podcast, äh, hört die und die Musik, nimmst du alle diese Eigenschaften und dann guckst du, welche, äh, korrelieren miteinander. Ja, hier ist schon ein sehr kluger Kommentar im Chat, Kausalität ist halt was anderes, ja, deswegen rede ich auch nicht über Kausalität, ähm, das ist ein Begriff, den ich überhaupt nicht verwendet habe, aber da sehen wir schon, da ist jemand vom Fach, ähm, ähm, also, ähm, jetzt nimmst du alle diese Eigenschaften, diese Verhaltenstendenzen, die Menschen haben und sagst, welche korrelieren denn miteinander? So, einfach mal nur, was beobachten wir denn? Und, dann, kristallisieren sich tatsächlich fünf Bereiche heraus, in denen, ähm, quasi, äh, Verhaltenstendenzen, die Menschen, Menschen haben, miteinander in Zusammenhang stehen. So, das ist auch gar nichts besonders Komplexes, da ist dann halt irgendwie sowas wie jemand, der, du wirst zum Beispiel sowas rausfinden wie, die Leute, die auf der Straße pfeifen, ähm, die geben an, dass sie mehr Freunde haben oder die sind, äh, die haben ein aktiveres Sozialleben. Kommt drauf an, die Sieb pfeifen. Gott, es gibt auch Menschen, da würden die anderen davonlaufen, weil es so schlecht ist. Genau, das ist auch, das, das mussten wir im, im, im ersten Semester dann auch immer oft, ähm, das mussten wir im ersten Semester oft erklären, weil, da melden sich dann immer Leute und sagen, bei meiner Tante ist das aber anders. Genau, ja, bei deiner Tante ist das anders, die pfeift so scheiße, dass niemand mit ihr was zu tun haben will. Richtig? Deswegen reden wir eben auch von Korrelationen und nicht von, ähm, festen Zusammenhängen. Aber jetzt hast du halt irgendwann so eine, so eine Situation, dass du halt, dann hast du halt so und so viel tausend Studien gemacht und so und so viel Verhaltenstendenzen definiert und dann stellst du irgendwann fest, es gibt quasi Bereiche, die korrelieren miteinander, es gibt andere Bereiche, die korrelieren nicht miteinander. Ähm, und jetzt kommt, vielleicht erinnerst du dich an, äh, den Begriff der Orthogonalität, ähm, Orthogonalität im, im Raum, also quasi unterschiedliche Dimensionen, ja, du kannst also quasi sagen, das Beste, das, das Beste, was wir uns vorstellen können noch im Kopf ist, äh, naja, also, äh, nimmst du drei Dimensionen, ja, so, dann hast du drei Dimensionen, du kannst auf der X-Dimensionen alle Werte annehmen, ohne dass sich auf der, äh, Y- oder Z-Dimensionen etwas ändert. Mhm. Ne? Und, ähm, wenn du jetzt versuchst, diese ganzen Korrelationen zwischen unterschiedlichen Verhaltensweisen so zu schieben, dass du möglichst die auf solche Dimensionen legst, nämlich sagst, okay, ähm, es gibt jetzt die einen Verhaltensweisen, pfeifen, äh, viel in der Kneipe sein, äh, viele Freunde haben, oft auf Konzerte gehen. Gang nicht vergessen. Bitte? Stuhlgang nicht vergessen. Ne, der kommt, der kommt später. Ach, der kommt später, okay. Ja. Die liegen jetzt, die liegen jetzt so auf einer Dimension, auf der die so richtig schön korrelieren. Ach so, ja, 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 ja. Und jetzt nehm ich, jetzt nehm ich die anderen, die damit alle nicht in Zusammenhang stehen und versuch da wieder eine Dimension durchzuführen und zwar versuch ich die so zu führen, dass die möglichst orthogonal zu der anderen Dimension ist. Das heißt, dass, wenn ich jetzt auf der nächsten, äh, Dimension, nehmen wir mal, was weiß ich, ähm, häufig zur Toilette gehen und häufig die Hände waschen und, ähm, irgendwie, äh, äh, was weiß ich, unglücklich sein, äh, wenig Freunde, ähm, Sorge, reist nicht, fliegt nicht, ähm, hat Angst vorm Fliegen, hat Angst vorm Spinnen, hat Angst vorm, hast du nicht gesehen, dann hast du wieder so eine neue Dimension, ja. und, äh, 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 diese beiden Dimensionen, die ich jetzt grob versucht habe zu beschreiben, wären jetzt, was weiß ich, Extraversion, Neurotizismus, sind zwei davon. Jetzt kommt noch, ähm, Offenheit für neue Erfahrungen, das ist so der Kultur- und Intelligenzfaktor, da würdest du dann irgendwie sowas drauf haben, wie geht ins Theater, setzt sich mit Politik auseinander, hat studiert und sowas alles, ja, ähm, Neurotizismus, Extraversion, Offenheit für neue Erfahrungen, Verträglichkeit, ähm, ist dann irgendwie so Streitereien oder sowas, ne, also ist das ein Mensch, der, ähm, viel in, in Konflikt mit anderen steht und, äh, dann gibt's noch Gewissenhaftigkeit. So, und diese, es stellt sich halt raus, dass die meisten Verhaltensformen, die wir vorher jetzt irgendwie wild definiert haben, am Ende mit, sich als eine Kombination oder als eine, ähm, auf einer dieser Dimensionen sehr gut darstellen lassen. Und deswegen sind diese fünf Faktoren der Persönlichkeit, ähm, relativ gut geeignet, möglichst viel Verhalten von Menschen vorherzusagen. Das heißt nicht, dass wir alle nur, dass es nur fünf Dimensionen der Persönlichkeit gibt, ähm, aber das heißt, ist, dass wir durch diese fünf Faktoren, ähm, mit möglichst wenig Information, möglichst viel Verhalten der Menschen vorhersagen können. Dafür wurden die quasi gebaut. Also es ist einfach nur eine, ähm, das ökonomischste Maß, ja, die beste, die beste, der beste Kompressionsalgorithmus Algorithmus für eine Persönlichkeit, die du hast, da geht unglaublich viel verloren, aber du hast immer noch alles drin, weißt du? Also du kannst so, du hast, ähm, es ist halt, ähm, jetzt fange ich an mit McKinsey spreche, aber es ist halt, ähm, Miesi, ne, Mutually Exhaustive und Categorically Exhausting, ähm, also es ist alles drin, und die Dimensionen schließen sich gegenseitig aus, weil wenn die sich, äh, wenn sie sich gegenseitig ausschließen würden, dann kannst du es halt komprimieren, dann würden sie ja korrelieren, also kannst du es komprimieren. Und deswegen sind diese fünf, fünf Persönlichkeitswerte eine sehr, ähm, ähm, eine sehr komprimierte und ökonomische, ökonomisch geeignete Variante Persönlichkeit zu erfassen. Ja, okay, das, das kann ich auch, ähm, kann ich auch gut nachvollziehen und auch anerkennen, was aber doch ein bisschen daraus kolportiert wurde, war, also ich sag's mal ein bisschen platt, ich hab einen Menschen, der hat so fünf Schieberegler, wie so, so ein Mischpult irgendwie auf der Brust, und das sind die fünf Dimensionen, und ich stell dem jetzt auf diesen Schiebereglern irgendwelche Parameter ein, und dann verhält er sich so und so, weil er ja quasi, ähm, das ist natürlich Unsinn, oder so. Und da muss ich sagen, das ist eben, weil eben, es sind ja nur Wahrscheinlichkeitsaussagen, und es, es ist klar, es ist eine Abstraktion von tausend möglichen Dimensionen, da haben wir jetzt ja die fünf stärksten irgendwie, oder so, so wie du schon sagst, eine Kompression auf fünf stärkste heraus, das bedeutet aber nicht, ähm, dass dadurch eine Steuerung eins zu eins möglich ist, und das war ja das, was sie so ein bisschen verkauft haben, dagegen habe ich mich unglaublich gewährt, innerlich. Ja, das mag, das mag sehr gut sein, das passiert den meisten Leuten, wenn sie, ähm, wenn sie jetzt, sag ich mal, Ergebnisse der Psychologie, ähm, feststellen, also wir, wir kommen uns ja, wir sind ja alle, ich will nicht so sagen, wir sind ja, wir sind ja, wir analysiert sein, oder warum? Nein, wir sind ja, wir sind ja alle, wir sind ja alle ganz besonders, genauso wie die anderen auch. Nee. Und wir möchten ja gar nicht anerkennen, dass, 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 also wir, wir stellen uns ja alle vor, dass wir irgendwie Herrinnen unseres Lebens sind und so, ne, und das ist, dass wir ganz, ganz besondere Leute sind, das stimmt natürlich, aber, ähm, trotzdem gibt es eben gewisse, äh, ich will jetzt nicht Naturgesetzmäßigkeiten, aber schon Gesetzmäßigkeiten, äh, wie Psyche in unseren Gesellschaften funktioniert. Und, ähm, um jetzt nochmal das, um das Cambridge Analytica noch kurz richtig, oder grob richtig einzuordnen, ähm, natürlich, da stimme ich total dir zu, war die gesamte Berichterstattung darüber unterirdisch, weil keiner, die, also die wenigsten Menschen, die darüber gelesen haben und auch die wenigsten Menschen, die darüber geschrieben haben, hatten Ahnung davon, was irgendwie die fünf Faktoren der Persönlichkeit tatsächlich bedeuten, wo die herkommen, wie man die misst, warum man die misst und welche Verhaltensvorhersagekraft haben. Es gab aber einen, ähm, es gibt einen Faktor der Persönlichkeit, der, ähm, tatsächlich sehr, sehr gut geeignet ist, in diesem einen Anwendungsfall, den Cambridge Analytica da gerade hatte. Ähm, ähm, oder, lass mich kurz überlegen, im Prinzip, die Kombinationen. Also, und das leuchtet dir auch sofort ein. Also, erinnere dich nochmal, Neurotizismus, also Neurotizismus übersetzt auf den Angstfaktor, Ängstlichkeit, ja, hat nichts damit zu tun, dass Leute eine Neurose haben, ist einfach aus der, aus der Begriffformung in der Psychologie so, also Ängstlichkeit, so. Ängstlichkeit, so, damit können wir politisch schon ganz gut arbeiten. Oh ja. Extraversion, okay, Extraversion, also heißt, hat viele Freunde, geht gerne auf Leute, geht gerne auf Leute zu. Gut, da können wir politisch vielleicht auch mit arbeiten, aber okay. Offenheit für neue Erfahrungen, der Kulturfaktor, ja, also, korreliert stark mit Intelligenz, korreliert stark mit, ähm, äh, ja, also kultureller Teilhabe und, äh, wird den Leuten auch nicht, nicht allen gefallen, äh, korreliert mit liberalen Werthaltungen, ja, also tatsächlich, äh, ist es so, dass, äh, intelligentere Menschen, ähm, eher offen sind für Neues, weil anders könnten die auch diese Intelligenz nicht erreichen, ja, weil sie ja eben ihre Augen die ganze Zeit verschlossen hätten, ähm, dann kannst du halt, gut, dann gibt's noch Inselbegabung und bei meiner Tante war das auch so, aber hier geht's ja eben über die Gesamtheit der Menschen, also, äh, Offenheit für neue Erfahrungen, okay, Intelligenz, können wir mal irgendwie in den Augen behalten, dann Verträglichkeit, na, vielleicht auch nicht unbedingt so brauchbar, aber wenn jemand wenig verträglich ist, heißt das, den können wir unter Umständen, äh, ganz gut aufhetzen, ja, und dann hast du, N, E, O, V, G, N, E, O, V, Gewissenhaftigkeit, ähm, also, dass, dass die Menschen halt zum Beispiel so, also, wenn man etwas versprochen hat, dann muss man sich daran auch halten, so, und jetzt, äh, jetzt stell dir mal Leute vor, die zum Beispiel, äh, in den USA, ne, wir haben jetzt die Wahl zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, und jetzt stell dir mal eine Person vor, die, ähm, stark auf dem Kulturfaktor ist, also Offenheit für neue Erfahrungen, Intelligent, Kultur und so weiter, und Gewissenhaft, ja, und dann stell dir die Frage, was müsstest du der präsentieren, damit sie nicht Hillary Clinton wählt, und dann würdest du halt zum Beispiel sowas machen, wie, äh, der, äh, möglichst präsentieren, hier, guck mal, Hillary Clinton und so, ne, der Korrupt, äh, Clinton Cash, dieses Buch, was der, äh, Bannon auch geschrieben hat, und so, der würdest du quasi sagen, äh, Hillary Clinton ist eine, äh, verlogene Person, der man nicht vertrauen kann, diese Person hat keine Ehre, und jemand, der jetzt irgendwie hoch in Offenheit für neue Erfahrungen, und hoch in Gewissenhaftigkeit ist, der würde halt, oder die würde dann halt sagen, oh, das, da, da wären aber jetzt wirklich meine Werte betroffen, und dann vertraue ich dieser Person nicht mehr. Wenn du jetzt andererseits eine Person hast, die irgendwie stark auf, äh, also stark auf dem Neurotizismusfaktor ist, der würde es halt vor irgendetwas Angst machen, vor allem, wenn sie gleichzeitig, ähm, niedriger ist auf dem Offenheit für neue Erfahrungen, ne, das sind so Menschen, da könntest du unter Umständen Erfolg haben, wenn du irgendwie, was weiß ich, Angst machst vor, vor Migration, oder so, und dann sind tatsächlich, wenn du jetzt diese Faktoren so durchgehst, und daraus dir bestimmte Kombinationen anschaust, kannst du, ähm, zielgruppengerichtete Werbung auf jeden Fall, ähm, besser machen, als wenn du dieses Vorwissen nicht hättest. Ja, klar. So, das jetzt, das ist die Methodik, die die dir angewendet haben. So, dass du damit nicht ein, äh, einen haushohen Sieg machst, ist auch klar, so, und diese, ich glaube, dieses ursprüngliche, äh, Interview zu diesem Thema, war ja dann da dieser, äh, wir haben eine Bombe gebaut, oder was, war das nicht das mit der Bombe? Der Tick, genau, ich habe, ich habe die Bombe, ja, ich habe die Bombe nicht gebaut, ich habe nur gezeigt, dass es sie gibt. Aha, so, rechts und links, die rechts und links eine Ohrfeige, sofort zurück ins Grundstudium, ja, totaler Idiot, ja, so kann man halt nicht über seine Wissenschaft sprechen, hat man halt versagt, totale, total daneben, ja, abgesehen davon, dass er die auch sicherlich nicht gebaut hat, oder gezeigt hat, dass es sie gibt, also völlig daneben, bin ich ganz bei dir. Ja. Ähm, wenn wir uns aber dann anschauen, mit welchen marginalen, äh, Stimmenvorteilen, sowas wie der Brexit passiert ist, und dass Donald Trump ja quasi, ich meine, der hatte ja drei Millionen Stimmen weniger als er. Ja. Der hatte nur in den entscheidenden, der hatte nur in den entscheidenden Staaten marginale Vorteile und wenn du dir dann anschaust, ähm, wenn du dir einen Grafen malst, wo du die Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahlen der USA nach Republikaner und Demokraten drauf malst, dann, und den ein bisschen korrigierst und so, dann siehst du im Prinzip, dass die Republikaner einfach immer genau gleich viele Stimmen kriegen, also, im übertragenen Sinne, da sterben Leute, wachsen neue nach, aber die, die, der Stimmanteil der Republikaner ist, ähm, gleichbleibend, quasi. Über die Jahre stabil. Über die Jahre stabil. Wahlentscheidend ist, ob die Demokraten mehr oder weniger mobilisieren können. Ah, okay. So, und diese ganze Cambridge Analytica-Kampagne zielte darauf ab, es war völlig klar, und das ist auch zum Beispiel das, was, äh, in der öffentlichen Wahrnehmung eben auch völlig nicht rübergekommen ist, wie darüber berichtet wurde, ähm, es ist völlig klar, dass du einen Menschen nicht, äh, von einem Hillary-Sympathisanten zu einem Trump-Wähler oder einer Trump-Wählerin machst, ähm, dadurch, dass du irgendwie die fünf Faktoren der Persönlichkeit kennst und irgendwelche Facebook-Werbungen machst. Das ist totaler Unsinn. So, was aber natürlich schon funktioniert ist, dass du bestimmte Personen, die ohnehin schon an Hillary Clinton zweifeln und sagen, ey, ich wähl, also ich wähl die Clinton echt nur, um diesen Trump zu verhindern, dass du an deren Gewissen, ähm, appellierst und sagst, hör mal, du kannst doch auch einfach mal nicht zur Wahl gehen. Ganz ehrlich, wenn, wenn die, auf der einen Seite ist Donald Trump, nur über deine Leiche würdest du den wählen, okay, aber Hillary Clinton kannst du auch nicht wählen, also, ganz ehrlich, gehst du heute einfach mal nicht hin. Und über solche, davon brauchst du dann nicht so viele, und, ähm, Cambridge Analytica hatte ja mehrere Millionen Menschen, ähm, aber ich glaub, ist mal ein zwei- oder, zwei- oder dreistelliger Millionenbetrag, ähm, müsste ich nochmal genau nachschauen, dann kommt das schon auf einmal in Greifbare näher. Ja, zu sagen, okay, du hast nicht, du hast nicht das Land manipuliert, Donald Trump zu wählen. Du hast halt, was weiß ich, vielleicht ein paar hunderttausend Menschen dazu bewogen, obwohl sie Trump nicht mögen, auch nicht Hillary Clinton zu wählen. Und dann wird da auf einmal ein Schuh draus. verkauft sich halt nur auf der ersten Titelzeile, ähm, nicht so großartig. So differenziert nicht, genau, ne? Da möchte man lieber den Weltherrscher haben, der die Katze im Schoß hat und krault und sagt, wenn ich mit dem Finger schnippe, dann passiert irgendwie die große Weltrevolution. Das, das klingt natürlich viel besser, aber das ist genau der Moment, wo ich sage, nee Leute, so einfach, also, ich weigere mich zu akzeptieren, dass, dass der Mensch, die Menschen, äh, so arg manipulierbar sind. Wir sind manipulierbar, da will ich mich überhaupt nicht, da will ich mich gar nicht irgendwie, äh, will ich mir nichts einbilden. Ähm, das beweist Shibo jede Woche, ne? Immer wieder ein neuer Gurkenhobel und der wird trotzdem gekauft. Also, klar sind wir manipulierbar, also gar keine Frage. Ähm, aber nicht in dieser ganzen Schlichtheit, die darüber gekommen ist. Das hat mir echt wehgetan. Also, da. Ja, das, also da bin ich, da bin ich wiederum ganz bei dir. Das war, also die Berichterstattung, aber es ist immer so, Berichterstattung ist immer, äh, scheiße. Insbesondere in, in der, in, in eben so Hype-Themen. Ja, da, da, äh, ist Berichterstattung eben enorm vereinfacht und ich meine, um diesen Cambridge Analytica-Fall, ähm, wirklich ordentlich bewerten zu können und, und auch in seiner Gänze verstehen zu können, musst du halt irgendwie auch tatsächlich irgendwie wahrscheinlich Psychologie-Studium haben. Und die, ähm, das haben halt jetzt irgendwie die wenigsten, trotzdem ist es ein Skandal, ne? Ich meine, es ist irgendwie die Datenschutzverletzung, dann die Arschlöcher, die da gewählt wurden wegen denen, so, ne? Weiß man natürlich nicht, gibt überhaupt gar keine, äh, gar keine, äh, äh, Messung dafür, ne? Das ist jetzt irgendwie auch kein nachweisbarer Effekt. Ähm, man kann jetzt nur rumspekulieren, da ist das wunderschön unheimlich und dann kann man sich über Jahre, ähm, damit auseinandersetzen. Aber was ich versuchen würde zu vermeiden, ist zu sagen, ich weigere mich, das zu akzeptieren. Ich find's halt interessanter, äh, mich dann da irgendwie reinzunörden und zu gucken, okay, ne, was, was ist denn da passiert? Und ja, die Berichterstattung über Cambridge Analytica, ja, die ist, ich hab, also das ist wirklich so ein Thema, wo ich äußerst, äußerst, äußerst wenige Menschen, ähm, wahrgenommen habe, die sich dazu qualifiziert geäußert haben. Sagen wir's mal so. Gut. Schön, dass wir das nochmal aufarbeiten konnten. Das, äh, bringt die ganze Sache nochmal ein bisschen, ähm, also macht, macht etwas klarer und übt mich auch wieder in Toleranz. Du siehst, wie wir, du wirst immer über mich reden und ich rede einfach die ganze Zeit schön über politische Themen. Ja, 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 ich hab das, ich hab deine Strategie schon durchschaut, aber du machst das halt so spannend, dass ich nicht dazwischen gehen kann und sage, du lass das mal weg, jetzt reden wir mal lieber über deine, ähm, deine Computerkenntnisse oder so. Aber jetzt reden wir mal über deine Computerkenntnisse. Deine Eltern haben damals gesagt, als du noch zu Hause warst, Junge, du sitzt die ganze Zeit vor der Kiste, du musst mal unter Menschen, gehen mal Psychologie studieren. Warum hast du denn die ganze Zeit vor der Kiste gesessen? Ähm, also ich bin ganz ehrlich, meine Eltern haben nicht gesagt, ich soll Psychologie studieren. Schade, die Geschichte ist so schön. Die Geschichte ist zu schön, die muss man, die muss man mal so erzählen. Meinen Eltern war das, ähm, immer, also, klingt jetzt blöd, aber meinen Eltern war völlig egal, was ich studiere, äh, solange, ähm, ist A, mir gefällt und ich das studieren möchte und B, es nicht Jura ist. Ach, warum? Warum gab es da ein Veto? Schlechte Erfahrungen in der Familie? Oder was? Also, ähm, ich müsste jetzt mal, also ich hatte im Prinzip, ich hatte verschiedene Berufswünsche in meinem Leben und tatsächlich war mein aller, allererster Berufswunsch, den ich über viele Jahre, ähm, gepflegt habe, war, äh, Lehrer und, ähm, meine, ähm, meine Eltern, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, meine Eltern waren beide Lehrer und, äh, die haben mir dann gesagt, pass mal auf Linus, das ist nichts für dich, das ist einfach nicht dein Job, äh, du hast da nicht das Nervenkostüm für, und, äh, ich glaube, da haben sie, äh, durchaus, äh, recht behalten und dann war das andere, ähm, Anwalt, ja, habe ich gedacht, ist auch geil, weil ich ja, immer so ein bisschen den Eindruck hatte und auch, ähm, eben Solidarität mit den Entrechteten und so, ne, das erschien mir immer, äh, ganz gut, irgendwie Menschen zu retten, denen Unrecht passiert und so, habe ich mir dann irgendwie Anwalt vorgestellt und, äh, tatsächlich begab es sich zu der Zeit, ähm, als ich in dieser, ich, das gibt es glaube ich heute auch nicht mehr, ne, die ZVS, gibt es die noch? Ne, die heißt anders, äh, das Prinzip, also das war die Zentralstelle zur Vergabe von Studienplätzen, ähm, und die ist aufgelöst worden, aber es ist eine, äh, so eine Art, ähm, Nachfolgeorganisation, also die, die Universitäten sollen ja ihre Studierenden selber auswählen, dann haben die Studierenden, die Universitäten gemerkt, dass es sehr aufwendig ist und beauftragen jetzt diese Agentur, das zu machen, das ist, also, ist schon nicht unähnlich, das ist auch in Dortmund, genau an derselben Stelle noch immer, also hier bei uns zumindest in Dortmund, derselben Stelle, wo es auch vorher war, heißt nur anders, äh, hat einen etwas komplizierteren Namen, aber so wie es Arbeitsamt halt, Agentur für Arbeit heißt, heißt das jetzt eben auch. Agentur für Studienplätze, oder? Ja, vielleicht, keine Ahnung. Ist ja ähnlich gute Stimmung wahrscheinlich, ne? Ähm, also da, da, da war noch irgendwie, da, da durfte ich noch als Zweitwahl, ähm, habe ich glaube ich Jura angegeben, ja doch, natürlich, ich hatte auch ein, ich hatte auch einen Studienplatz bekommen für Jura an der HU, glaube ich, oder an der FU. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich hatte auch eine Zusage für einen Jura-Studienplatz und, ähm, Die Eltern zitterten bereits. Ja, und dann, dann, dann war ich mit meiner, dann war ich mit meiner damaligen Freundin irgendwie, ähm, da sind wir auf irgendein Konzert gegangen oder so, oder nee, eine Ausstellung, irgendein Museum, so. und dann hab ich, stand wieder so, und ich weiß gar nicht mehr, und ich hatte meinen Studierenden aus, wie war das denn? Ich hatte noch keinen Studienausweis. Ja, und deswegen, ach nee, das kann ich gar nicht erzählen, ähm, obwohl das verjährt. Also ich hatte einen, ähm, ich hatte die Möglichkeit, mich, ähm, als, äh, bedürftig, dort, ähm, zu registrieren beim Verkauf dieser, äh, dieser Eintrittskarten für das Museum, obwohl ich nicht unbedingt de facto zu, zu der berechtigten Gruppe gehörte. Und, ähm, wir haben da irgendwie in der Schlange gestanden und uns darüber unterhalten. Und, ähm, haben dann irgendwie, äh, irgendwie was zu drehen, wie wir irgendwie, statt für zwölf Euro für acht Euro jeder da reinkommen oder so, irgendwie, das war unser Thema. Und hinter uns stand irgendein alter Mann, der uns dann völlig empört ins Wort fiel und irgendwie schrie, das dürfen sie nicht, sie sind nicht berechtigt, dieses Dalala für sich in Anspruch zu nehmen. Und dann hab ich irgendwie gesagt, ja, natürlich bin ich das, ich hab ja nur den Beleg gerade nicht dabei, aber ich hab ja folgendes anderes, nein, ähm, und das war halt irgendwie so ein Prinzipchenreiter, ne, also so jemand, der hoch in Gewissenhaftigkeit ist und wahrscheinlich eben wenig Freunde hat. Und, ähm, das hab ich dann irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht, das ist irgendwie so halb eskaliert. Man muss jetzt auch dazu sagen, das war in einer Zeit, in der um mich herum am laufenden Band Dinge eskaliert sind, ähm, sehr zu meinem Verdruss, also mir sind Situation, Standardsituationen des Lebens, äh, wirklich regelmäßig entglitten. und, ähm, das hatte damit zu tun, dass ich in dieser Zeit einen, äh, schwarzen Irokesenschnitt hatte, den ich auch, ähm, nach oben getragen habe. Und, ähm, ich, seitdem ich diesen Haarschnitt hatte, ich hatte jetzt an meinem Verhalten nichts geändert, ähm, habe ich aber regelmäßig sehr, sehr, äh, also andere Reaktionen von Menschen erfahren. Also ich wurde, äh, regelmäßig sehr, sehr schlecht behandelt. Das war wirklich, äh, enorm augenöffnend. Ähm, also irgendwie, keine Ahnung, ne, vorher, jetzt nie in einem, in einer normalen, in einer Situation des normalen Lebens Probleme mit Polizisten gehabt. Ich konnte immer einkaufen gehen, äh, Fahrrad fahren und so, habe jetzt nie Polizeikontrollen gehabt. Erst recht nicht welche, an deren Ende ich irgendwie ein blaues Auge habe und verhaftet werde und solche Sachen. Ja, das war, ganz viele neue Erfahrungen. Und, äh, das war jetzt auch eine davon, ne, ich hatte nämlich auch diesen Haarschnitt und dieser Typ, ich war völlig, äh, irritiert, warum der jetzt da irgendwie so, äh, so aggressiv auf mich reagierte, weil mir das, musste ich halt irgendwie gerade noch lernen, dass ich mich gerade äußerlich in eine bestimmte Kategorie verschoben hatte, auf die Menschen aggressiv reagieren. Ja, und zwar, weil sie damit halt eine ganze Menge Schlechtes verbinden. Und, ähm, naja, deswegen habe ich das dann, glaube ich, auch irgendwie meiner Mutter erzählt und meinte so, ey, dieser komische Irre und, ähm, der war gar nicht mehr, der war völlig aggressiv. Vor allem, interessanterweise, ist mir aufgefallen, je ruhiger ich wurde, desto aggressiver wurde der. Und das ist mir vorher nicht passiert. Ja, also vorher war das so, wenn du selber ruhiger wirst, wird der andere auch ruhiger. Wenn du aber halt einen, wenn der halt alles Schlechte der Welt in dich rein projiziert, dann kriegst du den noch viel mehr auf die Spitze getrieben, dadurch, dass du irgendwie ruhig wirst. Naja, auf jeden Fall meinte meine Mutter dann so, pass mal auf, wenn du so einer nicht werden willst, dann studiere eben kein Jura. Und, äh, dann habe ich gesagt, ja, hast du recht, dann studiere ich ja Psychologie. Ein sehr ziehendes Argument, glaube ich. Und dann wollte ich nach meinem, nach dem Psychologiestudium, nach dem Psychologiestudium habe ich meine Eltern angerufen und meinte so, naja, ich kann jetzt hier, äh, in Psychologie promovieren, kann an der HU bleiben, sehe ich nie was Neues, äh, oder ich kann irgendwie, ich könnte doch jetzt auch einfach noch, äh, ein Jurastudium hinterher schieben und dann, ähm, war tatsächlich, mein Vater meinte dann so, äh, wirklich, glaube ich, Wort, im Wortlaut meinte dann so, pass mal auf, Linus, du kannst studieren, was du willst, ne, ist mir völlig egal, aber Jura studierst du nicht, das macht die Menschen zu Arschlöchern. Und dann habe ich gesagt, was, ja, ich kenne ja auch, äh, einige meiner besten Freundes und Anwälte und dann hat er gesagt, pass auf, meine Tante ist kein Arschloch geworden, obwohl sie Juristin ist. Ne, ist richtig, aber, äh, also, tatsächlich die, die Antwort, also, der, der weise Rat meiner weisen Eltern war, pass auf, Linus, ist entweder, du studierst Jura, ähm, und du wirst zu nem, zu nem Arsch. Enterbt. Ja, und du wirst dann halt, arbeitest für die Falschen, beugst das Recht, äh, ne, bist halt ein Arschloch, oder, ähm, du machst das, was du dir da vorstellst, irgendwie, äh, Retter der Entrechteten und so, und dann führst du ein sehr, 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 sehr frustrierendes Leben, was dir, äh, was mit sehr, sehr vielen, wo du dich jeden Tag mit Ungerechtigkeiten auseinandersetzen musst, die deinen, äh, Mandantinnen, äh, widerfahren, und es, deine Verantwortung ist, das von ihnen abzuwenden, und das gelingt dir nicht, und das wird ein Leben voller Gram. Und, äh, unter Umständen hast du nicht das Nervenkostüm, äh, da noch am Ende dessen ein, äh, glückliches Leben zu führen. Und, äh, so dass, ja, so meine Eltern waren, äh, haben immer erst mal einmal einen plumpen Satz gesagt, und den nachher aber immer sehr gut erklärt. Und, ähm, ich glaube, damit hatten sie recht, weil ich jetzt, äh, ähm, durchaus das ein oder andere Mal, äh, gerichtliche Auseinandersetzungen, äh, wahrgenommen habe in meinem Umfeld, selber welche hatte. Und, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich bin ja schon durchaus recht zynisch, aber, ähm, bin echt heilfroh, dass ich diese, in dieser Welt nicht gelandet bin. Und da wäre ich sehr, sehr schnell gelandet, wenn ich, ähm, hier, äh, meinem, meinem eigenen Gespür gefolgt wäre und nicht irgendwie auf Leute gehört hätte, die mich besser kennen als ich. Was glaubst du, was das, äh, was, was ein bisschen auch die Triebweder war? Vielleicht sowas wie, äh, Gerechtigkeit herstellen, sowas, und Robin Hood Gedanken, nee, Robin Hood, Quatsch, ähm, egal, also, äh, so sagen, ja, es muss doch entschieden werden zwischen den Guten und den Bösen und den Richtigen und den Falschen Wegen und ich will ein Stück mithelfen dabei. Ja, ich glaube vor allem, dass ich damals tatsächlich wahrscheinlich noch ein Konzept von, äh, an ein Konzept von, äh, oder sagen wir mal so, dass ich daran geglaubt habe, dass sich in dem Rechtssystem Gerechtigkeit abbildet. Ja. Und das ist leider, ähm, nicht der Fall. Das glaubst du heute nicht mehr? Ich glaube, nein, 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 das ist aber, also, das klingt jetzt auch wieder sehr, sehr böse oder so, aber nein, das ist natürlich nicht der Fall, dass sich in dem, ähm, dass sich im Rechtssystem Gerechtigkeit abbildet. Ähm, dafür ist das, also, dafür ist auch das menschliche Zusammenleben zu komplex und, ähm, nee, also, schau dir einfach mal nur, äh, welches Beispiel würde ich jetzt mal nehmen? Nimm, äh, Mietrecht. Nimm Mietrecht. Mehr bräuchte auch gar nicht zu sagen. Da weißt du doch, so, ne, da bildet sich ja jetzt nicht irgendwie, äh, Gerechtigkeit drin ab. So, das ist, äh, das ist das Gegenteil, wenn du das dann noch mit den, hier, Modernisierungsdingern und so verbindest. Und das ist natürlich jetzt ein Thema, was gerade in Berlin, ähm, eine sehr große Rolle spielt, ähm, dann, äh, siehst du ja, dass es da keine, äh, also, da, da ist nicht Gerechtigkeit, ähm, das maßgebende, die, das maßgebende Motiv dieses, äh, Kanons angesetzen. Das ist einfach, also, und wenn es das jemals war, dann ist es, das halt, heute leider nicht mehr. so, also, nein, ähm, das, also, ne, Gesetze, Gesetze sind Regeln und ich mein, jeder, der mal, äh, oder jeder Mensch, der mal Mensch ärger dich nicht oder Monopoly gespielt hat, ja, weiß, wie ungerecht diese Spiele sind, ja, obwohl, ja, für alle Leute die gleichen, äh, Regeln gelten, ja, und der Rest ist Zufall. Aber, ähm, Mensch ärger dich nicht ist jetzt ein, äh, äh, nicht ganz so gutes Beispiel, aber man merkt, wie schnell man da halt selber sehr viel Ungerechtigkeit empfindet. Und wenn du dann noch, äh, so ein Spiel nimmst wie Monopoly, äh, was jetzt, ne, was, ähm, die Eigenschaft hat, dass relativ früh im Spielverlauf eigentlich klar ist, wer dieses Spiel gewinnen wird und trotzdem das Spiel noch relativ lange geht, dann weißt du, dass die Regeln sind für alle gleich, aber die Regeln sind eben so, dass sie jemanden, der besser steht, eben exponentiell weiter bevorteilen. Mhm. Und jemanden, der schlechter steht, unverhältnismäßig schlechter stellen. Und, äh, das ist jetzt, ne, das, das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie den, den Schluss ziehen muss, äh, oh, die Politiker sind alle korrupt und das System ist kaputt und wir, wir müssen jetzt alle Reichsbürger werden oder so oder ich bin vom System enttäuscht oder sonst was, ne, aber, ähm, das heißt zumindest, dass, dass, dass man die Entscheidung treffen kann, äh, sich das nicht zum Lebensinhalt zu machen. Und, äh, damit bin ich ganz zufrieden. Individuell kann, ist es sowieso, äh, völlig, völlig in Ordnung. Das kann, andere sind, vielleicht, haben andere, Voraussetzungen oder sind anderes belastbar oder keine Ahnung, sind da, auch haben vielleicht gewisse Eingangskanäle nicht, äh, die dir vielleicht Schmerzen zufügen würden, also auch psychologische Schmerzen, die sind an der Stelle einfach, äh, unberührbar und die können das dann vielleicht besser machen, das kann ja sein. Aber, ähm. Aber ich kann zumindest noch sagen, was mich, ganz kurz, was mich an diesem Job gereizt hätte, wäre tatsächlich, äh, auch die, äh, dass, dass ich mir den Job des Anwaltes, ähm, und ich habe ja auch einen, ähm, äh, der, der hat keinen uninteressanten Job, ja, also das ist, äh, das finde ich, ist auch ein sehr, 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 sehr hoher Wert, eben einen, äh, reizvollen Job zu haben, indem es, äh, um Argumentationen geht, um der, der halt, das ist kein, kein Job, bei dem man verblödet. Und deswegen finde ich den Job immer noch sehr, ähm, äh, sehr reizvoll und sehr spannend und sehr, sehr interessant, ja, also, wenn man sich jetzt irgendwie anschaut, äh, was hier Juristen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, äh, für, ähm, Argumentationen herbeiführen müssen, ja, und diese, diese intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Recht, die halte ich immer noch für enorm, enorm interessant. So, so ist das nicht. Ähm, ähm, ich will es nur nicht, ähm, also ich habe jetzt schon, äh, unfreiwillig, ähm, die ein oder andere rechtliche Auseinandersetzung gehabt und die haben ja auf jeden Fall als Ausmaß rechtliche Auseinandersetzung in meinem Leben haben, das ist ausreichend hoch, das muss ich jetzt nicht noch als, ähm, als, als beruflichen Lebensinhalt haben. Als Hobby reicht das schon, meinst du? Ja, ja, unfreiwillig halt. Aber das wäre ja immerhin auch, was du ganz am Anfang gesagt hast, wäre es ja auch der Streit um das bessere Argument. Letztendlich, wenn da Juristen aufeinander losziehen mit den dicken Gesetzeswälzern unterm Arm, dann versuchen die ja letztendlich auch nur mit dem besseren Argument, mit dem Paragraf oder der Auslegung eines Paragrafen dem anderen zu sagen, ich bin aber im Recht, ne? Also ich habe das Stärkere. So, genau so habe ich mir, das bin ich auch ganz ehrlich, dass du genau, äh, den Kern gefunden, warum ich das so, äh, interessant fand, ja? Du hast aber auch genau den Kern gefunden, ich habe ja eingangs was sehr Ehrliches gesagt, so, ich hasse es, Unrecht zu haben, ja? Und, äh, deswegen wäre ich wahrscheinlich auch, äh, äh, emotional, ähm, oder sagen wir mal so, ähm, ich hasse es nicht, Unrecht zu haben, aber ich hasse es, Unrecht zu bekommen. Und, ähm, das ist, äh, so, Unrecht zu haben ist eine Sache, freue ich mich eigentlich, habe ich was gelernt, aber Unrecht zu bekommen, ist etwas, was ich sehr schwer, ähm, äh, 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 was ich jetzt nicht so einfach verarbeite. Und, ähm, damit, ähm, bin ich wahrscheinlich auch ganz gut mit meinen eigenen rechtlichen Auseinandersetzungen, äh, ausreichend, äh, versorgt und muss jetzt nicht noch dieses rechtliche, diese argumentative Auseinandersetzungen vor irgendwelchen Gerichten führen, ähm, und wo es immer, wo es, wo es auch wirklich dann so eine Definition gibt von heute hast du gewonnen, ja, wenn du dich in der Kneipe mit einem Kumpel zangst oder so, dann kannst du immer noch sagen, ja, okay, komm, du hast recht, ich hab meine Ruhe, nächstes Thema, ne, das kannst du halt vor Gericht schwer bringen, ne, kannst du machen, aber, äh, bleiben dir die Kunden fern. Ja, okay, wenn das, äh, wenn das auf Dauer so ist, klar, ne, aber ab und zu wird ja wahrscheinlich auch der Star-Anwalt oder die Star-Anwältin, äh, mal, äh, als, als Nicht-Siegerin, äh, aus dem, aus dem Gerichtssaal gehen. Kann man ja nicht vorstellen, dass sie immer gewinnen. Das wäre auch ein bisschen, wäre ein bisschen seltsam. Aber der, der, der Kampf um Gerechtigkeit, äh, das ist schon, schon tatsächlich eine Triebfeder. Würdest du dich, also, was heißt würdest du dich, das ist so blöd, im politischen Spektrum, sehe ich dich da tatsächlich eher auf der, äh, auf der linken Seite als auf der rechten Seite? Ja, ich würde, ähm, mich da jetzt nicht besonders, äh, enorm weit links sehen, ähm, aber, ja, auf jeden Fall nicht auf der rechten. obwohl du mir manchmal in der Tagesschau entgegenlachst oder ich dich bei der, irgendwelchen Enquetekommissionen im Bundestag sehe oder sogar bei Markus Lanz, äh, was ja eigentlich, also, für so, das ist ja eher das, sagen wir mal, das, das solide Bürgertum, was da bedient wird, also so Leute wie ich. Ja, also, ähm, haben wir, kommen wir zu dem Ding zurück, was soll ich, ähm, zu Leuten, also, was soll ich dem, dem Chor predigen? Es ist ja klar, dass wenn ich irgendwie mal ein, äh, politisches Ziel habe, ja, abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich bei Markus Lanz, glaube ich, kein politisches Ziel verfolgt habe, aber wenn du, ähm, ein, also es hilft ja nicht, äh, irgendwie zu sagen, hier, ich, ich habe jetzt hier ein politisches Anliegen, eine politische Message, oder, und die, die trage ich jetzt, äh, meinen, mein, in meinem Freundeskreis vor und stelle fest, dass ich, dass ich Recht habe und alle applaudieren, ne, das können wir ein, zwei, zweimal im Jahr machen, ne, nennt sich dann irgendwie Congress oder das können wir irgendwie bei der, bei der, Privacy Week machen oder, äh, bei den MRM-CD oder bei den vielen Community-Veranstaltungen, ja, da kann man das mal machen, aber da, da entfaltest du ja jetzt nicht unbedingt, ähm, eine, äh, Wirkung, also, die Wirkung entsteht ja da, wo ich in Austausch mit Leuten trete, denen ich diese Position noch vermitteln muss, die vielleicht noch was von mir lernen können, oder von denen ich etwas lernen kann, nur da kann sich ja diese Wirkung überhaupt entfalten. Ja, das ist, also, das klingt schon sehr weise irgendwie, ähm, sehr abgeklärt und, ja, wohldurchdacht, das, ähm, ist ja nun nicht gerade das, äh, was man bei, ähm, soll man sagen, bei Linken vermutet, würdest du jetzt sagen, ne, deswegen wüsst du jetzt gerade nach, ja, da triffst du schon so ein bisschen den, äh, den Nagel auf den Kopf, ja, du, also, das ist ja auch, ich hab ja angefangen mit einer Lobhudelei und das könnte eigentlich locker weitergehen, du bist jemand, den kann ich mir im schwarzen Hoodie auf der Schanze, äh, in Hamburg genauso vorstellen, wie eben in der Tagesschau und der erklärt mir die Welt und diese Bandbreite, die ist, äh, faszinierend und irritierend, wie, wie, wie schon gesagt, aber, ähm, ich verstehe auf der einen Seite, dass du sagst, ja, ich will ja, ich will ja genau die anderen auch ansprechen und will denen durchaus sagen, auch die, die da im schwarzen Hoodie rumlaufen, das sind jetzt keine Weltzerstörer, sondern die wollen eigentlich auch die Welt gestalten ähm, und ich bin jetzt auch mal Sprecher vielleicht, äh, von so einer, äh, äh, ja, das ist natürlich jetzt sehr, sehr grob, das kann man nicht alles in einen Topf werfen, ähm, äh, aber, sagen wir mal progressiv, ähm, äh, also die Dinge in Frage stellen, die Dinge überlegen, Hacker bedeutet ja eben auch, die Dinge nach, nicht nach Bedienungsanleitung zu, äh, handhaben, sondern mal gucken, was man denn sonst noch damit machen kann, sich nicht an die, äh, gegebenen, Gegebenheiten unmittelbar zu halten, sondern vielleicht darüber hinaus zu gehen, auch mal ein bisschen was zu stören, und ein bisschen was, äh, Sand ins Getriebe zu streuen, ähm, da würde ich dich genauso sehen, oder, äh, projiziere ich da jetzt Dinge auf dich, äh, die, mit denen du da gar nicht so glücklich bist eigentlich? Äh, ich weiß nicht, was du meintest mit dem schwarzen Hoodie in der Schanze, also, wenn ich in Hamburg bin, dann bin ich auch mal in der Schanze, und weil ich immer einen schwarzen Hoodie an habe, habe ich den wahrscheinlich dann auch dann an. Ja, ja, nur so meinte ich das, ganz klar. Die, die, ähm, also was, was ich schon, also mich reizt halt, Dinge zu verstehen, und dann natürlich irgendwie zu versuchen, die zu verändern, und mit, mit einfachen, mit, mit Vereinfachungen kommen wir da halt nur so und so weit, ja, und, ähm, ich finde das halt, ähm, ich finde das halt, äh, ja, ich, sag mal, ich komme da nicht, ähm, ich habe da jetzt wenig Interesse dran, an, an zu groben Vereinfachungen, ja, das ist jetzt auch, ich sag den Satz so vorsichtig, weil das jetzt auch irgendwie so ein neuer, äh, fast so ein Schlachtruf der, äh, der Rechten ist, irgendwie jedes Mal, wenn sie mit, mit Fakten konfrontiert werden, sagen sie dann, ja, das muss man, das ist mir zu undifferenziert oder so, ja, das sind ja dann irgendwie so, äh, auch alles Phrasen, die ich eben versuche zu vermeiden, aber natürlich, klar, wenn du was, äh, wenn du was hacken willst, musst du das vorher verstanden haben. Da führt wenig Weg dran vorbei. Du musst vielleicht nicht alles verstanden haben, sondern nur der Teil, den du brauchst, um es kaputt zu machen. Aber du musst die Sachen verstehen und du musst, klar, du musst auch ein, natürlich mehr Verständnis davon haben, wo du ansetzen musst, wo du ansetzen willst, ähm, und solche Dinge, aber, äh, 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 du musst, äh, das grob, je mehr du über das System weißt, desto einfacher hackst du es so. Ich hab noch wenig Sachen gehackt, die ich nicht verstanden habe. Und, äh, ja. Ja, ich lach nur wegen des schönen Titels eures letzten Vortrags auf dem Kongress, ihr dürft alles hacken, ihr dürft euch nur nicht erwischen lassen, oder so ähnlich, ne? So. Der war, der war sehr, sehr schön. Ja, der war, äh, mussten ja auch nochmal hier, ne, zu viele Hacker in den Knast wandern sehen, da mussten wir nochmal kurz ein bisschen darüber sprechen, wie, wie man das vermeiden kann. Also es ist tatsächlich, also hacken ist relativ einfach im Vergleich dazu, nicht erwischt zu werden. Das, äh, ist auf jeden Fall in der heutigen Zeit so. Bringt mich, bringt mich jetzt unmittelbar zu einer Frage, die ich mir im Hinterkopf aufgebaut hatte, aber vergessen hatte gerade. Ähm, ich hab letztens irgendwo ne Kategorisierung von Hackern gehört, die Whiteheads, die Blackheads und die dazwischen, wo man nicht so ganz genau weiß, die Greyheads. Wo würdest du dich einsortieren? Ähm, tatsächlich, ähm, ein, na, 99,9% Whitehead, würd ich glaube ich sagen. Also, ähm, die, Überlegung ist ja, also die, die, es gibt jetzt, die Frage ist ja, was nennst du jetzt irgendwie Blackhead, was nennst du Whitehead, die klassische Unterscheidung wäre jetzt zu sagen, okay, ein, ähm, ein Whitehead findet die Schwachstelle, meldet sie und wirkt auf ihre Schließung hin und ein Blackhead ist bereit, die Schwachstelle auszunutzen und damit irgendwie zum Nachteil des betroffenen Systems zu wirken. Das wäre jetzt so die, die sehr grobe, ähm, sehr grobe Unterscheidung, ja. Ja. Und, ähm, da beruflich ich ja im Bereich der IT-Sicherheit arbeite, kann ich mir, ähm, kann ich mir ja gar nichts anderes als Whitehead leisten. Ja, da war noch so ein Prozent irgendwo. Ähm, und genau, jetzt kommen aber natürlich so, ähm, unterschiedliche Erwägungen hinzu, äh, unter welchen Bedingungen agiert man. Das ist ja das, wo man, wo dann irgendwie gesagt wird, okay, da, da fangen jetzt irgendwie die, die, die sogenannten Greyheads an, die mal so, mal so oder so. Ich weiß gar nicht, was das, äh, wo man jetzt jetzt genau sagen könnte. Also es gibt Leute, die bezeichnen sich, bezeichnen sich als Greyhead, es gibt Leute, die bezeichnen sich als Whitehead oder so. Also ich, ich teile eigentlich diese Unterscheidung nicht, aber ich vertrete relativ klar die, ähm, die, ähm, Argumentation, äh, dass eine Schwachstelle, ähm, die man findet, gemeldet gehört. So, und zwar, weil diese Schwachstelle immer mehr Systeme betrifft, als man selber jetzt irgendwie gesehen hat oder so, ne, oder, und das, das Verheimlichen einer Schwachstelle eben immer sehr große Konsequenzen für viele andere hat. Ähm, was bedeutet das? Keine Ahnung, äh, nehmen wir das klassische Beispiel inzwischen, dieses, äh, WannaCry, ähm, was ja einer der schwersten, äh, Cyber-Vorfälle war, die jetzt irgendwie so in den letzten Jahren aufgetreten sind, ähm, funktionierte unter Anwendung einer, eines Exploits auf eine Schwachstelle, die aus dem Arsenal der NSA kam. Und die NSA hat diese Schwachstelle quasi sehr lange schon gekannt und hat die auch aktiv ausgenutzt und das hat sie natürlich nur im Kampf gegen den Terror getan und zu unser aller, äh, wohl und, ne, zur Rettung der, der freien Welt und so. Aber sie hat eben damit immer auch in Kauf genommen, dass diese Schwachstelle auf vielen Millionen Rechnern dieses Planeten vorhanden ist. Und dass jederzeit der Moment eintreten kann, in dem eine dritte Person, Instanz, Gruppe, wer auch immer, diese Schwachstelle, von dieser Schwachstelle auch Kenntnis erlangen und sie ausnutzen. Und deswegen vertrete ich da tatsächlich bei der Kenntnis von Schwachstellen eine relativ, ähm, klare, äh, Haltung, dass, wenn man eine Schwachstelle findet in einem System, dass die, äh, den verantwortlichen Stellen gemeldet gehört. So. Ähm, jetzt gibt's natürlich Situationen, davon kann ich dir sehr viel, könnte ich dir sehr viele erzählen, wenn ich dürfte, ähm, in denen dann trotzdem nichts passiert oder in denen die Schwachstelle gemeldet ist und dein, das, dein Ziel von Interesse, äh, diese, äh, Schwachstellen nicht beseitigt hat und so. Oder es gibt Situationen wie, ähm, was irgendwie, äh, auf Initiative von Martin damals losging und dann kamen Thorsten und ich dazu und am Ende gab's den, äh, den Hack dieser Stimmauszählungssysteme für die Bundestagswahl, so. Ähm, ähm, da kannst du natürlich jetzt nicht sagen, dass wir da, ähm, also, um diese Forschung anzustoßen und da anzuklopfen, haben wir natürlich in einem Bereich der Forschung agiert, der, sagen wir mal, nicht bei der ersten Schwachstelle aufgehört hat. Und die gemeldet hat. Sondern wir haben natürlich alle Schwachstellen gesammelt und die, und die dann alle zusammen gemeldet. Und, ähm, wir waren dafür auch nicht beauftragt. Wäre jetzt einem klassischen Whitehead, ähm, unter Umständen, ähm, passt das nicht mehr ganz zu dieser Definition, ne, weil wir diese, äh, Schwachstellen in einem, nicht in unseren eigenen Systemen gesucht haben. Also eigentlich hätte, äh, Finger weg, äh, also als, als Grundregel gelten sollen, aber ihr habt euch über diese Grundregel hinweggesetzt und auch trotzdem die Finger draufgelegt. Ähm, ich, du, ich will da gar, also, ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen. Ich hab ne, ich hab ne, durchaus so ne Robin-Hood-Mentalität oder auch so ne gemeinnützige Mentalität, was eben das Entfernen von Schwachstellen angeht. Und was ich, was für mich eine klare, ähm, eine klare Grenze ist, die ich, die ich nicht, äh, so wirklich, also die für mich zählt ist halt, die Kenntnis von Schwachstellen wird der verantwortlichen Stelle mitgeteilt und Schwachstellen werden entfernt. Weil das immer, unterm Strich, unter Betrachtung aller Interessen, das Beste ist, was man tun kann. Also, weil dann eben auch alle die Chance haben, die Schwachstelle nicht mehr zu haben. Und weil ich nicht weiß, was andere mit der Schwachstelle tun, muss ich sie melden. Und da gibt's eben, da gibt's eben natürlich einige Vertreter, die diese Grenzen, äh, noch ein bisschen anders ziehen. In der Regel sehe ich da relativ schwache Argumente für, hab da auch noch selten jemanden gesehen, der mir da erklären konnte, dass die Welt, ähm, besser dastünde, weil er oder sie eine Schwachstelle jetzt nicht gemeldet hat, ähm, aber, ähm, da gibt's natürlich auf jeden Fall Unterschiede. Und es gibt jetzt auch Beispiele, ich mein, manchmal gibt's zum Beispiel auch so Situationen, da findest du halt irgendwelche Schwachstellen, meldest die, die werden halt nicht beseitigt. Ja, okay, willst du dann machen. Hey, naja, äh, Responsible Disclosure nennt ihr das doch, ne? Ja, also das, das macht ja dann auch irgendwann keinen Spaß mehr. Also was die, ähm, es gibt ja, also das ist auch so ein bisschen im Wandel, da hat sich sehr viel, sehr, sehr viel wirklich sehr gut geändert durch, äh, Project Zero. Also dieses Projekt von Google, die einfach mal, äh, eine Summe Geld in die Hand genommen haben, um ein Forscherteam, ähm, auf die Welt loszulassen, das wirklich seinesgleichen sucht. Also wirklich begnadete, äh, Forscherinnen und Forscher, unglaubliche, ähm, Ergebnisse, die die da, ähm, zutage fördern, wirklich irre. Und der, die haben ja einfach von vornherein eine Policy, dass sie sagen, wir melden die Schwachstelle und mit der Meldung der Schwachstelle läuft ein Timer runter von 90 Tagen. Und nach 90 Tagen veröffentlichen wir, komme, was wolle. Völlig egal. Die Veröffentlichung steht quasi schon. Da, da tickt einfach jetzt eine Zeituhr. Und das nehmen die, um den Druck zu erhöhen, dass die betroffenen Unternehmen diese Schwachstellen dann eben entfernen. Und weil die inzwischen halt wirklich, ja, ich meine, die sind in jedem Land dieser Welt als Helden und Heldinnen verehrt, ähm, und weil die so krasse Sachen machen, weil die auch so viel Medienaufmerksamkeit haben, äh, wird auch, sag ich mal, so diese, die Disclosure einfacher. Ähm, ähm, in, in der Welt für, für alle. Also du kannst halt, du hast weniger solche Probleme, dass dir dann irgendwie jemand was vorjammert oder dass die androhen, dich zu verklagen und was du da alles hast, so. Also das, das hat sich, hat sich schon, äh, sehr viel verbessert. Und, ähm, coordinated disclosure heißt ja so ein bisschen, okay, wir stimmen uns ab, wann wir veröffentlichen. Und wir merken das halt sehr viel, wenn wir das jetzt als CCC machen, das ist eine, äh, der Sachen, die ich auch für den CCC sehr regelmäßig mache. Also, gibt da eine E-Mail-Adresse, wo Leute sich hinwenden und dann klären wir irgendwie ab, was wir machen wollen. Dann mach ich den Kontakt als jemand, der eben nicht verklagt werden kann, weil ich da nicht bin. Also es ist eher so eine, so eine Proxy-Rolle, ne, also einfach so, dass wir uns, dass Leute dann eben sich an uns wenden, sagen, hier, pass mal auf, das und das hab ich. Also ich, was machen wir jetzt? Dann sage ich, ja, pass auf, folgendes, so, bei dem, was du erreichen möchtest, wäre folgendes mein Vorschlag. Und dann geht's eigentlich so, dass ich dann auf diese Menschen zutrete und sage, hallo, ich komm vom Chaos Computer Club. Ähm, ich bin hier als Vertreter da, weil wir einen Hinweis haben von Leuten, ich bin es nicht. Äh, ich überbringe ihnen jetzt diese Nachricht und diese Veröffentlichung wird, äh, stattfinden, und zwar dann und dann. Und wenn sie, äh, dann guckt man halt mal, wie die Leute reagieren und wenn die sich dann irgendwann eingekriegt haben und, äh, klug genug waren, ihre Rechtsabteilung, äh, nicht irgendwie darauf loszulassen, sondern mit uns zusammenzuarbeiten, dann fällt in der Regel relativ schnell diese Anonymität auch wieder. Ja, aber, also es ist seltener geworden, gefühlt, dass man mit, mit Leuten zu tun hat, die dann halt, äh, unsouverän reagieren. Das war vor ein paar Jahren noch ganz anders. Da hast du regelmäßig solche, äh, juristischen Geschichten gehabt, aber, ähm, oder zumindest die Drohung davon, da hatten wir ja auch noch, ich meine, da gibt's ganz tragische Fälle, aber in den letzten Jahren wird es ruhiger, auch weil sich die öffentliche Berichterstattung natürlich auch dahin gewendet hat, zu sagen, ey, so, die Leute, die Schwachstellen finden und melden, das sind im Prinzip, ähm, erstens die, die Messenger, ja, also die Boten deiner eigenen, deines eigenen Versagens, die, brauchst du jetzt nicht die Boten zu bestrafen für die Nachricht, die sie dir überbringen und das, äh, das andere ist dann eben, ähm, ähm, dass die Unternehmen auch in zunehmendem Maße, ähm, öffentlich auf die Fresse kriegen, wenn sie sich eben, wenn sie verantwortungslos mit dem, mit der Nachricht umgehen. Da sind eigentlich gerade ganz gute, ähm, ganz gute Zeiten. War, war früher sehr viel schlimmer. Ja, drücken wir die Daumen für Edward Snowden, der hat ja dann auch einen ziemlichen Weg zu gehen, was das angeht. Ja, dem wird auch ein bisschen mehr vorgeworfen, als, äh, Schwachstellen gemeldet zu haben, aber ja, ich. Aber ja, im Großen und Ganzen, also, ja, naja, gut, okay, wollen wir das jetzt nicht, äh, aufgreifen, aber der hatte sich ja letztendlich mal wieder, äh, auch in deutschen Medien, hab ich ihn gesehen, in der, in dem Heute-Journal oder sowas, plötzlich war etwas, nö, da hab ich auch gedacht, na nö, na nö, das ist doch sonst geheimen Kanälen des CCC vorbehalten, die Kommunikation und dann war das Heute-Journal auch irgendwie an der Stelle, an der Stelle. Ähm, ja, der macht inzwischen, äh, also, der, ah, ist ja dann doch jetzt schon relativ vielen, äh, öffentlichen Auftritten, also, jetzt gerade natürlich wieder, ist jetzt sein Buch gerade rausgekommen, Deutschlandfunk gab's ja ein schönes Interview und so, und das Buch muss jetzt auch verkauft werden, dafür muss er natürlich auch ein paar Interviews geben, ist ja klar. Dann kommt er auch demnächst zu Lanz, um sein Buch zu verkaufen. Nein, das ist böse. Ich weiß ja, hier diese, ich muss, ich muss vielleicht eins noch dazu sagen, ich, ich hab keinen Fernseher, ne, ich guck auch die ganzen Sendungen nicht, aber, äh, die Leute, äh, als ich in dieser Lanz-Sendung war, ne, alle, ähm, sprechen mich dann irgendwie darauf an, so, oh, wie konntest du da hingehen oder so, ähm, Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Markus Lanz war ein total netter Typ, wirklich, ich hab mich nachher noch sehr lange mit ihm unterhalten, war wirklich interessant, das Team war cool, weil, also, die Sendung stelle ich fest, hat an manchen Ecken und Enden nicht so den besten Ruf, kann ich jetzt auch nicht sagen, weil ich die nicht, äh, weil ich die nicht regelmäßig gucke, genauso wie ich hier der andere Fernsehsendung nicht regelmäßig gucke, aber, ähm, ich fand den enorm, ähm, also, ich fand den sowohl vor und nach der Sendung, habe ich, äh, äußerst positive, äh, Erfahrungen mit Markus Lanz gemacht. Das ist schön zu hören, also, ich habe keine, ich bin kein Zuschauer von Lanz, äh, ich habe das gesehen, was er, was ihr da besprochen habt und ich habe in dem, in dem Interview auch gedacht, das ist aber wirklich, ähm, ähm, eine schöne Gesprächsatmosphäre, er hat da wirklich, ähm, ja, sachbezogen, freundlich, ähm, nachgefragt und dein Anteil da war, äh, wunderbar, also, du hast, äh, du warst, ähm, ähm, schwiegermuttertauglich an der Stelle, aber trotzdem, äh, klar in der Sache, also, es war, ähm, schön zu sehen, hat mir einfach, äh, Freude gemacht, dann das so zu sehen. Aber was ich noch, was ich noch fragen wollte, du hast selber mal den Begriff des Hacker-Sports, äh, verwendet oder machst du es, glaube ich, regelmäßig sogar und Sportler, wenn die nun irgendwie einen Triumph, äh, gemacht haben, irgendein Turnier gewonnen oder so und bekommen dann einen Pokal in die Hand gedrückt, dann freuen die sich ja ernsthaft, also die brauschen sich auch so ein bisschen an diesem Erfolg, den sie da halt gehabt haben, völlig zu Recht. Was ist denn, wenn du so ein, ähm, so ein, ähm, Programmfehler, so ein, ähm, Softwarefehler gefunden hast oder dafür gesorgt hast, dass andere ihn irgendwie verarbeiten können, ist das auch so ein bisschen, wenn das dann hinterher, ähm, abgeschlossen ist, ist das dann auch so ein bisschen wie feiern, ist das auch ein sportlicher Erfolg? Geht das in die Richtung? Äh, ja, also, ja, ja, natürlich, also erstmal die, 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 die kurze Antwort ist ja klar, es ist immer geil, wenn man was findet, so natürlich, und, ähm, es hat natürlich, also meine Tätigkeit ist ja nicht, ähm, nur eine Schwachstelle zu finden, sondern meine Aufgabe fängt ja in der Regel danach an, ja, also, ähm, oder sagen wir mal, der Mehrwert fängt danach an, ja, wenn ich jetzt irgendwo hingehe mit einem Team und wir haben die Aufgabe, ein bestimmtes System zu prüfen, dann, ähm, muss man sich natürlich erstmal irgendwie da reinfuchsen, gucken, okay, wie funktioniert das denn hier alles, ne, das sind ja teilweise oder größtenteils dann Systeme, die in der Form noch nicht im Einsatz sind oder neu entwickelt sind oder was auch immer, ja, so, ähm, und, und dann fängst du halt an, dich da durchzuwählen und versuchst tausend Sachen und beißt dir halt tausendmal die Zähne aus und wenn du dann irgendwann sagst, ach, guck mal, hier hab ich was und, ah, okay, da grabe ich weiter, ah, da hab ich was, okay, hier kann ich exploiten, zack, äh, jetzt hab ich Teile des Systems übernommen und das ist, liegt auch noch in meinem Untersuchungsauftrag, so, natürlich ist das geil, aber, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, in zunehmendem Maße überkommt mich bei der Arbeit dann auch, wenn man jetzt zu viel findet, ähm, so eine Sorge, dass ich so, oh, scheiße, ey, das sieht hier irgendwie so schlecht aus und hier findet man so viel und das, man kann ja auch erkennen, äh, was jetzt der Fehler bedeutet, wie viele Abhängigkeiten darauf sind, weißt du es jetzt, ne, wenn du jetzt irgendwie ein, ein Overflow findest in einem Programm oder so, dann weißt du, okay, der muss irgendwie weg, aber in der Regel untersuchen wir ja sehr viel größere Infrastrukturen und Systeme und wenn du jetzt irgendwie, sag ich mal, was findest, wo du sagst, okay, das hier, hier ist quasi schon in der Architektur, äh, etwas inhärent falsch und das kriegt man jetzt auch nicht mehr weg, ja, das kriegt man jetzt nicht mehr, das kannst du jetzt nicht einfach eine Zeile Code ändern und dann ist der Fehler weg, sondern hier, hier blicken wir auf, ähm, eine längere Auseinandersetzung, bis dieses Problem behoben sein kann und im Zweifelsfall wird es nie behoben und wenn du dann mal ausrechnest, okay, bei wie vielen Unternehmen dieser Erde sieht das wahrscheinlich so aus und was ist das Schadenspotenzial, dann, äh, macht das manchmal gar nicht so viel Spaß, noch viel mehr zu finden, weil du halt weißt, okay, das ist jetzt Arbeit und der Mehrwert ist ja wirklich nur, da muss ich auch relativ häufig Kunden nochmal erklären, der Mehrwert ist ja erst dann da, wenn die die Schwachstellen entfernt haben, vorher haben die ja das ganze Geld umsonst ausgegeben und, ähm, nur wenn sie anfangen, das zu beheben, entfalten wir ja dann unseren, ne, unseren Mehrwert dafür, dass wir da sind und, ähm, das wird dann auch streckenweise, denkst du halt so, scheiße ey, das wird noch witzig, das ist dann manchmal auch, ähm, etwas, äh, voll Sorge, aber natürlich, klar, ich meine, wenn ich jetzt irgendwie, ähm, ein Beispiel mit Thorsten, mit dem ich ja irgendwie, äh, den Vortrag, äh, du kannst alles hacken, das ich nur nicht erwischen lassen, gehalten habe, und mit dem habe ich ja davor, äh, das Jahr auch zusammen vorgetragen mit Martin Schiersig, wo wir über den Wahlheck gesprochen haben, so, natürlich sind das irgendwie coole Abende, wenn Thorsten und ich da irgendwie, äh, oder noch weitere Personen, ne, ist ja immer unterschiedlich, aber ich bin dann eben öfter mit Thorsten, ähm, wenn man dann da irgendwie so zusammensitzt und sich durch was durchbeißt und dann irgendwie, ne, weißt du, dann guckst du auf die Uhr, ach, scheiße, sie müssen auch noch was essen und irgendwie nachts um drei, äh, sagt Thorsten auf einmal so, hä, so, dann, natürlich ist das irgendwie cool, dann machst du ja auch mal ein Bier auf und dann lachst du irgendwie, äh, wie doof die das gelöst haben oder so, aber ich finde tatsächlich diese, ähm, da haben wir auch im Chaos Computer Club so in den letzten Jahr, ich würde mal sagen so zehn Jahren auch sehr, ähm, ähm, wie würde man das sagen, entgegengewirkt, dass halt so diese, so eine, so eine Macho-Pollo-Mentalität halt auch immer weniger, ähm, weniger stattfindet. Und die ist halt auch nicht, finde ich auch dem Thema nicht angemessen. Ich meine natürlich, jedes Mal, wenn ich irgendwas aufmache, denke ich mir, so natürlich, aber es gibt eben auch eine Grenze halt irgendwie, ob man dann auch noch diese Überlegenheit gegenüber den Betroffenen nach außen führt oder wie man sich halt über die Betroffenen dann öffentlich äußert und so. Kommt immer ein bisschen darauf an. Aber ich mag diese Prollo-Mentalität in der Security-Szene, die da durchaus auch vertreten ist, finde ich streckenweise anstrengend und ist jetzt auch ein bisschen überholt, zum Glück. Heißt aber nicht, dass wir den nicht trotzdem alle noch in uns haben. Dafür machen wir den Scheiß zu lange. Na, ich weiß nicht. Ich weiß ja, also den C3 habe ich irgendwie schon, also wenn ich mir vorstelle, mit diesem, was gab es da damals, den BTX-Hack, ich habe da die Hamburger Sparkasse irgendwie in einer Nacht um, keine Ahnung, sechsstelligen Betrag oder sowas erleichtert. Und der wurde aber dann am nächsten Tag zurückgegeben oder zurückgezahlt oder so, weil es gar nicht darum ging, sich zu bereichern, sondern einfach nur, um eine Schwachstelle klarzumachen. Also dieser Spirit, der ist ja was ganz anderes als zu sagen, ja, wer so doof ist, sich bestehen lässt, der muss mit den Konsequenzen leben. Wäre ja auch so eine Haltung und die sehe ich da irgendwie nicht. Richtig, aber zum Beispiel, wenn du jetzt den BTX-Hack nimmst, der war jetzt auch nicht, der war jetzt halt auch nicht 100% Whitehead, ne? Das meinte ich mit, also ich meine, wenn du, wenn du irgendwie, der BTX-Hack funktioniert ja dadurch, dass sie, also es waren Steffen Werneri, Primär und Frau Holland, die den gemacht haben. Oder die den präsentiert haben, ich glaube technisch war es größtenteils Steffen Werneri. Da kann ich dir aber jetzt auch nicht genau sagen, weil der war glaube ich, wann war der BTX-Hack? 86, 83 oder so? Ja, ich war auf jeden Fall nicht dabei. Mein Beitrag war eher flüssig und du hast die, also die hätten, die haben ja quasi in, ich glaube 9,99 Euro Schritten abgebucht. Die hätten aber natürlich auch einfach mal einen Cent nehmen können und es damit sein lassen können, ne? Aber es waren halt dann irgendwie, was waren das, 130.000, 134.000 DM oder so? Ja, irgendwie sowas sechsstelliges, ja. Also, das ist natürlich dann noch so, man macht natürlich die Show oder wenn jetzt irgendwie als Ray und Michael kürzlich diese Hotelzimmer-Schlösser geknackt haben, dann haben sie natürlich auch nicht irgendein Zimmer geöffnet, sondern halt die Präsidenten-Suite oder was von diesem Hotel, ne? Das gehört natürlich auch so ein bisschen dazu, dass der Hack, wenn er öffentlich präsentiert wird, mit einem, mit der gebotenen, mit dem gebotenen Glamour präsentiert wird, damit sich auch jemand anhört. Weil klar, wenn der CCC damals gesagt hätte, hier, wir haben eine Schwachstelle im BTX gefunden und um diese Schwachstelle zu demonstrieren, haben wir uns eine symbolische Mark gestohlen, dann hätte die Deutsche Post natürlich auch gesagt, ja, okay, hier ist die Mark zurück, leckt uns am Arsch, ne? Also, es ist natürlich klar, dass da ein bisschen, also ein bisschen Punkrock gehört da immer noch mit dazu. Und ich denke, das sieht man ja, also beim CCC so gut wie jedes Jahr, dass dieser Punkrock da halt auch durchaus mit drin ist. Aber, ähm, die, die, also so allzu, also ich bin immer froh, dass dann auch wieder auf eine konstruktive Ebene zurückzuführen. Ja, es hat ein bisschen, also ich finde auch, ich bin ja der Zaungast und gucke von außen drauf, aber ich habe schon das Gefühl, es ist nicht maßlos, sondern es ist, es ist so eine kalkulierte Grenzüberschreitung, aber die ist nicht, ähm, einfach schrankenlos. Sondern da gibt es tatsächlich so, auch wieder so einen Moment zu sagen, okay, wir sind jetzt hier bewusst einen Schritt ins Graue gegangen oder vielleicht auch zwei, aber wir finden auch den Weg wieder zurück. Und, ähm, klar, du sagst, äh, Glamour gehört dazu, wenn ich mir überlege, vor, wann war das, vor zwei Jahren, wo plötzlich klar wurde, das Handy von Merkel wird überwacht. Mein Gott. Oh, das ist aber sehr viel länger her. Ja, oder, ja gut, mein Gedächtnis. Ähm, aber, ähm, wo ich dann auch gedacht habe, ja, und, äh, alle Handys, äh, laufen nach dem Gleichen, warum ist das Kanzlerinnen-Handy jetzt irgendwie, gut, ja, ja, Regierungsgeheimnisse und so weiter schon. Aber das, also, die Schlagzeile ist ja rumgegangen. Äh, wenn es jetzt nicht gerade das Merkel-Handy gewesen wäre, wer weiß, wie, wo das unter ferner Liefen geblieben wäre. Das war tatsächlich sogar ganz, äh, das ist auch lange unter ferner Liefen geblieben, weil die, äh, Schwachstellen, mit denen, ähm, also, dass Telefon, dass, dass GSM-Telefonate, ähm, abgehört werden können, äh, war, ja, durchaus, also, ich müsste jetzt nochmal, da müsste ich jetzt echt überlegen, aber ich glaube, Ah, so genau brauchen wir es gar nicht. Beim 27C3 hatten wahrscheinlich Carsten und Luca, war das, ich würde schätzen 27C3, ähm, wurden diese, äh, also wirklich rein passive, äh, Entschlussungsangriffe präsentiert. Oder war das das Camp? Also, irgendwie sowas, also ungefähr die, die Zeit, ja, also vor viele Jahre, einige Jahre davor. Und, ähm, mit den beiden habe ich, äh, mehrere Jahre zusammengearbeitet. Ich war bei Carsten im Team und mein Job war es tatsächlich, ähm, in den europäischen Mobilfunknetzen dafür zu sorgen, dass die nicht mehr oder nicht mehr so einfach abgehört werden können. Und das war interessant, war tatsächlich die ganze Zeit, ähm, in Europa, also in fast alten Ländern, außer Deutschland, ähm, haben wir diese Änderungen herbeigeführt. Und als dann diese Merkel-Handynummer war, ähm, ging das auf einmal relativ schnell auch in, in Deutschland zu, dass diese Konfigurationsänderungen vorgenommen wurden. Ähm, aber ja, das ist halt ein Thema, das hat, äh, vorher niemanden interessiert. Und da gibt es übrigens auch noch eine schöne Webseite, die ich damals, ähm, oder die wir damals im Team gebaut haben. Und da kannst du sehr genau sehen, die heißt, äh, gsmmap.org in einem Wort. Ähm, wenn du die besuchst, dann siehst du eine Karte, ähm, und wenn du dann auf Deutschland klickst, dann siehst du nämlich ziemlich genau, ähm, also ohne da jetzt genau drauf reinzugehen, da sind, äh, drei Angriffsdimensionen, Intercept, Impersonation und Tracking. Und wenn du jetzt irgendwie auf diese Intercept-Dimension gehst, die als, die ja automatisch offen ist, wenn du auf Deutschland schaust, dann siehst du, dass die, ähm, die ganzen Netze am Ende 2013 auf einmal hochgehen in ihrer Härtung gegen Abhören. Also quasi, das ist eine relativ lange Metrik, die alle möglichen Sicherheitskonfigurationen, äh, in Betracht zieht. Aber Ende 2013 hast du bei, äh, T-Mobile, bei Vodafone, ähm, diesen, dieses Hochgehen, wo die dann die Konfigurationsänderungen machen. Und dann hast du bei, ähm, E-Plus und O2, äh, dauert es halt noch ein bisschen länger, ähm, bis die, bis die diese Anpassung machen. Das ist dann Ende 2014. Und, äh, das war tatsächlich einerseits natürlich so, dass die jetzt unbedingt etwas tun mussten in dieser Zeit, weil Ende 2013 waren, ähm, wenn ich mich nicht täusche, diese Enthüllungen. Und gleichzeitig zugegebenermaßen auch, dass die, dass sie jetzt schon durchaus vorbereitet hatten, aber, ähm, Zeit gebraucht haben, diese Konfigurationsänderungen vorzunehmen. Hm, beeindruckende Seite. Ich hab sie jetzt endlich aufgerufen bekommen. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, ui. Und da siehst du auch, wenn du jetzt da oben auf Country Report gehst, da ist dann so ein, ähm, ja, so ein Bericht von künstlicher Intelligenz geschrieben. Also, von meiner, den hab ich damals, also ich hab damals dieses Gerüst geschrieben, dass diese Berichte aus den Daten automatisch generiert werden. Eröffnet gerade. Mobile Network Security Report. Ah, Alter, also, sieht so aus, als, das sieht immer noch so aus, wie das, was ich damals gewastelt habe. Oh, wenn künstliche Intelligenz so schöne Berichte schreiben kann, so schön kommuniziert. Nein, das war total, ein total dreckiges, ähm, also, ähm, also es hält, es ist in Python geschrieben, ähm, es, es hält, aber ich hab im Prinzip da so eine eigene, ähm, ja, wie soll man das sagen? Also, ich hab halt quasi eine eigene Syntax gebaut, die, ähm, also, das Template aus diesen Reports besteht aus ganz, ganz vielen Sätzen und der evaluiert immer jeden einzelnen Satz und guckt, ob der wahr ist. Und nur wenn der Satz wahr ist, dann schreibt er den auch dahin. Und dadurch kannst du halt, also, dieses GSM-Map deckt, glaube ich, sowas wie, müsste man jetzt mal gucken, oh, also, ich könnte jetzt nochmal schauen, aber es deckt wahrscheinlich irgendwie sowas wie irgendwas zwischen 40 und 70 solcher Reports ab. Und die sind alle aus dem gleichen Template, werden einfach immer mit den gemessenen Daten gefüllt. Und dann gibt's halt, ähm, ist halt so eine Grammatik, die halt guckt, okay, der Satz kommt nur in den Bericht, wenn er wahr ist, dann steht er auch dort und wenn es dann irgendwie einen betrifft, dann steht halt nur der eine da und ansonsten muss auch die Grammatik des Satzes geändert werden. Also, dann wird halt aus der Einzahl die Mehrzahl und solche Sachen. Und wenn es drei sind, dann müssen die natürlich ein Komma und dann ein Und. Es hat relativ lange gedauert, bis das Ding tatsächlich Berichte geschrieben hat, die am Ende auch Sinn ergeben haben, aber so schwer war es wiederum auch nicht. Also, es ist relativ plump. Also, wenn du einmal weißt, okay, der Satz wird nur geschrieben, wenn er wahr ist, dann ist es relativ einfach. Okay, die Grafiken sind dann aber schon handgetöpfert oder sind die auch Maschinen generiert, diese Tabellen hier? Achso, nee, die Grafiken sind Maschinen generiert. Wow. Und da weiß ich jetzt gar nicht, also, das ist so lange her, da kann ich glaube ich sagen, wer die gebaut hat, diese Seite. Ich muss jetzt kurz überlegen. Also, ich weiß es jetzt gerade nicht, ob das, also, ach ey, weißt du was? Ich glaube, es ist einfach, die Seite machen wir seit sieben Jahren. Ja, bedanken dem unbekannten Entwickler einfach. Nein, das ist, naja, das ist ein relativ bekannter Entwickler, Michael Krall. Achso, achso, na dann. Das ist, ich glaube, es steht auch irgendwo noch im Quelltext oder so drin. Ich muss, ich bin mir jetzt auch irgendwie, oder der steht auch im Impressum oder sowas. Oh, der hat gar kein Impressum, also auch eine Org-Seite. Aber die, das hat der Michael Krall gebaut. Also die Webseite, ich habe nur diese Reports gemacht. Ja, er macht auf jeden Fall verrückte und sehr, sehr wichtige, wichtige Dinge, die ich mir ja eigentlich an anderen Stellen durchaus mehr wünschen würde. Ich meine, so schön es da ist, dass es den CCC gibt und seine Kontrollinstanz, was wäre, wenn es diesen Verein nicht gäbe und warum ist es eigentlich einer privaten Institution überlassen, dafür Ordnung zu sorgen. Also irgendwo habe ich da so, 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 hätte ich, weiß nicht, das BSI oder was weiß ich, hätte ich da gerne einfach mal mehr so von staatlicher Seite mal dran und dafür Ordnung zu sorgen. Aber wahrscheinlich dürfen die ja nicht in, also ihr eigenes Nest beschmutzen, weil die da irgendwelche Verpflichtungen haben. Das ist alles so, so schwer zu durchschauen für den Normalbürger. Ja, also Unabhängigkeit ist halt ein sehr hoher Wert. Und wenn du aus einer Position der Unabhängigkeit kommst, kannst du halt sehr viel ungebetenen Rat geben. Ja, genau. Hey, sie sollt mal ihre Hecke wieder schneiden, das geht sie gar nichts an, Herr Nachbar. Ja, genau, wenn das der Nachbar sagt, aber wenn irgendeiner kommt, der noch dazu ein Hackenexperte ist, ja, seit über 30 Jahren, dann hörst du vielleicht drauf. Ja, der sagt, ihre Hecke könnte viel schöner sein, viel dichter oder was weiß ich, mehr Blüten haben. Ich zeige ihnen mal, wie man hackt. Super. Ach, Linus, mit dir könnte man da wirklich noch eine Stunde reden oder noch länger. Aber ich glaube, so ganz langsam müssen wir mal die Kurve kriegen. Ich habe aber noch eine kleine provokante Frage zum Schluss. Und zwar gibt es ja diesen schönen Spruch, wer mit 20 kein Sozialist ist, der hat kein Herz. Und wer es mit 40 immer noch ist, der hat kein Hirn. Unabhängig davon, ob du das jetzt für gut oder schlecht willst, wie alt wärst du auf dieser Skala? Das kann man nachlesen. Aber zumindest den Teil mit 20 Sozialist, den habe ich auf jeden Fall erfüllt. Und ob ich Hirn habe, werden wir dann irgendwann nochmal sehen. Naja, dein echtes Alter wollte ich damit gar nicht abfragen, sondern nur sagen, bin ich schon aus dem Zustand des heißblütigen Sozialisten sozusagen raus, bin ich schon abgekühlt, abgeklärt. Ich weiß nicht, Menschen des mittleren 50 oder fast 60-Jährigen, die sollten ja vielleicht irgendwann auch mal stille werden und ruhig werden. Aber ich habe eher so das Gefühl, je länger ich mich mit Menschen wie dir umgebe oder zumindest zuhöre, was sie sagen, so viel Kontakt haben wir ja eigentlich gar nicht. Aber ich höre dich in meinen Ohren, weil du ja den Logbuch Netzpolitik Podcast machst oder den Linus Neumann Podcast, je nachdem wie man das LNP auflösen möchte. Ja, ist halt immer wieder so ein bisschen so ein Saat, so ein Saatgut wird da reingeschmissen und sagt, hm, ja, eigentlich, eigentlich ja, hat er recht, hat er recht. Ich kann zwar nicht allen folgen, manches ist mir zu radikal, aber manches... Was ist dir zu radikal? Ach ja, zum Beispiel irgendwo Graffiti draufsprühen, wo es nicht unbedingt hingehört. Habe ich ja nicht gemacht. Nein, aber du hast darüber berichtet und aus der Art, wie du darüber gesprochen hast, habe ich eine gewisse Bewunderung heraushören können, glaube ich zumindest. Und wenn man dann schon sieht... Das hat die Leute, das war ein unserer... Also muss ich wirklich sagen, hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht, dass das so ein Ding ist. Aber da sind die Leute ja die Wände hochgeklettert, als Sessi vom Zentrum für politische Schönheit war ja bei uns zu Gast in der... Was war das denn? War das die 300? Genau, in der 300. Folge. Da sind ja Leute wirklich, dass man das ohne irgendwie ohne das einzuordnen und ohne sich davon zu distanzieren. Herrgott, was die Leute am Tag für eine Scheiße reden, ohne sich im Leben davon zu distanzieren. Und da ist irgendwie... Also das fand ich wirklich erstaunlich, ja? Erstaunlich, dass sie sich da ausgerechnet so starke... Dass es da so starke Reaktionen drauf gab. Ich finde übrigens, wenn ich da jetzt mal meine persönliche Meinung vorsichtig durchblicken lasse, ist Graffiti-Sprühen auf jeden Fall nicht besonders links. Ja, eher wahrscheinlich im Gegenteil, weil ja so die Beschädigung eines kollektiv betriebenen Gutes könnte man jetzt alles andere als links bezeichnen. Ja, das wäre jetzt so... Links wäre ja immer so, was der Allgemeinheit nutzt und so. Und wenn wir gemeinsam diese Züge bezahlen und gemeinsam damit fahren, weil wir nicht mit irgendwelchen asozialen Riesenautos durch die Gegend fahren möchten und so, dann wäre jetzt übrigens diese Dinger zu beschädigen jetzt nicht eine besonders als links zu bezeichnender Gedanke. Ja, muss man jetzt erstmal zumindest so festhalten. Aber nichtsdestotrotz fand ich das überraschend, dass die Leute ausgerechnet daran so einen Anstoß genommen haben. Da gab es ja richtig seitenweise Kommentare und das hat die Leute völlig auf die Palme gebracht. Aber da gibt es einen Podcast, der ist aber auch schon irgendwie viele Jahre alt, aber den habe ich dazu mal gehört. Und zwar ist das von Metrolaut heißt der Podcast und die Folge heißt Züge anlacken. Metrolaut Spezialzüge anlacken von 2014, wo, also diese Folge fand ich wirklich enorm interessant, diesen Podcast. Die hatten da irgendwie so einen Sprüher zu Gast, der dann einfach mal so aus seinem Leben erzählt hat. Und da musst du jetzt nicht sagen, das ist jetzt unbedingt ein Vorbild, aber auch nicht alles, was wir uns irgendwie angucken, muss ein Vorbild sein. Nicht alles, womit wir uns auseinandersetzen, muss ein Vorbild sein. Und das finde ich, also ich gebe natürlich zu, dass die meisten Podcasts, die ich höre, in der Regel von Leuten betrieben werden, die ich in irgendeiner Form, nicht unbedingt als Vorbilder, aber die ich auf jeden Fall als positiv und erstrebenswert und irgendwie gute Menschen bewerte und aber die Auseinandersetzung mit Dingen, mit denen man sich vielleicht nicht unbedingt identifiziert, die finde ich wirklich reizvoll. Und ja, also insofern sehe ich da nicht so das Problem oder ich sehe eher ein Problem da drin, alles Mögliche irgendwie so kategorisch abzulehnen. So, ich bin jetzt kein Graffiti-Sprüher und ich finde auch nicht, dass das jetzt eine besondere Bereicherung ist. Das meiste Graffiti, das wir so sehen, muss ich echt sagen, da sehe ich nicht die künstlerische Schöpfungshöhe drin, in einigen Sachen aber dann durchaus. Und sich damit auseinanderzusetzen mit einem Phänomen, das uns ja dann doch sehr breit umgibt, also insbesondere in Berlin jetzt so. Man, hier ist alles voll gemalt so und fragst dich echt, wann die Leute das machen. So, man muss ja irgendwann Zeit dafür haben, die ganze Stadt anzumalen, ja. Also die hat ja erstmal eine riesige Grundfläche und dann auch noch diese ganzen Wände und so und die schaffen das da, an jeder Wand was dran zu malen. Die sind da also bemerkenswert fleißig und dann muss man sich ja schon irgendwie mal damit auseinandersetzen, was diese Menschen antreibt, weil die ja zweifelsohne sehr viel Energie dafür aufbringen. Ja und teuer ist das ja wohl auch, ne? Bitte? Teuer ist das ja wohl auch. Ich meine, die Farben werden ja nicht so vom Himmel wahr. Ja, also ich glaube, ich sag mal, die Sprühdosen sind immer noch billiger als das Wegmachen. Ja, ja, das auf jeden Fall. Vor allem kostet es sehr viel Wasser. Und wenn wir was für die Umwelt tun wollen, ist das vielleicht auch eine Frage. Naja, ja. Ja, also genau. Ich denke, unter den traditionell linken Werten und Betrachtungspunkten ist das auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber nichtsdestotrotz irgendwie ein Kulturphänomen, das zu betrachten, es sich lohnt. So. Finde ich auf jeden Fall interessant. Genauso wie ich mir eben hier gestern diesen Gangster-Ripper da mal versucht habe. Ja, genau. Also ich muss sagen, ich habe diese von dir erwähnte Metro-Laut-Folge auch gehört, Züge anlacken. Und ich habe tatsächlich nachspüren können, welche Faszination das ist für diese Person und mit welchem Herzblut, also so schwachsinnig das ja auch ist, also abstrakt betrachtet. Aber für ihn ist das eine Ausdrucksform und er macht das mit Hingabe und das kann ich irgendwo nur, also da kann ich nichts Schlimmes drin sehen. Was ich mir aber wünschen würde von Menschen, die es meinen, Züge anmalen zu müssen. Es gibt da so Prüfnummern, so TÜV-Nummern und so weiter oder Bremsprüfungsanzeiger oder so. Könnte man vielleicht, wenn man lackiert, diese Dinger so lange abkleben, denn sobald solche Prüfnummern überklebt sind, kann dieser Zug nicht mehr fahren. Dann kommen Pendler nicht mehr zur Arbeit und es gibt ein Durcheinander. Guck mal, das ist ja ein wertvoller Hinweis. Weil die wollen ja auch, dass ihr Zug fährt. Genau. Solange diese Dinger sichtbar sind, kann der Zug noch bewegt werden, auch wenn irgendwann mal die Reinigung ansteht. Aber er muss nicht unmittelbar stillgelegt werden. Bitte diese Dinger nicht zukleben. Okay, also die Prüfnummern nicht zukleistern, das finde ich wichtig. Ich finde zum Beispiel auch, also Fenster übermalen ist auch so eine Sache. Reicht ja, wenn der Zug von außen bunt ist. Es gab mal so ein, es gab mal eine Lackierung, da hat man einfach die Türen versetzt. Das war großartig. Man hat die normalen Türen, die sind ja irgendwie farblich abheben, hat man in Wagenfarbe gemacht und dann daneben so angemalt wie die Tür. Also das sind auch so Momente, wo ich dann denke, das ist so genial schräg. Da muss ich, obwohl ich ja, das sind Narrenhände, die beschmieren Tisch und Wände und das gehört sich nicht. Da muss ich sagen, gut gemacht Leute. Da zerreißt es mich. An der, jetzt muss ich gucken, wo genau, also Panierstraße, Ecke, ist das Weserstraße? Wahrscheinlich Panierstraße, Ecke Weserstraße in Neukölln oder eine dieser anderen Flussstraßen da. Aber ich glaube, es ist Weserstraße. Das ist ein schöner, sanierter Altbau. Und da hat jemand in feinster Schreibschrift, in rot, und das ist auch das einzige Graffiti, was da drauf war, zumindest als ich das letzte Mal gesehen habe. Steht einfach drauf, an dieser Wand übe ich nur. Das finde ich total geil, an dieser Wand übe ich nur. Ja. So, das ist, da gibt es ja schon, da gibt es eine Menge Spaß, das ist schon irgendwie ein Ding. Oder wenn du dir, also Streetart ist durchaus ein äußerst spannendes Phänomen. Ich meine, wenn du dir irgendwie so Leute anguckst, wie Banksy, der ja jetzt irgendwie einer der hochgehandelten Künstler ist. Gut, der macht halt natürlich auch ein bisschen gehaltvollere Bilder, die haben irgendwie coole Motive, geile Kunstfertigkeit und einen großen Witz. Das gelingt jetzt nicht allen Graffiti-Sprühern irgendwie in die Nähe des Niveaus von Banksy zu kommen. Aber zum Beispiel ist auch einer meiner besten Freunde ein, ja, ich würde sagen, inzwischen kann man wirklich sagen, ehemaliger Streetartist. Das ist Lindas Ex, nennt er sich, oder nannte er sich. Da findet man wahrscheinlich auch noch, ah ja, da gibt es noch irgendwie so ein, ist das das? Jo, bei Flickr findet man da tatsächlich noch einige Bilder. Ja, der so mit Aufklebern und Postern gearbeitet hat und da irgendwie so eine Geschichte von, ähm, von, ja, Liebeskummer darstellt. Und, äh, das ist, das ist eigentlich auch sehr, sehr schön. Also es ist eigentlich in der Regel eine Bereicherung, was der, ähm, an die Wände gesprüht hat und an die Wände geklebt hat. Das sind mehr so, äh, Plakatieraufgaben und, ähm, Schablonen oder so. Und dann haben sie irgendwann mal, ähm, 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 weil ihnen, weil ihnen im Winter hatten sie irgendwie das Problem, dass irgendwie Eis an den Wänden ist und die Sprühdosen im Winter nicht funktioniert haben. Und es war einfach zu kalt, zu kalt für Streetart. Und dann haben sie, sind sie in den Baumarkt gegangen und haben sich Dachlatten geholt und haben auf den, auf diese Dachlatten halt, äh, draufgesprüht, mit Schablonenarbeiten draufgemalt und so weiter. Haben die Dachlatten dann eben in kleine Stücke gesägt, wo jeweils immer ein Stück drauf war. Und haben die dann halt einfach in Berlin an die, an die Haustüren gespaxt. Also sind halt mit der, mit der, äh, mit dem Bohrschrauber und mit den, und mit Schrauben losgegangen und haben ihre Streetart halt einfach irgendwo dran geschraubt. Ähm, diese Dinger wurden sofort abgeschraubt und, äh, werden inzwischen halt auch zu Sammlerpreisen, ähm, gehandelt, weil sich eben Lindas Ex tatsächlich einen Namen gemacht hat. Jetzt nicht, ähm, auf dem, auf dem Preisniveau von Banksy, aber so in Berlin, äh, ist, äh, Lindas Ex auf jeden Fall schon ein Thema. Ich, dieses Flicker-Ding können wir ja in die Shownotes nehmen. Da gibt's, also das finde ich dann auch mal, das finde ich dann reizvoller. Ja, Wahnsinn, ne? Wie, wie nah Sachbeschädigung und Kunst dann doch nebeneinander liegen können. Also das ist echt schon ein schönes Spannungsfeld. Tja. Ist ja auch ein menschliches Kulturgut, das es auch schon, ähm, hier im alten Rom und so weiter gab, ne? Ist ja... Römer geht nach Hause, ne? Genau. Ja, nicht nur die, äh, mir ist grad schon wieder entfallen, wie ist das Ding, was zugeschüttet worden ist vom, vom, Vesuv? Äh, Troja, Troja, Pompeji. Nein, Pompeji, danke. Pompeji, gut. Pompeji gibt's doch überall diese ganzen, ähm, Graffiti letztendlich. Also, ziemlich, ziemlich cool. Hat man die wohl in den Schuh geschüttet? Naja, äh, Pompeji ist ja, ist ja bei einem Vulkanausbruch quasi verschüttet worden und das ist ja dann quasi wieder ausgegraben worden und du hast halt eine, eine erhaltene römische Stadt, ähm, eben mit sämtlichem Zeug, was eben so an den Wänden war. Die hatten halt auch schon so Schnellküchen, ähm, quasi so, so Imbissstände und so weiter und, ähm, ja, und Graffiti halt überall. Also, ziemlich cool gemacht eben auch. Okay, das ist wunderbar. Da hab ich eine Bildungslücke, das kann ich, kann ich mir jetzt aus, äh, kann ich jetzt was, äh, recherchieren. Hausaufgabe quasi, sozusagen. Jetzt haben wir gar nicht über den Linus, äh, Neumann Podcast, äh, gesprochen, ähm. Ach, ich dachte, wolltest du nicht. Müssen wir noch ein andermal machen? Ja, doch, ja, naja, übrigens, also, wir sind ja hier Podcasterinnen und Podcaster und natürlich interessant, wie andere Podcasterinnen und Podcaster so arbeiten, mit welchen Techniken, ja, welche, welche Schnittsoftware bevorzugt wird und so weiter. Äh, jetzt können wir es natürlich einfach machen und sagen, du gehst ja nur dahin und lässt alles machen von deinem... Er hat einen Tim. Tim as a Service. Es ist tatsächlich, ähm, Tims Aufgabe, aber das Setup ist relativ schnell beschrieben. Ähm, hier, also ich bin ja jetzt gerade in der Meta-Ebene, weil ich mit Tim ja den ganzen Tag hier beschäftigt war und die, äh, hier läuft, äh, Ultraschall, ähm, in der Version, was hat der hier? Wahrscheinlich die neueste. Meine Augen werden immer schlechter. Ich glaube, da ist eine 3 vorne. Ich kann das gerade leider nicht erkennen, weil ich mich ja extra weit davon weggesetzt habe, damit ich keine Tasten drücke. Ähm, Ultraschall, unsere Verbindung ist über, ähm, Studiolink, wenn Tim und ich Fernpodcasten, was relativ oft der Fall ist und es ist immer eine diebische Freude, äh, dass es niemand merkt, dann, äh, machen wir das, äh, ebenfalls so, dann benutze ich je nach Lust und Laune in der Regel, äh, Studiolink Standalone und mache eine lokale Aufzeichnung und diese synken wir dann über einen Shared-Folder, ähm, über, äh, will ich das, File-Sharing verraten? Es ist ein Bit-Torrent-basiertes File-Sharing-System. Also es hat keine, äh, es ist, äh, Cloudless, beziehungsweise da sind natürlich einige Server von uns, die da noch drin hängen, um das, äh, irgendwie zu beschleunigen, aber das sind unsere eigenen. Und, genau, dann synke ich diesen, dieses Flak-File zu Tim rüber und dann ist der Podcast fertig. Die Chapter-Marks macht er auch nach Ultraschall-Schule mit dem, äh, mit einer Wii-Mode. Ich verfüge hier auch über eine, äh, Wii-Mode, die für mich einen, äh, Reusper-Tasterich hat und die Shownotes machen wir tatsächlich über ein, ähm, über ein Bookmarking-Synchronisationstool, wo ich ebenfalls in Python einen kleinen Exporter für geschrieben habe, der alle Bookmarks, die da reingesammelt werden, äh, über ein RSS-Feed rausholt und dann daraus einen Markdown macht und, äh, dann kommen die in ein, äh, synchronisiertes, in einen synchronisierten Text-Editor, den wir benutzen. Unklarer Genese. Eine Zeit lang haben wir das mit Pads gemacht. Inzwischen benutzen wir einen nicht näher genannten Text-Editor, der sich synchronisieren kann. Und da sammeln wir die Shownotes drin. Und meine Recherche sieht im Prinzip so aus, dass ich den ganzen Tag, äh, im Internet surfe, im, über diesen Bookmark-Synchronisationsdienst kann ich sowohl vom iPhone als auch aus meinen Computerbrowsern immer Bookmarks reinwerfen und dann, wenn die Sendung vorbereitet werden muss, äh, exportiere ich die einmal alle fertig in diesem Shownotes-Format, lese die durch, sortiere die und dann haben wir Shownotes. Wow. Das war kurz und bündig. Einmal quer durch die, äh, Produktion des Sinus Neumann. Wie lange wird es den noch geben? Gibt es da irgendwie eine, eine Marke? Hast du gesagt, so bis tausend oder so und dann nicht mehr? Oder wenn, was weiß ich, hier, ähm, unser Innenminister zurückgetreten ist, also, wenn irgendwas passiert ist? Also, ich bin da, ähm, vorsichtig irgendwie zu sagen, wann der Zeitpunkt wäre, wann das endet oder nicht. Ähm, wir machen das ja, ähm, als wahrscheinlich einer der letzten relativ reichweitenstarken Podcasts, äh, ohne irgendein immer wieder den Leuten aufs Auge gedrücktes Monetarisierungsmodell. Ähm, wir betteln nicht um Spenden, wir machen keine Werbung. Ähm, entsprechend, ähm, haben wir auch sicherlich nicht so viele Einnahmen wie andere damit. Die Einnahmen sind relativ moderat, ähm, könnte also in der Regel wahrscheinlich, ähm, mit anderen Tätigkeiten besser Geld verdienen, wenn es mir dabei darum ginge, Geld zu machen. Ähm, die Motivation muss also für diesen Podcast auf beiden Seiten, sowohl von Tims Seite als auch von meiner Seite, äh, einfach von uns kommen. Und das ist bei den immer doch sehr negativen Themen, äh, mitunter auch mal schwierig. So, das ist jetzt, ne, wenn du mal irgendwie eine Zeit hast, wo es in der Politik gut läuft und du auch mal was Schönes berichten kannst oder so, dann macht der Podcast natürlich irgendwie mehr Freude, als wenn du jetzt wirklich so ein Jahr lang nur Scheißprobleme erzählst, ja. Und dann, ähm, dann hast du auch mal irgendwie einen Hänger oder so. Aber was ich eigentlich sagen möchte ist, dass es Logbuch-Netzpolitik gibt, hängt primär davon ab, dass Tim und ich daran Spaß haben. Und sollte sollten wir beide oder einer von uns daran den Spaß verlieren, dann ist dieser Podcast, äh, denke ich, nicht, äh, nicht weiterzuführen. Ähm, und wann das passieren wird, ist, äh, eine Sache, die ganz unabhängig davon ist, ob man jetzt sagt, dann ist jetzt aber bei Folge 400 oder bei Folge 1100 oder wir wollen unbedingt 1123 Folgen machen, die Politik wird ja weitergehen. Also es ist klar, dass, dass es kein, kein günstiges Ende für diesen Podcast geben kann, wie es jetzt, was weiß ich, Christian, ähm, mit dem Kohlenpott, da war klar, der konnte sich ein sehr schönes Ende denken, nämlich das Ende des Kohlenbergbaus, äh, im Ruhrgebiet und dann ist sein Podcast hat halt runtergezählt von, äh, von 52 und dann war gut, so, ne, das, das gibt's ja bei Logbuch-Netzpolitik nicht, Politik hört ja nicht auf. Nee. Naja, und auch die, die Themen ja tatsächlich nicht, ich hab jetzt vorhin, äh, grad mal geschaut, die allererste LNP-Folge vom 28. Oktober 2011 hat da als Themen drin Facebook, Netzpolitik, Org und, äh, Vorratsdatenspeicherung, äh, Privatsphäre und Post-Privacy-Gesellschaft und, ähm, the power of default letztendlich bei Gesichtserkennung und Tagging bei Facebook war's. Also, wir kommen da ja irgendwie aus dem, aus dem Themen-Fool irgendwie auch nicht raus. Und da hast, äh, da hast du dann genau das Kernproblem eigentlich auch erkannt, ähm, es gibt dann, also Vorratsdatenspeicherung oder so, es gibt dann irgendwann, hast du auch einfach in deinem Leben genug über Vorratsdatenspeicherung geredet. Hm, ja, das kann ich mir vorstellen. Also, dann wünschst du dir einfach irgendwann, dass es jetzt endlich diese scheiß Vorratsdatenspeicherung gibt, damit du über was anderes reden kannst, so, ne, also, die, oder, dann kommen so Situationen, wir hatten das, wie war das denn kürzlich, ach ja, anlässlich dieser Situation mit, äh, Ursula von der Leyen, die dann jetzt irgendwie in die EU gegangen ist, wo wir dann irgendwie, ähm, uns darüber unterhalten haben, was, welche Erfahrungen wir mit dieser Person haben, was für einige dann sehr erhellend war, dass, dass wir jetzt irgendwie eine Perspektive über halt zehn Jahre haben und, ähm, oder länger, die wir unterschiedliche Politiker und Themen verfolgen und dann irgendwie es noch darum ging, wie war das mit Karl Theodor zu Guttenberg und von der Leyen hier und Zensursula, alles Begriffe, die, äh, wo ich mich ja dann auch selber dabei erwische, dass ich jetzt auf einmal von damals rede und das, so, das sind ein bisschen Wahnmomente, so, also ich glaube, wir werden diesen Podcast noch sehr lange machen, also es gibt jetzt, es steht jetzt nicht irgendwie an, dass wir damit aufhören, aber es gibt natürlich irgendwie Faktoren, die, äh, irgendwann natürlich dazu führen müssen, dass, also irgendwann wird es die letzte Folge Logbuch Netzpolitik geben und sei es, weil, äh, Tim stirbt oder ich, ne, also es muss ja, irgendwann wird das ja passieren, ähm, im Moment steht das nicht an, aber es ist halt ein, ein Hobbyprojekt, an dem wir beide sehr viel Freude haben und das ist aber auch alles, was diesen Podcast antreibt und da weiß man eben nicht, was, äh, für Faktoren eintreten könnten, die uns vielleicht irgendwann die Freude daran nehmen. Ich glaube, mein, das ist ja auch so ein bisschen Eigentherapie, ja, ich glaube, in der, in der heutigen politischen Lage, jetzt bin ich mal ganz eigennützig und ich zentriert bin, ich glaube, ich wäre noch sehr viel schlechter drauf, wenn ich nicht Logbuch machen würde. Das war übrigens, das hilft ja auch ein bisschen selber zu verarbeiten. Ja, das war übrigens die erste Frage, die ich dir mal gestellt habe, als wir uns auf, ich glaube, bei einer, bei einer E-Stack über den Weg gelaufen sind. Wie schafft ihr es oder auch du, wie schaffst du es bei diesem, bei diesem ganzen Themenbereich und wie diese Themen halt letztendlich auch, ja, daherkommen beziehungsweise uns von der Politik eben präsentiert werden, nicht mürbe zu werden? Ähm, also, ich wüsste halt nicht, wo das hinführen würde, so, dass, das ist eigentlich, also, mir käme es, mir käme es nicht im Sinn davon, mürbe zu werden, wobei das jetzt ein bisschen übertrieben, ähm, also, im Prinzip ist das natürlich so, weil ich dadurch, dass wir diesen Podcast machen ja auch sehr, sehr viel positives Wahrnehme, also, beispielsweise würde ich diesen, also, es ist ja nicht so, als würde ich nicht sehr viel von dem Widerstand oder von der Kritik, die wir da behandeln, auch in meinem täglichen Leben eh die ganze Zeit sehen, ne, also würde ich jetzt beispielsweise, würde jetzt niemandem zu nahe treten, aber wahrscheinlich könnte ich Logbuch Netzpolitik nicht aus, äh, sagen wir mal, irgendwie einer, einem kleinen Dorf machen, in dem primär alte Leute wohnen und ich keinen Kontakt zu Jüngeren habe. Das ist für mich so ein, so ein Rezept für, äh, die, die werden alle irgendwann bescheuert, die Leute, die sowas machen, also die halt, die irgendwo zu alleine sitzen und sich in diesem Internet mit Politik auseinandersetzen, ne, also, dass die zu wenig Kontakt zu Gleichgesinnten, im eigenen, im richtigen Leben haben, ja, sowohl, ne, ich gehe ja hier trotzdem, nach der Sendung rede ich noch mit Tim über solche Sachen und meinen Freundeskreis, mit denen kann ich mich auch darüber austauschen und wenn ich kompetenten Rat brauche, habe ich die Ressourcen dazu, so, ne, ich kann, äh, von, was weiß ich, Thomas Lohninger, über Max Schrems, über André Meister, über Frank Rieger, äh, über, äh, jede Person, die sich in diesen Themenbereichen engagiert, insbesondere, jetzt kommen ja auch, äh, sehr viele neue junge Leute dazu, die sich mit irgendwas auseinandersetzen, die kenne ich ja alle und das ist halt eigentlich die Ressource, die dazu beiträgt, dass diese Sendung einen positiven Spirit behalten kann, weil mir die Welt eigentlich nicht so aussichtslos vorkommt, wie das, was ich in Logbuch Netzpolitik eigentlich die ganze Zeit erzählen muss, weil ich immer noch irgendwie im Dezember, äh, 17.000 Leute auf dem Kongress sehe, weil ich immer noch irgendwie, ähm, in meinem Freundeskreis, im weitesten Sinne, eine, ähm, eine einhellige Meinung und Kenntnis zu den Themen vorfinde, weil ich irgendwie natürlich sehe, dass wir auf dieser politischen Bühne gerade im, äh, in der Verteidigungshaltung sind, aber nicht in der, in dem, tja, also nicht in, in dem, in dem Bevölkerungsbereich, den ich für halbwegs ansprechbar halte. Und das, das, das ist, glaube ich das. Und ich glaube, würde ich das jetzt irgendwie aus irgendeiner kleinen Stadt machen und hätte ich irgendwie kein soziales Netz, in dem, äh, ich irgendwie diese, diesen Austausch irgendwie auch pflegen würde, ne, ich meine, dass ich eine, in der Regel eine halbwegs kompetente Folge Logbuch Netzpolitik über die Bühne kriege, liegt ja daran, dass ich erstens sehr viel dazu lese und dass ich andererseits mich irgendwie mit Leuten über diese Themen unterhalte, die sie auch verstanden haben. Und, ähm, diese, dadurch, dass ich in Berlin wohne und es ist die, was weiß ich, es ist die Redaktion von Netzpolitik.org, kann ich jeden Tag hingehen, kann mich mit Konstanze Kurz über Themen unterhalten, ich kann mich mit Markus Becke da über Themen unterhalten, wenn ich das möchte. Und da diese Personen alle nicht weit weg sind und ich mich mit denen auch nicht übers Internet unterhalten muss, mache ich zwar in der Regel, aber, ähm, ich kann auch regelmäßig abends mit denen einfach ein Bier trinken, ähm, habe ich, habe ich halt relativ viele Ressourcen, um, jetzt irgendwie in Anbetracht der Politik da draußen nicht den, die, die Stimmung zu verlieren, weil, klar ist immer mal einen da sitzen, der sagt, ey, heute hängt mir die Scheiße wirklich zum Hals raus, aber hast noch genug andere, die sagen, jetzt müssen wir aber hier und, und von links unten und for future und hast du alles nicht gesehen und jetzt machen wir aber nochmal, jetzt machen wir nochmal Telefonie und jetzt müssen wir nochmal ein Gutachten in den Bundestag schreiben und, und so weiter und so fort, also das ist, Coping, Ressourcen kommen halt einfach aus dem sozialen Gefüge, in dem man dann ist. Wenn ich jetzt irgendwie alleine irgendwo sitzen würde mit dem Scheiß, äh, würde ich auch zu viel kriegen, weil es manchmal, für kurze Zeit hilft das, also für, so ein bisschen Abstand hilft auch, das ist dann auch echt ganz cool, jetzt irgendwie in einem anderen Land willst du mal und machst dann mal von da aus die Sachen, das, das macht es auch angenehmer, aber am Ende ist es halt, wie, wie jeder andere Trauerfall auch, ne, ein stabiles soziales Gefüge hilft dir da durch. Und so ist es halt mit den Nachrichten in Lockbuch Netzpolitik. Na super. Aber gut zu hören, gut zu hören, dass du da ein gutes soziales Umfeld hast, wo du dich auch immer wieder ein bisschen kopeln lassen kannst. Sehr gut. Ja, die, also ich meine, ich habe natürlich auch ein Freundeskreis, in dem diese Themen überhaupt keine Rolle spielen, die brauchst du natürlich auch. Also, sonst redest du ja nur noch über den Scheiß, dann endest du auch wie irgendwelche Flüchtlingsverschwörungstheoretiker oder so. Ach ja, die armen Leute. Die armen. So ein Mist. Ich hatte gerade noch ein schönes Schlusswort für diese Runde. Jetzt ist es mir entfallen. Verflix und zugenäht. Was wollte ich denn sagen? Ah. Egal. Dann muss es eben ohne geniales Schlusswort abgehen. Also so wie immer eigentlich. Schade. Also ich habe noch ein Zitat beziehungsweise einen Gedankenanstoß eben halt auch noch mal im Rückgriff auf die LMP1 quasi. Ich glaube, es war der Tim, der dann sagte, in zehn Jahren ist oder sind die Themenbereiche dann hoffentlich normal, dass die ganz oben auf der Tagesordnung stehen und meinte damit halt sowas wie Verbraucherschutz, Netzneutralität, Datenschutz und dass wir eben halt davon wegkommen, dass das Internet eben nur ein Wirtschaftsraum ist, in dem es nur um Return of the Investment und so weiter geht. Wenn ich jetzt kurz zurückrechne, 2019, 2011, acht Jahre, wir haben noch zwei. Ja, aber, also die Themen sind ja schon, ja, wobei, nee. Ja doch, also ich glaube, die Themen sind präsenter geworden und halt nicht zuletzt auch mit DSGVO und so weiter ist Datenschutz präsenter geworden, auch in der breiten Masse und wenn ich jetzt halt sage, okay, zumindest auf dem Dorf, 800 Einwohner, Kaff irgendwo im Vorharz, selbst bei den Leuten, die da in den Vereinen sind, ist mal angekommen, dass man halt nicht einfach so in die Menge fotografiert und so, hey, wir sind auch vielleicht auf einem kleinen aufsteigenden Zweig. Auf jeden Fall, alles wird besser. Alles wird besser von Tag zu Tag. Das, also ich will das fast jetzt nicht aufmachen, ne, aber, ähm, es muss schon noch kurz festgehalten werden, tatsächlich wird eigentlich im Schnitt alles besser. So die, auch wenn jetzt irgendwie mal eine Durststrecke ist, wo, sag ich mal, die Auseinandersetzung in der Politik immer weniger sachbezogen ist und, ähm, wo wir jetzt irgendwie wirklich Vertreterinnen teilweise irgendwie haben, wo, wo du dir echt denkst, das kann doch jetzt echt nicht die Krone der Schöpfung, die Krone der Schöpfung sein, aber so eigentlich wird diese Welt immer besser und immer geiler. Also so, ich hab gerade irgendwie doppeltes Datenvolumen für weniger Geld bekommen, so. Immerhin. Ja, genau. Genau, wenn es nicht regnet, dann tröpfelst du es wenigstens, hieß es bei uns früher. Auch die kleinen Dachen bringen uns nach vorne. So, jetzt haben wir wirklich, jetzt müssen wir von der Gartenbank runter. Danke, dass du eingegriffen hast, Claudia, denn das gab mir Gelegenheit, meine geniale Wortschöpfung wiederzufinden, die gar nicht so genial ist, wie ich das feststellte. Ich wollte mich nämlich beim Linus bedanken dafür, dass er uns hier so schön von sich erzählt hat und wir haben tatsächlich mehr Persönliches erfahren, als über ihn in der Wikipedia steht. Linus hat einen eigenen Wikipedia-Artikel und da haben wir aber jetzt mehr rausgekitzelt und was mich besonders freut, das Stoppwort Maaßen ist nicht ein einziges Mal gefallen. Doch von dir. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, wir gehen runter von der Gartenbank. Linus, wenn du Lust hast, bleib einfach noch bei uns bis zum Ende der Sendung. Wir haben noch zwei, drei Themen, die werden wir wahrscheinlich jetzt aber im Schweißgaloff hier durchbringen und wenn noch irgendwas dir einfällt, misch dich einfach ein. Du bist ja Gast im Garten zum Plaudern. Mache, ich bleib noch drin. Super. Dann kommen wir jetzt weiter ins Querbeet. Und wie gesagt, mal eben ganz schnell durch die Neuigkeiten, die uns da aufgefallen sind. Also es geht um einen Podcatcher, genauer gesagt um ein größeres Modell, nämlich den Pocketcast. Pocketcast hat sein Geschäftsmodell etwas geändert. Früher musste man die App kaufen und hatte dafür, soweit ich weiß, die Web-Applikation auf dem Netz irgendwie kostenlos. Also die war dann quasi mit drin. Jetzt hat sich das rumgedreht. Die App wird kostenlos verkauft, aber wer irgendwie etwas mehr will, der muss dann da einen Dienst, ein Abo eingehen. Es gibt ein Pocketcast Premium-Modell und diese, das sind australische Anbieter, die haben ja, die zeichnen sich immer durch ein gewisser Humor aus, wie sie da so vorgehen und sie haben dann gesagt, ja okay, die Leute, die die App gekauft haben, die wollen wir jetzt nicht quasi gleich bestrafen. Den geben wir für dieses Premium-Modell gleich mal irgendwie drei Jahre Nutzungszeit. Dann haben sich aber Leute beschwert und gesagt, nee, drei Jahre, das war irgendwie verrückt und jetzt haben wir tatsächlich als Nutzer und ich bin auch so einer, 99 Jahre Nutzungszeit bekommen und meine, steht tatsächlich drin, mein Pocketcast-Account, der expiert irgendwie 2100 und ich habe keine Ahnung, also ich werde diesen Zeitpunkt garantiert nicht mehr erleben. Das finde ich irgendwie sehr witzig und sehr konsequent durchgezogen. Es gibt noch ein paar Features, die sie dazu gemacht haben. Man hat da jetzt irgendwie auch einen Cloud, wo man dann eigene Sachen rein speichern kann, aber ehrlich gesagt, habe ich das noch nicht verstanden. Deswegen kann ich da noch nichts zu sagen und der Lars ist nicht da, der könnte vielleicht mehr dazu sagen, aber vielleicht später ein andermal oder einer von euch weiß noch was zufällig. Weißt du was, Claudia, dazu irgendwie? Nö. Entschuldigung, Mute-Taste. Nee, weiß ich gerade tatsächlich nicht. Da habe ich noch nicht mich weiter mit auseinandergesetzt. Okay, dann sagen wir das einfach nur, also Pocket Cast hat da irgendwie das Geschäftsmodell geändert. So, das nächste kann ich an Sebastian weitergeben. Da geht es nämlich um Studio Link. Genau. Ich habe mal wieder ein neues Release rausgebracht für die Standalone-Version. Da geht es im Prinzip darum, dass jetzt die Standalone-Version mit verschiedenen Sample-Raten klarkommt. Also Studio Link benutzt intern nach wie vor 48 Kilohertz, aber es ist nicht mehr zwingend darauf angewiesen, dass auch das Audio-Interface entsprechend gesetzt ist. Es ist natürlich immer noch der best anzunehmende Fall. Also es schadet auf gar keinen Fall, dass das weiterhin der Fall ist, aber es muss nicht unbedingt so sein. Wir sind auch schon sehr utopische Interfaces in den letzten Monaten untergekommen, die tatsächlich teilweise sogar nur 192 Kilohertz zugelassen haben, was ich bis heute immer noch nicht ganz verstehe, wie man so ein Gerät bauen kann, aber egal. Was erlaube, Hersteller. Wirklich Wahnsinn. Also ja, und was halt auch noch, was ich in dem Zuge auch noch mit neu gebaut habe, ist, dass jetzt der Kanal einzeln ausgewählt werden kann. Das heißt, wenn man jetzt ein Mehrspur-Interface hat, kann man quasi wirklich jeden Kanal auswählen, wie so jetzt, wie zum Beispiel so ein Zoom H6, wenn der mit sechs Kanälen kommt, dann nur wieder der Trick, dass man auf Kanal 2 wechseln muss, weil ab 0 hochgezählt wird und der Ultraschall ist das ja Kanal 3. Das ist ein bisschen skurril beim H6, weil ja die Links-Rechts-Kanäle von dem Aufsatz als ersten Kanäle gezählt werden. Ja, aber im Prinzip funktioniert das auch, sodass man jetzt also mit Mehrspur-Interfaces Spaß haben kann mit der Sendalone und ja, ich habe dann auch in dem Thread im Sende-Gate nochmal schon mal eine Alpha durchblicken lassen. Da gibt es sogar ein kleines Feature, dass man nicht nur den Kanal auswählen kann, sondern auch sagen kann, machen wir mal einen Mix über alle Eingangskanäle. Wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit vor so einem Interface sitzt, hat natürlich den Nachteil, dass dann auch eben in der Aufnahme alles gemischt ist. Also wer dann eine Mehrspur, lokale Mehrspur-Aufnahme haben möchte, wäre mit Ultraschall oder einer DAW besser bedient an der Stelle nach wie vor noch. Ja, aber das sind so die beiden Kernfeatures. Also beliebige Anzahl an Eingängen und Sample-Raten, Konvertierung. Prima. Zumindest den Lars hast du damit sehr glücklich gemacht. Der ist inzwischen im Chat erschienen. Sehr cool, treibt da Sebastian. Ich feiere das sehr. Schön. Claudia. Nee, genau das wollte ich auch gerade sagen, dass der Lars sich gerade im Chat freut. Achso, Hintergrund der ganzen Geschichte ist auch noch, da hattest du Claudia auch so einen Fall, dass quasi mitten in der Aufnahme irgendwie unter macOS passiert das ganz gerne, dass da ein anderer Software mal die Sample-Rate verstellt und dann ist das Audio-Files zwar, es hört sich kaputt an, es ist nicht ganz kaputt, man kann das noch retten, ist zwar ein bisschen Audio-Magie, die man draufwerfen muss, also ich konnte bisher alle Aufnahmen, die mir in dem Zuge bekannt geworden sind, retten, auch wenn es teilweise fünf Stunden Arbeit war, aber das ja, also es dürfte schneller gehen, interessanterweise waren beide Fälle mit dem, was ich gecodet habe und das automatisch, also hätte man das manuell schneiden müssen, wäre es noch länger gewesen, aber Wie macht man das denn? Wie repariert man die denn? Im Prinzip musst du halt diesen Drift, der sich da reinarbeitet, komplett wieder rausarbeiten. Ich kann die Sachen auch mal einfach, ja. Du musst wieder rausarbeiten, klar. Genau, also im Endeffekt ist es halt einfach ein Algorithmus, der da permanent quasi den Stille einfügt und die Stille musst du halt einfach wieder entfernen. Also dementsprechend geht auch kein Audio-Material verloren, sondern er füllt einfach die Lücken, wenn jetzt zum Beispiel 44,1 zu 48 Kilohertz ist ja Faktor, ich glaube 0,8 oder sowas, langsamer und füllt halt den Rest mit Nullen auf und diese Nullen musst du einfach wieder raushauen. Das passiert aber relativ unregelmäßig, insofern muss man da schon mal immer ein bisschen gucken, dass man jetzt nicht doch auch Stille entfernt, die irgendwie sinnvoll ist. Also man kann jetzt nicht einfach alle Nullen weghauen, sondern muss da schon ein bisschen mehr so die Zeitschlitze abfassen, wo jetzt wirklich Nullen eingefügt werden konnten, die jetzt als Füllmaterial genommen worden sind und das ist je nach Aufnahmesituation immer ein bisschen anders. Zumindest war es bei den beiden Fällen, die ich jetzt fixen musste, der Fall. Ja, so im groben Beschenk. Spaß mit Audio. Das klingt nach ein bisschen unschöner Arbeit. Ja, insofern bin ich jetzt ganz froh, also die Standalone passt jetzt auch nicht mal auf 48 KHz an. Wie gesagt, das ist so ein macOS-Ding, jede App kann diese Sample-Rate mitten in der Aufnahme verändern. Ich prüfe die nur beim ersten Einrichten des Audio-Interfaces. Mir ist auch kein Callback bekannt, dass es dort einen Callback gibt, wenn sich die ändert. Vielleicht gibt es da einen, ist sowieso alles ein bisschen unterdokumentiert, was die Audio-Sachen angeht unter Mac. Ja, aber gut. Insofern hoffen wir mal, also ich gehe einfach, meine Arbeitstheorie ist, die Sample-Rate, die zum Zeitpunkt des Programmstarts gesetzt ist, ist dann hoffentlich die, die dann auch nicht sich verändert durch andere Programme. Zumindest hoffe ich das und sollte dann weniger Schwierigkeiten machen. Super. Viel Spaß. Voll das Klopf. Voll das Klopf, genau. Du hast noch was mitgebracht, aber nicht von dir, aus deiner, aus deiner Werkstatt, sondern von dem Stefan Traut. Genau, der hat die Podlife-App, die ja jetzt die einen oder anderen von euch auch gerade benutzen, um den Studio-Link-Stream zu hören, für iOS auf iOS 13 aktualisiert. Da hat er sehr viel quasi an sich, an die neuen APIs so ein bisschen angepasst, sodass es alles ein bisschen schneller, konsistenter und so weiter ist. Wir verlinken mal den Blog-Artikel, wo er die ganzen Änderungen aufzählt und ich glaube auch, dass er, ich habe es noch nicht gehört, im Audio-Dump, die gerade erschienen ist, Podcast AD 055 da war auch zu Gast und hat da glaube ich auch so einiges aus der iOS-Entwicklung mal erzählt. Gut, das war es im Querbeet. Dann kommen wir doch zum Blühkalender. Und als Fallback hatte ich mir eigentlich überlegt, den Kalender mit Linus gemeinsam zu machen, weil ihr seid ja, was Kalender und Termine angeht, im Logbuch Netzpolitik Podcast auch ganz vorne mit dabei, aber der Lars hat es sich nicht nehmen lassen, uns einen Einspieler zu schicken und dann gehen wir natürlich den Lars und hören uns an, was er uns für die Termine an Terminen für die nächsten zwei, drei Monate aufgeschrieben hat. Hallo allerseits, wie Martin sicher schon angekündigt hat, kann ich heute beim Sendegarten nicht dabei sein. Ich habe aber die Termine zusammengestellt, das habe ich ein bisschen improvisiert und nehme auch mit einem improvisierten Setup auf in einem Innenhof, aber draußen. Ich hoffe, es klappt einigermaßen. Hier sind also die Podcast-Termine die nächsten drei Monate. Quelle ist das Termin-Wiki im Sendegate. Also alles wie immer. Los geht's am 30. September, da ist der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern und bekannt machen. Informationen dazu gibt's unter internationalpodcastday.com. Dann geht's nach Irland, genau gesagt nach Kork. Da gibt es das Kork Podcast Festival. Das findet statt vom 11. bis zum 13. Oktober. Weitere Informationen gibt's bei Twitter und Facebook. eine richtige Webseite habe ich dazu leider nicht gefunden. Am 12. Oktober geht's dann nach Italien. Da gibt es in Mailand das Festival del Podcasting 2019. Denkt euch das italienisch gesprochen. Festival del Podcasting 2019. Das richtet sich an PodcasterInnen und EnthusiastInnen. Es werden Workshops geboten und auch das Netzwerken ist offenbar ein großes Thema. Weitere Informationen gibt's unter festivaldelpodcasting.it Am 15. Oktober gibt es das Podcast Meetup Franken. Los geht's um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Vom 18. bis zum 20. Oktober ist das Ganzohr ein Arbeitstreffen für Wissens- und WissenschaftspodcasterInnen. Dieses Jahr findet das in Nordhorn in Niedersachsen statt, direkt an der niederländischen Grenze. Veranstaltet wird das von Wispot. Unter wisspot.de gibt's deshalb auch weitere Informationen. Am gleichen Termin, also auch vom 18. bis zum 20. Oktober, gibt es das Paris Podcast Festival. Das ist unschwer zu erraten in Paris, genauer aber im Kulturzentrum La Guette de Lyrique. Weitere Infos gibt's im Web unter www.parispodcastfestival.com Dann gibt's auch wieder ein Podcast Meetup Leipzig. Das ist dann am 23. Oktober. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 25. Oktober gibt's dann in Wiesbaden den Podäbler. Hier wird der Veranstaltungsort noch bekannt gegeben. Am 7. November geht's dann nach Konstanz. Da gibt's das 15. Podcast Meetup Bodensee. Los geht's um 19 Uhr im Extra. Extra schreibt sich hier mit Doppel X. Dann gibt's noch mal das Podcast Meetup Leipzig. Das ist dann am 27. November. Los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Und noch mal das Podcast Meetup Leipzig. Dann am 25. Dezember wieder im Bayerischen Bahnhof wieder um 20 Uhr. Auf den offiziellen Kanälen ist noch nicht viel zu sehen davon, aber vom 27. bis zum 30. Dezember dürfte es den 36C3 geben, den Chaos Communication Kongress. Diesen Kalender hier, den hört ihr aus der Konserve. Deswegen weiß ich nicht, ob Linus vielleicht schon was dazu gesagt hat oder vielleicht noch sagen wird. Im Termin Wiki im Sendegate gibt's Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen, so auch die genauen Adressen und das Wiki ist natürlich offen für weitere Einträge. Wenn also ein Termin hier mal genannt werden soll, am besten einfach im Sendegate eintragen, dann ist er hier auch mit dabei. Soweit die Termine für dieses Mal. Viele Grüße aus dem Innenhof aus Bremen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ganz herzliches Dankeschön. Wie du das immer machst, dass du trotzdem, dass du eigentlich rund um die Uhr beschäftigt bist, dann doch noch irgendwie für uns die Termine da einsprichst. Selbst wenn du nicht vorhanden, nicht hier vor Ort sein kannst, immer wieder faszinierend. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön dafür. Linus, kannst du uns irgendwas zum 36C3 sagen, so wie Lars das gerade vermutet hat? Gibt es wieder ein Sendezentrum? Weißt du was? Das müsst ihr ausmachen, ob es da ein Sendezentrum gibt oder nicht, aber vielleicht interessiert euch erstmal, ob es ein 36C3 gibt oder nicht. Fangen wir mal vorne an, genau. Und wo? Es wird beim Ort keine Überraschung geben. Aha. Dann vermute ich leid. Ich bin da jetzt sehr, ich bin da, ich bin da sehr vorsichtig, weil ich, weil wir das sehr, sehr zeitnah auch offiziell ankündigen wollen. Aber es wird da jetzt keine großartigen Überraschungen geben. Das, denke ich, kann man relativ einfach daran erkennen, das Camp wird ja von zu sehr großen Teilen den gleichen Teams gemacht wie der Kongress. Und deswegen ist traditionell der Kongress nach den Camps, also der 2011er, 2015er und der kommende 2019er Kongress ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, dadurch, dass alle gerade schon vom, sich zum Camp verausgabt haben, weil das Camp ja nur alle vier Jahre ist. Und insofern entscheidet sich der CCC selten zu diesen regelmäßig wiederkehrenden vier Jahren zu dem Kongress sich da unbedingt sehr viel mehr Arbeit aufzuhalsen, als er es in den Jahren davor getan hat. Und mehr Arbeit ist halt ein Umzug oder Sonstiges. Das ist jetzt sehr aus der Vergangenheit, wie diese Veranstaltung stattgefunden hat, sehr schwer abzuleiten, dass man davon ausgehen würde, dass der Kongress jetzt woanders stattfindet. Ja, ein Copy-Paste ist dann einfacher, klar. Das ist natürlich ein Begriff, der in dem Zusammenhang durchaus eine Rolle spielt. Einfach, weil wir haben, könnt das ja auch verfolgen, jetzt irgendwie sowas anschaust, wie das C3-Lok, das Logistics Operations Center, die sind irgendwie ungefähr von, ja, wahrscheinlich dritten bis fünften August irgendwann dahin gekommen auf den Acker und die sind dann irgendwann ziemlich genau einen Monat später wieder darunter und na, da sind einfach Teams, die wirklich enorm viel Zeit in diesen Kongress investieren und das gleiche Team, zu größten Teilen gleiche Team wird ein ähnliche Investitionen an Arbeit für den Kongress machen müssen. Selbstverständlich wird danach Möglichkeiten gesucht, diese Aufwände zu verringern, um das irgendwie noch akzeptabel zu machen für alle, die da irgendwie halt die schweren Gewichte heben müssen für diese Veranstaltung. Das ist sowieso immer faszinierend, dass das überhaupt so gemacht werden kann. Großes Kompliment kann man da aussprechen. Ja, also danke an alle Beteiligten, es wäre aber jetzt auch, also denke, kann sich schon vorstellen, dass wir da natürlich durchaus auch immer an unterschiedlichen Stellen Probleme haben mit der Überlastung von einzelnen Personen oder einzelnen Teams oder auch ganzen Gruppen von Personen und ganzen Vielzahlen an Teams und da müssen wir eben aufpassen und das wird sich eben auch in dem Kongress 2019 zeigen, dass da sagen wir mal zumindest ein höher, schneller, weiter, geiler, irrer, wilder und noch einen obendrauf ist jetzt da weniger zu erwarten in diesem Jahr. Gibt es denn schon ein Motto? Hast du was gehört? Nein, gibt noch kein Motto. Ich habe nämlich heute ein Tweet gesehen, da war irgendwie eine Google Veranstaltung und da war bei den Handzetteln oder so stand irgendwo als Überschrift Be excellent to each other. Was, echt? Ja. Und dann hat jemand als Reaktion geschrieben, ja dann ist ja das Motto für ein 36C3 klar, don't be evil. Don't be evil. Das fand ich sehr gut. Also diese Motto-Sache ist ein natürlich ein fortwährendes Problem. Wir werden sicherlich zeitnah ein Motto haben. Wann wir es bekannt geben, werden wir dann sehen. Ja. Also mir kommt es wirklich, ich habe gestern auch auf dem Acker gestanden und jetzt muss ich mir irgendwie Gedanken darüber machen, wie wir das mit diesem Kongress jetzt über die Bühne kriegen. Also es ist wirklich, man muss da durchaus sagen, dass das diese Jahre, in denen auch das Camp ist, sind da wirklich eine hohe Belastung für die Gruppen und für bestimmte Schlüsselfiguren, die an vielen Interfaces sind und wir haben glücklicherweise uns darauf vorbereiten können, dass wir jetzt wenigstens nicht ausgebrannt in das Projekt 36C3 reinmarschieren, aber ich sage mal, es ist für alle wahrscheinlich gut, wenn wir unsere Erwartungshaltungen dem anpassen, dass der CCC eben in diesem Jahr dann am Ende halt die größte Menge Besucherinnen auf Veranstaltungen beherbergt, die der CCC jemals beherbergt hat oder in Empfang genommen hat. Wow, nochmal eine Steigerung? Naja, einfach, also die vorherige maximale Besucherzahl ist das letzte Jahr gewesen. Also ich sage jetzt, kumuliert aufs Jahr betrachtet, also nicht bei der Veranstaltung Kongress, sondern aufs Jahr betrachtet. Als wir das Camp 2015 gemacht haben, haben wir danach einen Kongress in Hamburg gemacht, der glaube ich noch unter 10.000 Besucherinnen hatte. Der 32C3 müsste das gewesen sein, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Oder? Ja. und der müsste 2015 gewesen sein, vor vier Jahren, genau. Und da hatten wir irgendwie 5.000 beim Camp und ich glaube, was weiß ich, irgendwas unter 10.000 beim Kongress. So, jetzt in diesem Jahr 2019 hatten wir irgendwie 5.500 beim Camp und können irgendwie mit 17 zum Kongress rechnen. dann bist du bei irgendwie 22,5 plus dann noch die ganzen Veranstaltungen wie GPN und MRMCD und Easterhack und hast ja alles nicht gesehen. Die sind ja auch noch andauernd irgendwelche kleinen Veranstaltungen und dann glaube ich, dass es 2019 wahrscheinlich das Jahr wird oder müsste einfach das Jahr sein, einfach durch das Camp, durch die 5.500 vom Camp müsste nach meiner Rechnung 2019 das Jahr sein, in der der CCC so viele Besucherinnen wie nie zuvor auf unterschiedlichen Veranstaltungen empfängt. Das war hübsch. 2015 muss der 31er gewesen sein, der 32er war 2016. Ja, 2016 war mein erster, das war der 32er, das war der Gated Communities. Ja, natürlich und der müsste 2015 gewesen sein. Stimmt, du hast total recht. Du hast total recht. Boah, natürlich. Ja. Also im Kongress, Kongress, Jahreszahlen und wann, wann welcher Kongress stattgefunden hat, kannst du mir nichts vormachen. Das weiß ich leider, das weiß ich einfach. Gerade den 32 C3 2015 weiß ich, weil ich da die Öffnung gemacht habe. Ah, das weiß er selbst nach drei Stunden Dauerbefragung immer noch, mein lieber Mann. Naja, das, aber der steht in den Büchern tatsächlich, ich guck gerade, der steht in den Büchern hier mit, dann waren wir doch schon über 10.000 Besuchern. Da waren wir doch schon. Das habe ich auch, da muss ich, das habe ich auch vor kurzem in einem Gespräch gesagt, dass wir da 12.000, 13.000 hatten und da wurde mir geantwortet, nein, das waren nur neun und das stimmt nicht. Das kann ich, ja, das ist nicht richtig. Ja, da muss ich korrigieren. Also da muss ich meine Gesprächspartnerin korrigieren. Ihr wisst ja, wie gerne ich recht habe. Das werde ich mir nicht nehmen lassen. Den schenkst du ihm, Claudia, das ist doch kein Problem. Das ist völlig in Ordnung. Ich war in meinem Leben einfach nur ein Jahr zu spät, alles gut. Aber dann, dann haben wir, dann haben wir hier 18, dann haben wir 2015 mit Camp und Congress zusammen um die 18.000 Leute in Empfang genommen und werden dann halt jetzt mit dem 36C3 eher so um die 22,5, nur mit den beiden Veranstaltungen. Natürlich sind das beides die gleichen, sind wahrscheinlich hast du zwischen Camp und Congress irgendwie sowas wie 80% Überlappung, aber, ja. Trotzdem, die kommen ja trotzdem. beeindruckende Größe für das, was so klein angefangen hat. Und man sieht schon auch, ich meine, man hat ja gerade, glaube ich, im letzten Jahr gemerkt, dass, oder auch eigentlich in den Jahren vorher schon, dass das aus dem dem nerdischen Computer-Hackern inzwischen sich doch weit hinaus entwickelt hat und mehr so andere gesellschaftliche Bereiche auch betrifft und vielleicht allgemein die Frage so, was wollen wir eigentlich, in welcher Gesellschaft wollen wir eigentlich leben, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen, wie soll denn eigentlich so das, ja, das Gefüge so sein und ich, ich sage immer spaßeshalber, das ist dann so für vier Tage eine Utopie erleben, wie es sein könnte, wenn wir uns alle ein bisschen mehr Mühe geben würden, so auch auf der Straße da draußen in der Kälte. Ja, das ist auf jeden Fall zum Thema der Auseinandersetzung auf dem Kongress geworden. Interessanterweise wird das von vielen immer so wahrgenommen, als wäre das irgendwie im Programm so gewesen, als hätte sich der Kongress von den technischen Themen entfernt. Das ist tatsächlich zumindest absolut, also absolut in Zahlenwerten und relativ in Zahlenwerten nicht so. Die Programmanteile, Security, gesellschaftliche Themen und so sind eigentlich seit vielen, vielen Jahren gleich. Also es gibt immer um die 30 Politik, Gesellschaft, Dinge, also es wird hier in Stunden gerechnet und wie viele Stunden hat der Fahrplan und also da hat sich das nicht geändert, aber es wird von den Leuten so wahrgenommen, dass eben die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen da sehr viel mehr eine Rolle spielen auf der Veranstaltung, was natürlich auch viel daherkommt, was die Assembly-Flächen angeht, dass da halt sehr viel mehr derartiges gelebt wird, also mehr gesellschaftliche Themen gelebt werden. Ich glaube nach dem ersten Leipziger Kongress gab es in der Taz so einen Artikel der Gesellschaftskongress, wie gesagt wurde so, ja hier es gibt keine Gesellschaftskongresse mehr, jetzt müssen die Hacker, die Hacker haben jetzt ihren Kongress aber dafür dahingehend weiterentwickelt, wo wirklich Gesellschaft zusammenkommt. Das auch noch. Kann man, ja das haben wir auch noch gemacht, man kann das auch alles mal vielleicht weniger verkrampft sehen und anerkennen, dass halt in dem Kongress einfach für alle was dabei ist und wer sich da vier Tage lang einfach nur hardcore mit Security auseinandersetzen will, der wird zwischendurch kaum noch Zeit finden was zu essen und wer sich da vier Tage lang volles Programm irgendwie politische Themen geben will, der kann die Bühnen besuchen und die Assemblies besuchen und wird keine Zeit mehr finden dazwischen zu essen. Also man kann das auch immer jedes, jeder, jedes Mal, wenn es einen Kongress gibt, jedes einzelne Mal oder ein Camp hast du irgendwo irgendeinen, der aufsteht und, oder ein Nee, weil es meistens dann doch glaube ich eher Typen sind, die dann schauern, das ist nicht mehr mein Kongress, das ist nicht mehr mein Camp und herrje, das tut mir dann auch sehr leid, dass die Menschen, das sind meistens, werden die Artikel von Leuten geschrieben, die nicht da sind, also das ist auch nochmal ein Punkt, aber. Der sieht von außen nicht mehr so aus wie mein Kongress damals. Ja, das ist ein, das ist dann immer ein großes Hin und Her, die, ich interpretiere das erstens mal als okay, auf jeden Fall eine konkrete Wahrnehmung dieser Person, die ich, die wir auch weder in der Veranstaltungs, Orga, noch in der, in dem Content-Team, noch sonst irgendwie auf die leichte Schulter nehmen, aber auch da, ne, muss man eben unterscheiden zwischen dem, was, was Menschen fühlen oder wahrnehmen und dem, äh, dass ihre Situation wahrscheinlich eher ist, dass sie, dass es ihnen schwerer fällt, das zu finden, was sie suchen, ähm, und nicht unbedingt, dass das nicht mehr da wäre, weißt du, das ist so, ähm, und die, die Veranstaltungen werden unübersichtlicher und, äh, vielfältiger und es ist, erfordert mehr Mühe und Commitment und Orientierung und mit, mit, mit wirrer, mit wirrem durcheinander klarkommen, dort das zu finden, wegen dem man da ist, so, natürlich war das irgendwie im, ähm, im BCC einfacher, äh, seine, äh, seine Crew zu finden, wo irgendwie maximal vielleicht mal dreieinhalb tausend Leute waren und, äh, dass die Veranstaltung drei Säle hatte und die waren irgendwie, du bist, was weiß ich, von Saal 1 zu, egal welchem anderen, maximal vier Minuten gelaufen und da ist jetzt mit eingezählt, dass, dass du an jeder Ecke jemanden getroffen, gegrüßt und nicht durchgekommen bist und, ähm, jetzt in, in dieser riesigen Messesituation da in Leipzig, klar, da hast du auf einmal Situationen, dass du von Vortrag Slot 1 nicht zu 2 kommst, weil du erst noch durch diese ganze Glashalle latschen musst und wenn dir dann noch jemanden triffst oder noch schlimmer, du triffst auf dieser ganzen Strecke niemanden, dann verändert das natürlich sehr stark deine Wahrnehmung dieser, dieser ganzen Angelegenheit Congress und, äh, das nehmen die Menschen natürlich wahr und, ähm, das, das ist für viele nicht so schön, aber nur weil der Kongress breiter ist, heißt es nicht, dass es unbedingt zu Lasten, ähm, anderer Dinge gegangen ist, ne, das ist ein bisschen wie so diese, äh, Migrationsdebatte, so, ja, weil hier jetzt irgendwie ein paar tausend mehr Syrer sind, ist der Stau nicht länger geworden, indem du jeden Morgen mit deinem SUV stehst, so, ne, das ist, äh, ne, das sind zwei Parallelentwicklungen. Ja, oder wie im Podcastland, ne, wenn jetzt so viele, äh, YouTube-Sternchen oder, was weiß ich, Marketing-Podcasts oder so aus allen Ecken sprießen, die anderen bleiben ja auch noch da, die sind ja nicht weg deswegen, also nicht mehr weg, als sie sowieso weg wären, das sieht dann zwar so aus, als wenn da, ähm, die Kultur sich ändern würde, aber letztendlich sind die, kann man, könnte man sie ja ausblenden, man muss sich halt dann ein bisschen mehr bemühen. Geht ganz einfach, kann ich dir sagen, ist überhaupt gar kein Problem. Der Katze die Augen zuhalten, habe ich gerade gelesen, der Kater die Augen zuhalten, genau. Also ich kann mir, ich kann mir ja aussuchen, was ich mir anhöre. Ich hab da schon so ein bisschen die befürchtet, ich hab's ihr letztes Mal schon gesagt, ich hab eine Einladung bei der Frankfurter Buchmesse auf so ein Panel zum Thema Podcasten halt im Literaturbetrieb und letztendlich werde ich dort auf diesem Panel die Einzige sein, die nicht aus dem Marketing kommt, also beziehungsweise meine Marketingzeiten, wo ich da gearbeitet habe, sind zum Glück lange her. Das ist so, nochmal gucken, was das wird. Ich habe eine Befürchtung. Ich finde das, es war eine erstaunlich schöne und überraschend lange Zeit, die wir in Ruhe hier in der deutschen Podcastszene unsere Podcasts machen konnten und eine ganz tolle Community hier aufgebaut haben um das ganze Podlove und Ultraschall und was da alles aufgebaut wurde über ja wahrscheinlich jetzt inzwischen 15 Jahre oder so und das ist auf jeden Fall etwas wert und das ist toll und in diesem Bereich bin ich auch zu Hause und dann ist klar, dass dann irgendwann Menschen kommen, die aus welchem Grund auch immer also damit will ich nur sagen, es gibt sehr viele Gründe, den Anspruch hegen, damit ihr Geld verdienen zu wollen und zwar nicht nur Geld, sondern ihren Unterhalt. Die jetzt sagen, ich möchte nur noch podcasten und ich möchte damit gerne was weiß ich, meinen Single-Haushalt oder meine Familie ernähren. Das ist, ich bin sehr froh, dass ich das nicht muss, so bin ich ganz ehrlich, ich wäre wirklich traurig, wenn das für mich der Fall wäre, weil ich glaube, dass der Podcast auch davon lebt, dass ich das nicht machen muss und niemals darauf angewiesen war und niemals mich darauf hätte angewiesen machen können, weil der Ertrag eben nicht in einem Bereich ist, aber ich habe es auch nie darauf angelegt, ich habe es immer als Hobby gemacht, aber ich kann natürlich nicht verteufeln oder kritisieren, dass dann irgendwelche Leute kommen, die sagen, ich will jetzt hier auch noch die letzte Mark rausquetschen und einen von oben bis unten zulabern mit, wo man noch alles bei iTunes klicken muss und empfehlen und hier noch was und da noch was und dann ist natürlich die nächste Stufe, dass so etwas passiert, also das finde ich alles noch vollkommen in Ordnung, ist eine persönliche Entscheidung, das nicht zu tun, aber dann kommen halt irgendwann diese Leute, die sagen, ja, wir verkaufen den ganzen Scheiß jetzt an Spotify oder Audible oder was auch immer da irgendwie ankommt und auch das wird alles noch viel, viel größere Blüten treiben, als wir uns das jetzt vorstellen können. So, irgendwelche Menschen, ich kenne die ja alle nicht, aber ich habe jetzt irgendwie gesehen, dass es jetzt, dass natürlich Spotify, da gab es, weil ich ja amerikanische Podcasts höre, habe ich irgendwie vor, weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein, zwei Monate her, so ein Interview mit dem Spotify-Gründer gehört, der natürlich dann auch sagte, so, ja, was, während Google und Facebook um deine Bildschirme konkurrieren und dann irgendwann waren sie nur noch alles, was du auf dem Bildschirm gesehen hast, dann mussten die als nächstes ins Auto gehen und als sie da dann überall waren, dann mussten sie in dein Wohnzimmer gehen mit ihren Lautsprechern. Genauso entwickelt sich natürlich der Markt um das, was Menschen hören. Der Mensch kann 16 Stunden am Tag ungefähr etwas hören und diese Spotify-Leute haben sich die einfache Frage gestellt, was hören die Leute, wenn die nicht uns hören? Und wenn die dann noch in irgendeiner Tätigkeit sind, bei der man etwas hören kann, dann müssen wir die da auch zuballern. Und dann hat Spotify sich entschieden zu sagen, okay, das nächste auf der Liste, was die Leute hören, wenn sie nicht unsere Musik hören, sind Podcasts. Und dann haben die richtig Asche in die Hand genommen. Und die sind noch lange nicht fertig, damit diese Asche ausgegeben zu haben. Und das geht jetzt so weiter. Und das finde ich natürlich eine Entwicklung, die, sag ich mal, entgegen allem steht, was ich schön finde, also ästhetisch schön finde und was ich politisch schön finde, aber es wäre etwas unsinnig davon auszugehen, dass diese Entwicklung gestoppt werden könnte. und ärgerlicherweise ist es schon so, dass die irgendwann leider an diesen Punkt kommen wird, dass es eben nicht mehr so ist, dass es schön ist, dass Konkurrenz das Geschäft belebt, weil ein Podcast mehr heißt, ein Grund mehr, dass Menschen Podcasts hören, heißt ein Grund mehr, dass sie in Pocketcast, Overcast oder Castro oder wie die ihre Apps heißen, nach anderen Podcasts suchen, ein Grund mehr, dass ihnen der Sendegarten, Logbuch Netzpolitik oder Omega Tau empfohlen wird, sondern irgendwann kommt halt der Punkt, dass die, dass wir vielleicht mit Logbuch Netzpolitik uns auch in irgendwie Spotify reinpressen müssen, weil da die Podcasts gehört werden. So sind halt die Kämpfe der Plattformen und so schöne föderierte, verteilte Systeme, wie wir die jetzt hier über so lange Zeit pflegen und feiern, sind da halt auf jeden Fall, ja, werden da angegriffen im Sinne von verdrängt oder im Sinne von angegraben und wegkommerzialisiert und das ist natürlich, ist das total bedauerliche Entwicklung, bin ich ganz ehrlich, aber ja, kann ich jetzt auch, kann ich auch nur so viele Stunden am Tag drüber traurig sein. Ja, das ist wohl wahr, nee, aber also ich sehe das sehr, sehr ähnlich, also ich glaube auch nicht, dass wir es irgendwie aufhalten könnten, also ganz im Gegenteil, das ist eher jetzt so eine Sache von, okay, sondieren, was da jetzt gerade über uns hereinschwappt und ja, einfach mal mit den Leuten, also jetzt ich für mich für den Termin halt einfach mal mit den Leuten reden und gucken, was die da eigentlich sich so alles vorstellen irgendwie. Ach, die werden sich so viel vorstellen, die, ach herrje, die werden alle sagen, das ist das nächste große Ding nach, äh, Bubble Tea. Nach der, bitte? Nach Bubble Tea. Ja, ja, ist ja auch noch überall ganz weit verbreitet. Genau. Ich, ich hab ja, ähm, also was mir, wo mir erst einmal klar wurde, okay, jetzt wird das ernst, ähm, ist als das anfing, das ist noch nicht so lange her, dass ich in meinen ganzen internationalen Podcast auf einmal schwedische Werbung hatte. Ui. Ja, und das liegt daran, dass, äh, mein, ich wohne ja in Schweden. Ach so, okay. Also zumindest, was das Internet angeht, äh, mein, mein Heimanschluss geht halt erstmal nach Schweden und dann ins Internet und wenn ich dann Podcast von zu Hause runterlade, dann stellt die Geo-IP-Erkennung fest, aha, hier haben wir einen Hörer aus Schweden, der wird jetzt in den Podcast live reingeschnibbelt, unsere Werbung für Schweden. die vermarkten also die Podcasts, die, die haben also die, die, die bereiten offenbar ihre MP3-Dateien oder ihre MP4-Dateien so vor, dass sie je nach Geo-IP unterschiedliche Werbung da reinballern. Hm. Was ja eigentlich auch sinnvoll ist, ne? Ja, also ich meine, Spitze, jetzt kriege ich Werbung für schwedische Produkte, die ich noch nicht mal verstehe, schweige denn, kaufen kann. Früher habe ich Werbung für amerikanische Produkte bekommen, die ich nicht kaufen konnte. Das nächste ist, in 20 Jahren sagen sie dir, was waren das für schreckliche Zeiten, lieber Linus, als du noch irgendwie irgendwelche schwedischen Produktwerbungen in deinem Podcast hören musstest. Da weißt du doch noch, da hast du Werbung bekommen für Dinge, die dich überhaupt nicht interessieren. Jetzt, lieber Linus, in Spotify, wenn du deinen Podcast in Spotify hörst, jetzt kriegst du endlich die Werbung für die Produkte, die dich interessieren. Und der Tim muss für die Freakshow auch nur 23% der Einnahmen an Spotify abdrücken. Und die Werbung kommt von ganz alleine. Das ist doch spitze, Linus. Tolle neue Podcast-Welt. Und wir empfehlen dir die Podcasts, die zu dir passen, genauso wie die Produkte, die zu dir passen. Das wird alles kommen. Nur Lockbuch-Netzpolitik wird einsam auf dem Meta-Ebene-Server liegen. Kein Mensch weiß mehr, wie man das runterlädt, wenn wir nicht unsere eigene App machen. Das sage ich dem Tim seit Jahren. Lass uns endlich eine eigene App machen. Und? Rotes Tuch, oder? Der Tim steht hier gerade. Der hat mich geschlagen. Don't get him started. Ja, aber das sind die beiden Möglichkeiten, die du jetzt langfristig hast. Entweder du wirst deine eigene App oder du gehst halt in diese in diese Scheiß-Plattformen rein und die Ersten, die da reingehen, die kommen sich ja dann auch noch irgendwie geil vor. Sagen sie, oh ja, boah, ey, wir haben ja jetzt, unser Podcast ist immer noch frei zu hören. Wir sind voll true zur Community. Ihr braucht nur verfluchten Spotify, der euch die ganze Zeit irgendwelche Scheiße ins Ohr säuselt und schwuppdiwupp zahlt ihr einen Zehner im Monat. Aber ey, dann habt ihr immer noch voll freien Zugang zu unserem Podcast. Und die merken es halt nicht. Dem brauchst du das auch nicht zu erklären. Weißt du, es ist völlig unsinnig, mit diesen Menschen noch zu diskutieren und denen irgendetwas von Werten oder so zu erzählen, weil sowieso irgendeiner kommt. Ja, das ist jetzt ich meine, es ist jetzt unerheblich, wer es ist. Mit dem brauchst du, also die Diskussion lohnt sich nicht. Nee, du brauchst ja gar nicht mehr zu Spotify zu gehen, du kannst ja bei Podigy reingucken, die haben, das haben wir beim letzten Mal hier auch in den Ankündigungen gehabt, die haben ja jetzt auch so ein Vermarktungsmodell mit so einem französischen Anbieter und wollen da auch eben Werbung platzieren, die genau in die Zielgruppe passt, also die auch nicht stört, also Katzenliebhaber bekommen jetzt keine Hundewerbung und so weiter, also alles passend und naja. Genau, mit Auswertung und Analyse. Aber wenn ich mir, wenn ich das richtig verstehen muss, macht Podigy ja immer noch wenigstens frei zu erreichende Podcasts, oder? Also da fällt doch ein RSS-Feed raus oder täusche ich mich da? Ja, aber jetzt wohl eine Folge trackt da, oder? Ja, die sind kein Closed-Shop, also so wie Spotify, dass man da die Sachen überhaupt nicht rausbekommt, ne? Das ist schon richtig, die haben frei. Da sehe ich noch einen Unterschied, also da sind mir diese Modelle dann doch um einiges lieber, bevor wir jetzt alle irgendwie ein Spotify Wer, also Werbeprodukte sind, ähm, ist mir dann doch ein, eine Podcast-Hosting- Vermarktungs- und Werbeplattform, die dann wenigstens noch auf RSS funktioniert, lieber. Aber meinst du so eine Welt, wie du jetzt irgendwie im Video hast, wie, ähm, oh, ja, nee, die Sendung kann ich nicht gucken, weil, oder diese Serie kann ich nicht gucken, weil ich hab ja schon Netflix für einen Zehner und, ähm, jetzt noch irgendwie Apple-Video oder, ähm, wie heißt der, Amazon-Video dazu zu buchen, wird mir irgendwie ein bisschen zu teuer, ähm, deswegen kann ich jetzt halt irgendwie diesen Podcast, äh, diese Sendung nicht gucken. Das wird bei Podcast relativ ähnlich verlaufen. ich rechne eigentlich innerhalb der nächsten, ähm, Jahre schon damit, dass Apple dann auch irgendwie Apple-only-Podcasts, äh, versucht einzuführen, um irgendwie diesen Spotify irgendwie entgegenzuwirken oder so. Ja, das oder das Netflix-Audio-Angebote macht. Entschuldigung, Claudia? Ähm, ich sagte nur, meine Erwartungshaltung ist irgendwo im Zeithorizont von den nächsten drei Jahren. Ja, dafür waren wir dann doch längere Zeit widerspenstig genug, ja, also das ist eigentlich erstaunlich, dass diese Entwicklung erst jetzt 2019 einsetzt und ich finde es auch, also, es ist schon klar, dass es hier eben um das geht, was wir hier über, weit über ein Jahrzehnt gemeinsam aufgebaut haben und guck dir diese geile Community an. Guck dir an, was hier entstanden ist mit Potluff, mit Ultraschall, mit, äh, Studio-Link, alles irgendwie professionelle Lösungen. Ich gebe relativ regelmäßig Radio-Interviews. Ähm, muss ja nicht meinen, dass bei einem der, der üblichen deutschen Sender, wenn du denen sagst, hier, keine Ahnung, wir machen mal eben ein Double-Ender, also dann, dann sagen die Leute, die Redakteurinnen erstmal am anderen Ende, oh krass, das ist ja vollkommen irrsinnig, ist ja total geil, sowas haben wir ja noch nie und dann checken die irgendwann, dass es an ihnen liegt, dass sie sowas noch nie hatten, weil sie dann sagen, ja, ich bin hier im Schaltraum, irgendwie, das mit diesem Skype, das, äh, können wir nicht, haben sie ein Festnetz, Telefon, so, also nur um mal zu sagen, um mal so ins Verhältnis zu setzen, was diese Community hier aufgebaut hat, über die Jahre. Ja, die war halt nicht behindert durch, ähm, durch, durch schon vorhandene, äh, rustikale Technik, die aber gut funktioniert eigentlich, also, naja, und die, also, aber andererseits, haben sie das alles kostenlos gebaut? Sport. Ja, das, ja, aus, aus Leidenschaft und, keine Ahnung, warum, warum der Sebastian immer noch kein Geld dafür haben will, steht hier in den Sternen, aber, es ist seine Sache, da muss er selber gucken. Ja, und hier kommen dann halt die Leute, die, also, wir hatten ja jetzt dieses Jahr bei der, bei der Subscribe, da, da durfte ich ja ein bisschen mithelfen, ähm, da hatten wir aber auch mehrfach, jetzt auch von den, von den Besucherinnen, also, es war, in meiner Wahrnehmung, und ich weiß, da bin ich mit Tim unterschiedlicher Meinung, aber, äh, in meiner Wahrnehmung war die Subscribe dieses Jahr kein Community-Event mehr. Ich meine, ich war noch nie vorher auf einer, aber jetzt, äh, im Vergleich eben zu einen möglichen Chaos-Events und so weiter, aber, ähm, es war für mich kein Community-Event, weil einfach die Häufigkeit, wie oft Menschen gesagt haben, nee, interessiert mich nicht, ich will nicht helfen, ich will da auch keine Schicht machen, ich will, ich will da einfach, ich will das einfach gerade nur konsumieren, war überdimensionärer, hoch in meiner Wahrnehmung jetzt, ja, also das ist meine ganz persönliche, kleine Wahrnehmung dieses, äh, Events gewesen, ja, aber, ähm, ich fand das, ich fand das schon sehr, schockierend, es ist, äh, anderthalb Begriffe zu hoch, ja, aber, ähm, aufrüttelnd, ja, nennen wir es aufrüttelnd, ja, so, so ist das halt, ist halt eine, eine Marketingmesse, die Leute kommen mit einem Businessmodell dahin, genau, oder halt mit dem, mit dem Vorhaben, das demnächst eben für ihr Marketing einzusetzen. Ja, super, und dann wundern die sich, wie, das Ultraschall kostet sogar noch nicht mal was, also Spitze, bau mal bitte das noch ein, aber die, also diese Entwicklung ist halt da und die wird sich auch fortsetzen. Ja, ja, also erwarte ich jetzt auch, ja. Ja, dann herrscht ja darüber Einigkeit, wir bekämpfen sie einfach mit Feuer. Mit Freundlichkeit. Ja komm, wir kriegen das hier sowieso nicht zu Ende diskutiert und wir wissen auch nicht, was in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren passieren wird. Vielleicht entwickelt es sich so, vielleicht entwickelt es sich anders, vielleicht passiert was ganz anderes. Wir wissen es nicht und schauen einfach, dass wir, wenn wir noch weiter Lust haben am Podcasten, dann einfach auch weiter unsere Sachen machen können. Und wie auch immer und wo auch immer. Das nimmt uns ja hoffentlich keiner weg, es sei denn, irgendwann werden solche Angebote hier anmeldepflichtig oder so. Dann sieht die Sache natürlich anders aus. Aber solange wir hier frei für uns hinarbeiten können, da wissen wir ja auch nicht, ob der Gesetzgeber uns die Freiheiten dauernd lässt oder irgendwann mal sagt, jetzt ist aber mal Schluss hier mit der freien Meinungsäußerung. Das haben wir jetzt lange genug gehabt, das wollen wir mal nicht mehr. Das dauert aber noch ein bisschen. Das wollen wir hoffen. Okay, jetzt machen wir aber mal wirklich die Blütenschätze, die, wo sind wir denn eigentlich jetzt? Wir sind hier in dem Kalender, da sind wir über die Subscribe hineingeraten. Genau, machen wir den Kalender mal zu. Ich habe gerade den Vorschlag gemacht und der wurde angenommen, dass wir die Setzlinge heute einfach mal auslassen, damit wir überhaupt noch mal ins Bett kommen und kommen dann zu den Blütenschätzenden abschließend. Da überfalle ich den Linus gleich mal. Hallo? Ah, jetzt wieder. Aber du hast gerade einen Aufsatz, Martin. Oh, habe ich nicht gut genug durchgetreten? Also nochmal. Ich überfalle den Linus einfach nochmal, weil ich weiß nicht, ob er die Sendung immer so lange durchhört bis zum Schluss. Ob das Konzept der Blütenschätze bekannt ist, also etwas, was dich vielleicht in der letzten Zeit besonders berührt und bewegt hat im Podcastland oder überhaupt in den digitalen Medien. Kann auch ein Buch sein. Hast du irgendwas, was dich besonders angepiekst hat? Äh, besonders angepiekst. Äh, wahrscheinlich, also, also tatsächlich, das Einzige, was so in der letzten Woche einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, war dieser Artikel über das, über diese Flugzeuge. Ach ja, genau. Und ich weiß, dass ich kürzlich eine Podcast-Episode mir irgendwie versucht habe, für immer zu merken, aber mir fällt gerade nicht mehr ein, welche das war. Hat ja gut funktioniert. Das ist genau wie bei mir. Super. Das darf ich niemals vergessen. Und zwei Sekunden später, was war's denn noch? Also, man konnte hier irgendwie ein Herzchen vergeben. In meinem Podcast-Player kann ich Sterne geben, aber ich kann hier irgendwie offenbar nicht die Sterne-Liste gucken. Das habe ich nämlich... Super. Ja. Lassen Sie Ihre Favoriten hier rein. Es gibt eine unglaubliche Menge an interessanten Podcasts und ich muss jetzt leider gerade sagen, dass ich tatsächlich, ja, versucht habe, mir eins zu merken und den jetzt hier. Ich tippe jetzt auf dem Handy rum, ich finde das jetzt nicht mehr. Du erwähntest vorhin im Nebensatz Omega Tau Podcast. Bist du ein aktiver Hörer dieses Angebotes? Ja, meistens. Meistens. Manche Folgen sind mir zu anstrengend. Meistens. Leider, wenn es ums Fliegen geht. Ja, das liegt, glaube ich, daran, dass der Markus ja selber Pilot ist und dann einfach zu oft, wenn etwas erklärt wird, sagt, ja, ja, weiß ich alles. Also da wird, da reden, ist ja auch klar, dass er als Pilot jetzt, wenn er da irgendwie so einen Bundeswehrhubschrauber sich anschaut, auf einem anderen Niveau dieses Fluggerät in das Gespräch, das Gespräch mit dem Piloten führt, als ich dem vielleicht noch folgen kann. Die verlieren sich dann halt in, ja, 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 ja. Ah, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Ja, wop, 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 wop. Aber das, das, das verliere ich, da verliere ich dann manchmal den, äh, den Anschluss. Und dann komme ich da, fragt er für mein Niveau an, äh, Passagierflug-Erfahrung, äh, zu, zu wenig nach. Aber sonst höre ich die eigentlich, ja, klar. Ja, ich höre den ganzen Tag-Procast. Das hat er sogar mal, äh, irgendwie in so einem Hörer-Feedback-Gespräch oder irgendwas hat er das mal erwähnt und sagt, ja, das ist ein bekanntes Phänomen, aber er lässt sich, er ist ja immer so mit vollem Herzblut dabei und dann schaltet irgendwann das Hirn aus, also dann, dann, dann ist, dann ist er nur noch der kleine Junge, der sich einfach beeindrucken lässt von dem und dann ist er einfach nur noch neugierig. Ich kann das, ich kann das total verstehen. Also, das ist jetzt auch, äh, da würde ich ihm nicht zur Last legen, das ist aber zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich, ähm, obwohl wir das mehrmals angeplant haben, keinen, äh, Podcast über IT-Security mit einer zweiten Person mache. Mhm. Weil wir, weil ich auch glaube, dass ich in einem solchen Podcast nicht die Fragen auf dem Niveau stellen würde, um das Thema einer Zielgruppe zu geben. Während, wenn Tim und ich das machen und irgendwie in, mal irgendwie eine Sache erklären, dann kriegen wir das irgendwie hin, weil der Tim mich einfach das runterrabbeln lässt. Aber wenn ich jetzt mit einer zweiten Person, die auch Ahnung hat von, äh, IT-Security einen Podcast machen würde und ich würde diese Person Fragen stellen müssen und ich müsste diese Fragen aus einer, äh, aus der Perspektive einer, ähm, gefühlten Zuhörerschaft stellen, die, deren Kenntnisstand im Zweifelsfall geringer ist, dann, äh, wird das irgendwie nicht funktionieren. Das funktioniert irgendwie, keine Ahnung, bei hier so Leo Laporte und wie heißt der, äh, Steve Gibson, wo der Gibson eine Ahnung hat von Security und der Laporte nicht oder sich, sich professionell uninformiert stellt für inzwischen die 700. Sendung, weil es ein Profi ist, so. Das, äh, ist halt eine, auch eine Kunst. Genau. Wenn der andere sagt, das habe ich dir doch schon in Folge 232, 447 und 613 erklärt, warum weißt du es denn immer noch nicht? Ich glaube, die haben inzwischen so viele Sendungen gemacht, die wissen schon längst nicht mehr, was er schon erzählt hat. Super. Okay, dann Dankeschön für den Anstupser, für den Blütenschatz und... Ich dachte, ich hatte jetzt gar keinen. Ja, du hast auch, äh, über das... Ich habe ein paar Podcasts erwähnt. Ja, wenn du noch mehr erwähnen möchtest, was, was bei dir so auf der Liste ganz oben steht. Ich könnte mich auch noch mal ein bisschen sagen. Was ist denn der Podcast, den du immer anhörst, sobald er erscheint und alle anderen müssen warten? Hast du so einen? Nein, habe ich nicht wirklich, weil ich, ähm, in der Regel ein, mir ein Menü kredenze, wo ich sehr, äh, also wo ich ja eh weiß, dass, dass die, also die Podcasts, die ich so richtig geil finde, die war, die bewahre ich mir eher auf. Ah, ein Connoisseur. Aha. Ähm, aber ich, ich scroll hier gerade so durch. Nee, also, nee, gibt's nicht. Also das, das, das wandelt sich ja auch so ein bisschen. Wobei, ja, klar, ich meine, die, die man, die ich wirklich immer sofort gehört habe, war dann, war, äh, Serial und was, ich glaube, ich weiß aber wirklich einer der besten Podcasts, glaube ich, ist, der je gemacht wurde, äh, ist, äh, S-Town. Der war, der war echt nett. Ja. Einer der besten, die je gemacht wurde. Ja, der war auch ganz nett. Ihr seid gut. Nein, echt. Echt nett. Also ich, ich fand ihn auch sehr, sehr cool, aber, ähm, ja. Also bei mir ist das, bei mir ist, glaube ich, dass der Wert eines Podcasts ist nicht, dass ich den, oder die Podcasts, die ich sehr mag, erkennt man nicht daran, dass ich die, ähm, sofort anmache, sondern, dass wenn ich dabei eingeschlafen bin, ich die nochmal dahin zurückspule, wo, äh, wo, und die dann nochmal hören will. Also zu Ende hören will. Mhm. Und das sind, äh, das ist dann was, was ich, äh, This American Life, Staatsbürgerkunde, Serial, Sendungsbewusstsein, äh, Raumzeit natürlich sowieso, Radiolab, On The Media, höre ich auf jeden Fall alle Folgen, auch immer ganz, ähm, was haben wir hier noch, Making Sense, fast alle Folgen zu Ende, Lawfare Podcast, ist ganz interessant, aber, ich weiß nicht, ob ich hier alle zu Ende höre, mh, Kohlenpot, habe ich ja, glaube ich, schon erwähnt und erfohlen, Hobby Querschnitt, hatte ich schon empfohlen, ja, Freakshow brauche ich, glaube ich, nicht zu empfehlen, muss man nicht hören, Freakonomics, Freakonomics natürlich, Freakonomics, natürlich, was gibt's denn hier noch, Cyber ist ganz interessant, von Vice, äh, dieser Podcast, aber der ist auch sehr, äh, ja, in der Regel ein bisschen sehr, Massenpublikums aufgereitet, das wären, glaube ich, so, das wären so die, wo ich, wenn ich dabei einschlafe, nochmal dahin zurückspule, wo ich eingeschlafen bin. Eine beeindruckende Liste, Dankeschön, das gibt's bestimmt für den einen oder anderen, für die eine oder andere, einen, äh, ja, hübschen, Denkantropor. Hörst du gar nichts zum Brexit? Es gibt von der BBC, den Brexit means. Auf 15 Minuten kommt noch eine Stimme dazu, hi. Ich hab ja gerade gesagt, dass ich mich, dass ich es durchaus mag, mich in Themen reinzufuchsen, ne? Wie heißt der, äh, John Worth, oder? Der, dein Brexit-Mane, dein Brexit-Mane, den du da, äh, öfter mal gesprochen hast. Ich guck mir seine, äh, seine Flowcharts da an und sag, ja, gut. Ja, das ist so ungefähr so wie, ähm, weißt du, wenn irgendwo, irgendwas in, in Flammen steht, ne? Als Notre Dame gebrannt hat, ne? Da braucht ihr auch keinen, der mir erzählt, was als nächstes niederbrennt, sondern man hat einfach gesagt, gucken wir uns mal das Feuer an. so, und, äh, hoffentlich stürzt die Scheiße nicht ein, hoffentlich kommt jetzt nicht Donald Trump und kippt oben eine Tonne Wasser drauf, dass der Dach einstürzt, ähm, aber, das ist auch so ein bisschen Spoiler, ne? Aber Brexit ist auf jeden Fall eine, eine Sache, die kann ich nicht mehr von vorne bis hinten erzählen. Ich hab mir gestern diese Unterhausdebatte angeschaut, wie dieser Flegel, das ist ein Flegel, der Mann hat einfach keine, keine Kultur. Flegel ist ein schönes Wort. Der hat keine Kultur. Boris Johnson da, ähm, einfach lächerlich. Aber was ich, also da guck ich mir die Debatten an. Einfach nur, weil die so, so wunderschöne Möglichkeiten haben, sich, sich zu beschimpfen und sich immer nur in der dritten Person singular ansprechen. Ja, das Vorschrift. The Honorable Gentleman. Ja, The Honorable Gentleman. Mr. Speaker, alles was die sagen, müssen die ja immer an den Speaker sagen und sich gegenseitig in der dritten Person singular ansprechen. Das führe ich auch als erstes ein, wenn, wenn der Linusismus irgendwann hier durchgesetzt wird. Also ich glaube, ich habe beim Brexit jetzt öfter den Faden verloren, als bei den Datenschutzskandalen von Facebook. Und das will schon was heißen. Ja, also. Ja, das ist wirklich eine extrem, komplexes, aber ich, also ich sage mal kurz, hallo, ich bin jetzt hier irgendwie, ich dachte, ihr wart schon längst fertig. Das ist mein Tontechniker, den habe ich jetzt gerufen. Wie heißt der denn? Tim as a Service. Genau. Naja, also ich meine mit dem Brexit, abgesehen davon, dass mich das halt persönlich betrifft. Längst nicht mehr, Tim. Doch, doch, klar betrifft mich das auch. Du hast ja längst rüber gemacht, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Und du hast noch nicht mal das sinkende Schiff verlassen. Ich bin immer noch Bürger dieses Staates. Eben, Feigling. Wieso Feigling? Wo sind Träger und Gürtel? Ist doch gut. Feigling sind die, die einfach komplett gehen. Ich bleibe ja noch da. Ich will ja noch, ich habe ja noch Hoffnung. Und in dem Zusammenhang, da wir ja gerade in der Bereich Podcast-Empfehlungen sind, ich höre halt regelmäßig Remaniacs und das ist quasi so mein, höre ich sofort weg, Podcast du jour. Einfach einerseits, um sich zu informieren, was denn jetzt gerade mal wieder passiert ist. Also sie machen so ein wöchentliches Update und ab und zu werfen sie auch mal einen Emergency-Podcast rein, wenn wieder irgendwas ganz Wichtiges passiert ist, was mal dringend der Kommentierung bedarf, wie zum Beispiel jetzt dieses unfassbare Urteil des Supreme Courts, was jetzt diese Woche abgegangen ist. Ja, und es ist auch einfach sehr schön mitzubekommen, dass halt auf der Insel nicht alle vollkommen den Verstand verloren haben, sondern dass es da eigentlich auch Leute gibt, die durchaus noch alle beisammen haben. Ich meine, wir stellen uns nur mal vor, in Deutschland kippt die Sache auch irgendwie so auf, auf Kipp. Ja, und wir holen uns hier irgendeinen Vollhonk, so irgendeinen durchgeknallten Seehofer oder irgendwas Schlimmeres noch irgendwie an die erste Front, sodass du dich auch nur noch den ganzen Tag schämen willst für dein Volk, dein Mitvolk. Könnte ja sein. Ich meine, den Amerikanern geht es ja auch so. Wenn du dich da mit irgendwie aufgeklärten Amerikanern irgendwie, da musst du noch nicht mal Trump sagen, da musst du nur diesen mitleidigen europäischen Blick aufsetzen und dann zucken die schon zusammen. I know, I know. Genau, ich kann es auch nicht ändern. Und das ist nicht schön. Und den Briten geht es halt mittlerweile genauso. Und bei den Briten ist es in gewisser Hinsicht noch schlimmer, weil die ja eigentlich immer so auf ihre Form und ihren Anstand gesetzt haben und das bricht halt jetzt auch alles zusammen wie so ein Kartenhaus innerhalb kürzester Zeit. Also es ist für die auch wirklich ein schlimmer Zustand, in dem sich die Leute dann halt befinden. Und Podcasts können an der Stelle ein ganz guter Gateway nach draußen sein. Also wir können dann Deutschland auch irgendwann nur noch mit Podcasts retten. Wenn es ja mal soweit ist. Ja. Weißt du, wir können dann dagegen halten? Ja, du kannst halt ein Bild der Realität und jenseits einer medialen Wahrnehmung vermitteln. Ich denke, das ist eine Kraft, die Podcasts generell haben. Ich meine, wir haben da glaube ich auch ein gemeinsames Hobby, Linus. Wir verfolgen ja im Prinzip auch beide schon, seit es losgegangen ist, diese ganze Trump-Saga auch über Podcasts relativ intensiv. Da gibt es ja auch so einiges zu hören. Ich muss sagen, jetzt in den letzten Wochen habe ich das zugunsten des Brexit ein bisschen hinten angestellt. Aber jetzt ist ja gerade wieder ein neues Schießpulver unterwegs. Da muss man jetzt wahrscheinlich wieder nachhören, um da mal die cozy Details zu bekommen. Ist halt auch... Hast du noch nicht? Ja. Weil du dich die ganze Zeit mit diesem Brexit auseinandersetzt. Naja, das ist halt jetzt related. Also es ist ja... Das hängt ja... Also ich wäre am Ende nicht überrascht, wenn wir feststellen, dass diese Amerikaner... Diese Trump-Johnson-Achse, Farage, Cummings und so weiter, dass die alle noch viel mehr unter einer Decke stecken, als das bisher bekannt ist. Das ist für mich... ist das dieselbe Mafia. Und die gilt es eigentlich gerade zu bekämpfen. Ja, das ist schon so eine globale Mafia. Das spielt sich mittlerweile nicht nur in einem Land ab. Das ist halt ein angelsächsisches Problem primär. Aber da entfaltet es halt Kraft. Und ich bin froh, dass von den fünf Augen zumindest Kanada und Neuseeland noch irgendwie alle Sinne beisammen haben. Sonst könnte man ja irgendwie mit der angelsächsischen Welt komplett abschließen. Australien ist ja im Prinzip schon seit Jahren irgendwie in so einem Dauerdelir und hat nie irgendwie nennenswert was zustande gebracht. Und naja, auf Britannien konnte man irgendwie noch so ein bisschen setzen. Also mit Einschränkungen. Und ja, wie es jetzt aussieht, sehen wir ja. Ich suche gerade schon den Remaniacs. Mal gucken. Remaniacs ist wirklich cool, weil er vor allem auch interessante Leute zur Sprache kommen. Also Leute, die halt diese ganzen Best for Britain und anderen Initiativen anführen, die halt jetzt ganz klar auch pro Remain unterwegs sind. Und am laufenden Meter werden halt diese ganzen Optionen gemacht. Und ich habe noch nie so viel über britische Innenpolitik gewusst, wie seit diesem ganzen Brexit-Ding und seitdem ich die Podcasts höre. Weil es ist halt einfach extrem schwierig, das zu verstehen. Ich meine, ich versuche mal, deutsche Innenpolitik irgendjemandem zu erklären, der irgendwie von Deutschland keine Schreckung hat. Ich meine, das ist auch nicht so einfach. Aber dann eben noch mit diesem antiken Rechtssystem und all diesen ganzen merkwürdigen Grillen, die da haben und überhaupt ein Land mit einer Verfassung, die aber nicht aufgeschrieben ist, aber von der trotzdem irgendwie permanent Ableitungen getroffen werden. Das ist schon interessant. Und ja, insofern Podcasts können diese Informationen vermitteln und Remaniacs ist meiner Meinung nach die wichtigste Quelle, um irgendwie einerseits noch alle Sinne beisammen zu halten und andererseits eben auch die notwendigen Informationen zu erhalten. Ja, dann kann man ja noch zwei Trump-Podcasts oder US-Podcasts empfehlen. Das ist dann irgendwie diese ganze... Crooked-Media-Sippe. Crooked-Media-Sippe, genau. Irgendwie Pod Save America, diese ganzen Scherze. Und Chapo Trap House. Wobei Chapo Trap House ist echt für Fortgeschrittene. Also das ist... Muss man schon sehr viel... Also die sind anspruchsvoller eigentlich in ihrem Humor und in ihren Themen. Weil sie... Und dieses Crooked-Media ist ja... Also auch je länger man das hört, umso mehr hängt einem das auch wieder zu den Ohren raus. Ja, ich musste da auch mal eine Pause machen. Das ist schwierig. Aber sie sind schon sehr unterhaltsam und vor allem sind sie extre... Also rhetorisch... Die haben eine Eloquenz, die liebe ich. Du gehst nix über richtig intelligente Amerikaner. Ja, ja. Das ist schon wirklich... Das bringt was. Also wenn die richtig intelligent sind, dann sind sie auch richtig gut. Auch in ihrer ganzen Mitteilungsfähigkeit. Sie sind wirklich in der Lage, sich sehr gut auszudrücken. Ja. Aber mit Remaniacs habe ich auch britisches Englisch besser gelernt. Also man ist ja so auf amerikanisches Englisch abonniert mittlerweile, dass ich echt Schwierigkeiten hatte, dem britischen Englisch zu folgen. Ja gut, ich abonniere das ja jetzt. Ja, ja, ist ja okay. Jetzt auf das Season-Finale, das höre ich mir jetzt noch an. So weit sind wir noch lange nicht. Da kommt noch eine Staffel. Ich gucke mir ja immer nur Serien an, die abgedreht sind. Ja. Und... Oh Mann, wenn wir uns dieses ganze Brexit-Drama nochmal komplett von hinten anschauen müssen. Da sind World War II-Dokumentationen scheiße dagegen. Sag mal, wieso sendet ihr eigentlich noch? Weil du gekommen bist. Ja, ich bin hier nicht gegangen. Das Ding nimmt hier seit fünf Stunden auf. Ja. Da haben wir so komische Vorbilder, ja. Wir müssen nur unter 6.30 Uhr bleiben. Wir müssen hier morgen noch, ganz früh müssen wir hier noch Logbo-Netzpolitik aufbauen. Echt, müssen wir früh machen? Ja, weil ich habe einen Flieger zu kriegen am Nachmittag. Oh, dann hat das Muten morgen. Ja, ich muss ordentlich CO2... Ja, ich habe so viel CO2 eingespart, das muss ich jetzt dringend... Wohin fliegst du denn? Ha? Nach England. Da fliegst du? Ja. Da kann man mit dem Zug fahren. Ja, aber nicht in den Time-Constraints, die ich da habe. Aha. Ja, aha. So ist das. Hier ist noch eine interessante Frage im Chat aufgetaucht. Mit welcher Geschwindigkeit hört ihr? Ein X. Bei der Menge. Ein X? Ja. Hui. Ein X, kein Smartspeed, kein Scheiß. Doch Smartspeed habe ich, aber einfache Geschwindigkeit. Aber das höre ich tatsächlich von Freunden, die ich nicht ganz so, also die ich jetzt nicht jeden Tag treffe, also die am Ende wahrscheinlich in der Woche mehr von mir Podcast hören als von mir. Die sagen dann immer so, Paulinus, das ist immer so langweilig, sich mit dir zu treffen, weil du so langsam redest. Genau. Kannst du dich nicht mal ein bisschen beschleunigen? Irgendwie bin ich dir schneller gewohnt. So, feierab jetzt hier. Ich höre nur meine eigenen Podcasts schneller und das auch nur beim Abhören. Ja, gut. Das ist aber aus technischen Gründen, ne? Ja, aber mir liegt viel an dem Original-Timing. Das ist, für mich ist Timing genauso wichtig wie Worte. Mhm. Ja, ich hörte genau das Gegenteil jetzt im neuen Podcatcher-Pod, in der neuen Episode, irgendwas mit Gabor, glaube ich, heißt die, von Stefan Schulz und Moritz Klenk. Ja, Stefan Schulz, das weiß ich auch nicht warum, der hört ja alles fünffach. Ja, genau. Das wäre auch der Einzige, den ich mir fünffach anhören würde, ehrlich gesagt. Um dabei einzuschlafen? Na. Ja, ist schon ganz interessant, aber die machen ja auch echt viel. Also, das ist schwer dem Universum zu folgen. Ja. Ich kling mich jetzt aber auch gleich wieder aus. Ich wollte den Podcast gar nicht übernehmen. Ich muss ins Bett. Ich will auch ins Bett. Kann ich gehen? Ja, ich will auch ins Bett. Wir wollen alle ins Bett. Aber wir müssen noch eben zwei, also zumindest. Leute, hast du auch noch einen Blüten-Schatz? Nein. Was? Zwei? Nein, keinen. Nein, ich habe keinen dabei. Ach, keinen? Du hast Mut. Mut zu keinem Blüten-Schatz. Gut. Dann lese ich eben den von Lars vor. Das ist What's in your pants? Pants. Ich werde es nie lernen. Wie heißt das denn jetzt? Pants oder Pants? Hot Pants. Also Pants. What's in your pants? Ich höre aktuell auf Reisen viel den Podcast What's in your pants nach. Dabei erschließen sich mir nachträglich viele Begriffe, Hürden und Themen, die ich beim späteren Einstieg in ihrer Bedeutung gar nicht so wahrgenommen hatte. Ganz zu schweigen von den Running Gags. Dabei hat der Podcast eine besondere Mischung aus Tiefe und Spaß. Das hätten sicher nicht viele Duos so hinbekommen. Darum ist What's in your pants mein Blüten-Schatz. Morgen reise ich heim und höre weiter. Das wird super. Ja, dankeschön Lars. What's in your pants? Der letzte war auch wieder, ich musste zwischendurch schallend lachen. Also wirklich sehr gut. Und nicht zum Lachen ist der Podcast, den ich hier mitgebracht habe. Der ist nämlich vom Sven, der Reidinger. Der hat ja mal den Reidinger Gruppen-Podcast gemacht, dann ist das eingeschlafen. Dann hat er so ein eigenes Projekt begonnen. Gänz-Dreck-Leser. Ich kann das in der Sprache, in dem Dialekt oder wie auch immer man das nennt, nicht machen. Und da gibt es einen sehr traurigen Anlass, denn er hat eigentlich seine Zelte in Deutschland abgebrochen und ist nach Österreich umgesiedelt zu einer Frau, zu seiner Freundin. Und kaum war er dort richtig angekommen, ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Und jetzt hatte er, naja, das Elend und das heulende Elend sozusagen. Und das hat er alles in einer Podcast-Folge erzählt. Das fand ich ausgesprochen mutig, denn solche persönlichen Sachen da reinzusprechen, ist ja auch immer so ein bisschen zweischneidig. Aber auch wieder ein schönes Beispiel dafür, wie vielleicht so dieses Sich-von-der-Seele-Reden auch sogar auf dieser etwas unpersönlichen Art und Weise in so einem Rekorder gesprochen helfen kann. Ach, und ich sehe gerade, ich habe noch einen zweiten. Und zwar 4000herz.de hat die 54. Episode gemacht, Hörerinnenfinanzierung. Da haben sie gesprochen mit einem, der Spiele-Podcasts macht, Jochen Gebauer. Der macht das Angebot The Pod Videospiel-Podcast. Habe ich vorher nie von gehört. Wurde da jetzt als, naja, besonderer Typ, weil er davon wohl leben kann. Da ist die Rede von 30.000 Euro im Monat, die da eingenommen werden. Ich finde es ziemlich abgefahren. Und habe gedacht, oh, das ist aber wahrscheinlich jetzt auch so ein Typ, der es darauf anlegt, der jetzt unbedingt Geld verdienen will. Und war sehr überrascht, ihnen Sachen sagen zu hören wie, mich interessiert das nicht, wie viele Menschen das hören, mich interessiert, was ich hier mache. Das ist wichtig. Und ich orientiere mich gar nicht so sehr an den Hörerzahlen bis gar nicht an den Hörerzahlen. Wenn ich 30.000 Euro im Monat verdienen würde, würde ich das alles sagen. Morgen machen wir geile Datenschutz-Games und 20 Ideen, wie du irgendwie mit deinem Spieltrieb die Welt retten kannst, das machen wir zum Thema in unserer Sendung. Und dann läuft der Hase. Ich will jetzt hier wirklich pennen gehen. Ich will jetzt gar nicht unhöflich sein, aber können wir schlafen? Oder wie viele Empfehlungen müssen jetzt noch kommen? Das war der Letzte. Wir sagen jetzt gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch in der Live, wer auch immer noch live zuhört, die zwei und diejenigen, die es halt hinterher in der Konserve hören. Ganz herzlichen Dank an Linus und Tim für die technische Unterstützung und an Sebastian und Claudia und Lars für den Einspieler und überhaupt an alle, die hier irgendwie in diesem Garten-Universum mitmachen. Macht's gut, herzlichen Dank und schlaft gut. Tschüss. Danke für die Einladung. Tschau, tschau. Tschüss. 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 Vielen Dank.